Herr Anhalter ins All Von Douglas Adams Hörspielbearbeitung aus dem Englischen Walter Andreas Schwarz Sechzehnter Teil, der Flug in den Albtraum Unglaubliche Dinge geschehen, wie auf Erden so im Himmel Die Unglaublichkeiten auf Erden kann jeder in der Tageszeitung lesen Im Himmel aber sind die Unglaublichkeiten so unglaublich Dass sie dem Planetenbauer Slati Badfas wilde Albträume bereiten Es geht dabei um nicht weniger als um das Leben, das Universum und den ganzen Rest Genauer gesagt um die Zerstörung von Leben, Universum und dem ganzen Rest Eine Zerstörung in einem nie dagewesenen Ausmaß So, dass weder der etwas schwer begreifende Arthur Dent noch sein cleverer Freund Ford Prefekt Den ernster Lager auch nur andeutungsweise erfassten Beide waren zu verwirrt und zu verdutzt, um zu begreifen Dass die erste Gewalttat einer terroristischen Robotervereinigung bereits der besagten Zerstörung galt Das war am Tag der Landung des Sofas, das die beiden Freunde nach einem wundersamen Fluge Aus der vorgeschichtlichen Zeit auf Lords Crickets Grounds St. John's Wood, London absetzte Mitten in einem von den Briten erfolgreich geführten Wettkampf Da stürzten, buchstäblich aus heitestem Himmel, Horden als Cricketspieler im weißen Dress verkleidete Roboter Auf das Spielfeld und raubten den Siegespokal Der die Asche eines in Australien verbrannten englischen Cricketstabes enthielt Slati Barthas hatte diesen folgenschweren Raub geahnt Er war herbeigeeilt und hatte versucht, ihn zu verhindern Er wusste, die mysteriöse Asche verkörperte die Säule aus Holz des mysteriösen Wicket-Tores Das in dem Dokumentarfilm, den Slati Barthas den beiden unbekümmerten Abenteurern Arthur Dent und Ford Prefekt zeigte Immer wieder auftauchte, als im ganzen Universum verehrtes Symbol von Eintracht und Frieden, Wohlstand und Gerechtigkeit Im Informationsillusionszentrum auf seinem Raumschiff versuchte Slati Barthas ihnen die weitreichenden Zusammenhänge zu erklären Ich verstehe immer noch nicht, was die Roboter mit dem Schlüssel wollen Was ist das überhaupt für ein Schlüssel? Mit diesem Schlüssel wurde der Planet Cricket verschlossen Nachdem in eine völlig dichte Staubwolke eingesperrt worden war Wir gehen jetzt hier raus aus diesem Illusionszirkus Und du, lieber Slati, setzt uns auf einer hübschen Amüsierinsel in der Galaxis ab Ihr werdet kaum Gelegenheit haben, euch zu amüsieren Denn bis ich euch auf eurer Insel abgesetzt habe, kann das schon vorbei sein Mit allem Leben Dem Universum Und dem ganzen Rest Slati, ich glaube, deine Informationsillusionen haben dein Hirn etwas pessimistisch bebrütet Nein, nein Die Cricket-Roboter sind auf vollständige Zerstörung des gesamten Universums aus Nur ihr Planet Und was ihr überhaupt nicht begreifen kann Wenn die Cricket-Bewohner auf ihrem Planeten eingesperrt sind Wieso sind dann trotzdem ihre Raubritter-Roboter unterwegs? Das ist ja das Unglück Goldnis Stück aus dem Getriebe seiner Herz aus Gold losgeworden Und das eben ist es, was mich so alarmiert Sie haben nun auch die goldene Querstange Und nun werden Sie versuchen, die silberne Ansicht zu reißen Und was machen wir jetzt? Wir müssen mit allen Mitteln verhindern, dass Ihnen das gelingt Ach, nein Ich bin dafür Wir begeben uns einer ein sicheres Fleckchen im All, wo es nette Mädchen gibt und Bäche benebelnder Getränke Und? Ja, und warten ab, bis der ganze Spuk vorbei ist Und genau das werden wir nicht tun, weil es sinnlos ist Weil diese Cricket-Krieger alles restlos vernichten werden Ich sehe, wir müssen näher an die Gefahr heran Damit ihr sie erkennt Ich führe euch jetzt an Ort und Stelle Und werde euch wenigstens informationsillusionistisch überzeugen Was ist denn nun los? Sind wir umgestiegen auf ein anderes Raumschiff? Wir bewegen uns doch Alles Informationsillusion Wir sind gleich da Oh Ein tolles Spiel Wo landen wir denn? Ja, das Aber was ihr da herankommen seht Ist der gefährlichste aller Planeten Cricket Cricket? Was? Das soll der Terroristen-Planet Cricket sein Ich glaube, du irrst dich, Slati Dies ist ein überaus reizendes Fleckchen Vielleicht gibt es hier auch überaus reizende Mädchen, Ari Und überaus wohlschmeckenden Schnaps Bisschen, seid ruhig Wage Lichter, in der Ferne schwankend, kamen nun näher Man hörte Stimmen einer Gruppe, die dicht an den drei Beobachtern vorüberzog Laternen schwingend Und dann auch ein fröhliches Lied anstimmend Und dann auch ein fröhliches Lied anstimmend, des Inhalts, wie so wunderschön es auf ihrem Planeten sei Wie glücklich sie lebten Wie glücklich sie lebten, mit Weib und Kind Die Meister von Cricket Bist du erkältet, Slati? Nein, 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 nein Das sind die Meister von Cricket, wollte ich sagen, die hier vorbeigehen Haben die denn was mit Cricket zu tun? Ja, ich meine ja Das Spiel, das du als Cricket kennst, ist nur eine Innersätze am Spinnereien rassischen Denkvermögens Das Bilde, nach Ewigkeiten, nachdem ihre wahre Bedeutung im Dunst der Zeiten unterging Im Gedächtnis wach hält Von allen Rassen in der Galaxis vermochte wahrscheinlich nur die Englische Die Erinnerung an die allerschrecklichsten Kriege, die je das Universum im Zweiten immer wieder zu beleben Und in etwas zu verwandeln, das so leid es mir tut Allgemein als ein unvorstellbar langweiliges und sinnloses Spiel angesehen wird Ich mag es eigentlich selber recht gern Aber in den Augen der meisten Leute beweist man damit unfreiwillig einen grotesk schlechten Geschmack Besonders das mit dem kleinen roten Ball, der das Tor treffen muss, damit die Querstange runterfällt Das ist geradezu widerlich Und die hier eben vorbeigekommen sind Haben mit dem Ganzen überhaupt erst angefangen Und alles beginnt heute Abend Ja, kommt mit, dann seht ihr warum Forte Ja, du bist dir sicher schon denken können, was jetzt passiert Ich? Nein Hast du denn als Kind nicht die Frühgeschichte der Galaxis gelernt? Oh, ich saß in der Küberzelle immer hinter Safod Du weißt, das hat mich abgelenkt Was nicht heißen soll, dass ich nicht trotzdem ein paar ganz erstaunliche Dinge gelernt habe Also dieser Himmel ist ja wohl öde Die müssen doch das Gefühl haben, ganz allein im Universum zu sein Nein Den Leuten von Cricket kam nie der Gedanke, wir sind allein im Universum Sie sind von einer ungeheuren Staubwolke umgeben Ihre einzigen Sonne und deren einziger Welt Und sie liegen ganz weit draußen am äußersten Ostrand der Galaxis Wegen der Staubwolke gab es am Himmel nie etwas zu sehen Nacht ist doch völlig leer Und tagsüber ist die Sonne da Aber man kann nicht direkt hinsehen Und deshalb tun es die Leute gar nicht erst Sie nehmen den Himmel kaum wahr Es ist, als wäre für sie da ein blinder Fleck Der sich über 180 Grad von einem Horizont zum anderen weitet Weißt du Der Grund, weshalb sie nie dachten, wir sind allein im Universum Ist, dass sie bis zum heutigen Abend einfach nichts von einem Universum wissen Bis zum heutigen Abend Bis zum heutigen Abend Ja, ja, ja Stellt euch doch mal vor, niemals überhaupt nur zu denken Wir sind allein Ganz einfach Ja Weil einem niemals der Gedanke kam, es könnte auch anders sein Ich lade dich da Naja, vielleicht nervt euch das Ich lade dich da Da landet ein Raumschiff Ja, warte mal ab Die da vor uns haben keine Ahnung, was passiert Die Meister von Cricket Die starren in der Gegend rum Mann, das kommt ja auf uns zu Die sind völlig konsterniert Und wissen nicht einmal, aus welcher Richtung der Krach kommt In den Himmel gucken die gar nicht Großartig, das geht ganz schön auf die Nerven Was da soeben als brennendes Wrack durch den Cricket-Himmel stürzte, halten manche noch heute für das Raumschiff Herz aus Gold Das zuletzt wegen seiner von den Crickets heiß begehrten goldenen Querstange ins Gerede kam Manche wiederum sprechen voll Ehrfurcht und nicht ohne Trauer vom Sternenschiff Bistromat Viele aber, und das sind die meisten, rechnen die brennenden Reste dem legendären und gigantischen Sternenschiff Titanic zu Einem majestätischen und luxuriösen Vergnügungsraumschiff, das die Asteroidenschiffbauwerke artefaktowoll vom Stapel laufen ließen Schon vor ein paar hundert Jahren Und zwar aus gutem Grund Es war aufsehenerregend schön, verblüffend, riesig und komfortabler ausgestattet als jedes andere Raumschiff in einer jetzt nur noch als Geschichte existierenden Zeit Hatte jedoch das Pech, in den allerersten Tagen der Unwahrscheinlichkeitsphysik gebaut zu werden Lange bevor man dieses teuflisch schwierige Wissensgebiet vollkommen oder auch nur generell im Griff hatte In unschuldvoller Ahnungslosigkeit beschlossen Konstrukteure und Ingenieure, das Schiff mit dem Prototyp eines Unwahrscheinlichkeitsfeldes auszurüsten Das angeblich sicherstellen sollte, dass es unendlich unwahrscheinlich sei, dass irgendjemals irgendetwas mit irgendeinem Teil des Schiffes schief gehen könnte Sie kamen nicht darauf, dass wegen des quasi reziproken und zirkularen Wesens aller Unwahrscheinlichkeitsberechnungen Alles, was unendlich unwahrscheinlich war, mit höchstwahrscheinlicher Sicherheit fast im gleichen Augenblick geschah Dann lief es vom Stapel und war nicht einmal in der Lage, die allererste Funkmeldung Ein SOS vollständig durchzugeben, um urplötzlich und ohne jeden Grund einem totalen Existenzausfall zu erliegen Während man jedoch in Eingeweihten kreisen sich dieses und noch anderer gigantischer Raumschiffe mit Ach und Weh, voll Stolz, Begeisterung, Liebe, Bewunderung, Bedauern, Eifersucht, Unmut, Groll Kurz mit den meisten der wohlbekannten Gefühlsregungen erinnert Erregte regelmäßig das wohl größte Erstaunen die Cricket 1 Das erste von den Bewohnern Crickets erbaute Raumschiff Nicht etwa, weil es ein besonders schönes Raumschiff war, das war es nicht Es war ein einziges wahnwitziges Stück Schrott Zusammengeschustert in irgendeinem Hinterhof Und genau dort war es auch zusammengeschustert Das Erstaunliche an diesem Schiff war nicht, dass es gut gebaut war, das war es nicht Sondern, dass es überhaupt gebaut worden war Die Zeitspanne zwischen dem Augenblick, wo die Bewohner von Cricket erkannten, dass es so etwas wie einen Weltraum gab Und dem Stapelauf ihres allerersten Raumschiffs betrug fast genau ein Jahr Als Slati Bartfass und seine beiden Begleiter Arthur Dantonford Präfekt diese Kiste bestiegen Hatten sie allen Grund, sich daran zu erinnern, dass sie ja nur auf einem Informations-Illusionstrip waren Denn das waren sie jetzt Normalerweise würde ich keinen Fuß in diese Kiste setzen Nicht für den ganzen Reißwein Chinas Fliegt denn sowas überhaupt? Das Schiff fliegt Wahnsinn Einfach zurücklegen, Beschleunigung abwarten Das wird ein außergewöhnlich informativer Trip Und kein bisschen gefährlich Was soll's Einfach wahnsinnig werden Wenn die drei Piloten da vorne uns mitkriegen, schmeißen sie uns raus Wie sollen sie uns denn mitkriegen? Wir sind doch gar nicht da Ich meine nicht etwa, dass das drei Blödlinge sind Das sind sie nicht Wir haben keine Schraube an dem abgestürzten Drack ununtersucht gelassen In jedes versteckte Geheimnis entlockt Bis sie ihr eigenes Raumschiff konstruiert gebaut hatten Die Cricket 1 Die Kiste, in der mir jetzt schlecht wird Das Starten hat schon mal funktioniert Momentan ist nichts los Ich schalte mal auf Zeitraffer Ja, da seht ihr schon Wir sind gleich am inneren Rand der Staubwolke Für die drei Piloten hört damit ihr ganzes Geschichtsbewusstsein auf Mal sehen, wie sie reagieren Diese Finsternis ist wie ein Fluch Wie lange fliegen wir denn da noch durch? Gleich müssen wir im All sein Oh, nicht da Wir sind draußen Sie haben begriffen, dass sie nicht allein im Universum leben Umkehren Es wird vielleicht gehen Es muss gehen Also Ihr habt gesehen, wie es ist Ja Was soll ich denn mit dem Hühnerbein machen, das mir da eben zugelaufen ist? Es ist hier Sitte damit zu spielen Sieh mal her So Und so Und so Und so Und so Und so Und so Sieh doch einfach so, wie es die anderen machen Dies ist ein höchdimensionaler Raum Durch das ein Hühnerbein sich vierdimensional hindurch lenkt Verstehe Daher das Prickeln, das ist durch B Das Prickeln einer mathematischen Gleichung Doch das nun nebenbei Ihr willet begreifen, dass die Wesenswandlung der Bewohner von Cricket Sozusagen über Nacht geschah Aus charmanten, reizenden, intelligenten Wenn auch schrulligen Ganz normalen Leuten Wurden charmante, reizte, intelligente Schrullige Wahnsinnige Ausländerfeinde Der Gedanke eines Universums Passte sozusagen einfach nicht in Ihr Weltbild Das ging Ihnen durchaus nicht ein Und so beschlossen Sie auf Ihre Charmante, reizende, intelligente Und wie du beliebst Schrullige Weise Danke Es zu vernichten Das Leben Das Universum Und den ganzen Rest Hast du nicht jetzt schon wieder, Afer? Diesen Wein finde ich nicht sehr gut Riech mal Na dann schick ihn doch zurück Er ist ohnehin nur Teil der Mathematik Kellner! Ja, hier, hier, hier Hallo, hier Bitte nehmen Sie den Wein zurück Und riechen Sie bitte Die Topografie dieses Kellnerlächelns mag ich auch nicht Aber egal, grafische Darstellungen habe ich sowieso nie gemocht Dann kommt jetzt mit Wo beförderst du uns denn jetzt schon wieder hin? Zurück Hier In das Informationsillusionszentrum Dieser wahnsinnige Ausländerhass hatte natürlich ein gerichtliches Nachspiel Einen veritären Kriegsverbrecherprozess Ach, du liebes Bisschen Ein Kriegsverbrecherprozess? Der Erste Der Allererste, solange das Universum besteht Na, wenn der so verlaufen ist wie der damals auf dem Planeten Erde Erste, als sie wenigstens den Lakaien von dem idiotischen Heine Meinst du den Russen? Nein, das war, äh, nein, das war kein Russe Der meint Hitler Ach so Der Russe Die Tatsachen sind doch nicht von der Hand zu weisen Ach, das waren die damals bestimmt auch nicht Ich meine, ich weiß das natürlich nicht Aber es gibt ja sicher einen Dokumentarfilm In deinem Informationsillusionszentrum, Slati Wenn wir uns den ansehen Da wird uns wahrscheinlich der Streifen, den du uns vorhin gezeigt hast Mit dem alten Mann, der immer von dem Symbol der Eintracht und so weiter geredet hat Dieser langweilige Streifen, bei dem ich fast eingeschlafen bin Der wird uns vorkommen wie ein Ammenmärchen für Zwergenkinder in einer Hilfsschule Dass du immer noch nicht begriffen hast, in welcher Gefahr wir uns befinden Es geht um das Leben, das Universum und den ganzen Rest, mein Junge Lass ihn doch, Slati, ich glaube dir Arthur! Du hast doch überhaupt nichts von dem begriffen, was hier passiert ist Nur gibst du auf und glaubst Naja, der Glaube macht selig Was machen wir nun denn jetzt? Eigentlich habe ich einen fürchterlichen Durst und ich müsste eigentlich erst mal fürchterlich einen trinken Unsinn Ich werde dir beweisen, Ford, dass der Prozess gegen die Kriegsverbrecher von Cricket In der ganzen Geschichte des Universums nichts einesgleichen hat Es hat keinen Zweck, liebe Freunde, in Archiven oder Bibliotheken nach Dokumenten über diesen allerersten Kriegsverbrecherprozess zu suchen Sie befinden sich zusammen mit allen seither angesammelten und für derhin sich ansammelnden Kriegsverbrecherprozess-Akten an einem geheim gehaltenen Ort, irgendwo am äußersten Rande des Universums, dort wo niemand sie suchen könnte noch wollte Und die solche Akten und Dokumente dort versteckt halten, haben allen Grund, diesen Ort nicht zu verraten Der Grund ist leicht zu erkennen Scham Maßlose Scham der Veranstalter solcher Prozesse Richterroben, purpurrote Scham über die hilflose Erkenntnis, dass man zwar immer die Kleinen hängt, die Großen aber nicht nur laufen lässt, sondern ihnen neue, verantwortungsvolle Aufgaben in Staat und Wirtschaft zuweist Und das wohl deshalb, weil ihre verbrecherische Begabung sich so überaus erfolgreich bewährt hat Wer sich von solchen Überlegungen nicht abhalten lässt, ist herzlich eingeladen, dem allerersten Kriegsverbrecherprozess des Universums beizuwohnen Das nächste Mal Und somit Auf Wiederhören Das war der 16. Teil von Douglas Adams per Anhalter ins All Hörspielbearbeitung aus dem Englischen von Walter Andreas Schwarz Es sprachen Rolf Beusen, das Buch Felix von Mannteufel, den Allabenteurer Arthur Dent Ingo Hülsmann, seinen Freund Ford Prefect, den Galaxis Hitchhiker Horst Bollmann war Slarti, Bartfass, der Planetenbauer Bert Wesselmann, der erste Pilot des Cricketraumschiffs Andreas Serdar, der zweite Pilot dieser Wackelkiste Joachim Presch, der nie waghalsige dritte Pilot Der Name Roland Seiler steht für hochqualifizierten Ton Regine Schneider für perfekte Technik Und Milena Meitz für Aufnahmeleitung nach Maß Und Hartmut Kirste für Regie Musik Frank Duval Musik Frank Duval Per Anhalter ins All Von Douglas Adams Hörspielbearbeitung aus dem Englischen Walter Andreas Schwarz Musik 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 Siebzehnter Teil Der Kampf um das Leben Das Universum Musik Und den ganzen Rest Musik Musik An das traurige Spektakel von Kriegsverbrecherprozessen wird sich mancher ungerne erinnern Mancher wohl auch mit nicht abklingendem Zorn über das blödsinnige Resultat solcher hilflosen Versuche Schuldigen das rechte Maß an Sühne zu verabfolgen Wo doch ganz einfach der Galgen die allgemeine Norm abzugeben hätte Ohne Wenn und Aber Im Hinblick darauf ist es sicher interessant dem allerersten Kriegsverbrecherprozess beizuwohnen, der im Universum stattgefunden hat Das ist durchaus möglich dank des Informationsillusionszentrums, das sich im Raumschiff des bekannten Planetenbauers Slati Badfas befindet Das er mit seinen Freunden Arthur Dent und Frau Priefeck bereits aufgesucht hat, um dem Prozess zu folgen Dies ist der Ultramoderne Jedenfalls das, was vor zehn Billionen Jahren als ultramodern galt Also der Gerichtssaal Aus tonnenweise verbautem Chromstahl und Sichtbeton Und dort waren viele hunderte allerhöchsten Beamten der gesamten galaktischen Verwaltung versammelt Alle in ihren Galauniformen Oder Körpern Je nach Brauch oder Metabolismus Hinter einer Wand aus zapsicherem Kristall stand schnell vertreten für das gesamte Cricketvolk Eine Gruppe von Leuten, die mit gelassener höflicher Verachtung auf all die fremden Gesichter herabblickten, die über sie zu Gericht saßen Den Vorsitz der historisch berühmten Verhandlung führte seine hohe richterliche Gewalt Gerichtswesen Pack Der Guwe Gelehrte, unparteiische, völlig Entspannte Umgeben von Anklage und Zeugen und allem, was zu einem historischen Kriegsverbrecherprozess gehört Der Pack legte die Beine vor sich auf die Richterbank Wandte sich an den Richterausschuss und an die zu all dem Versammelten Und resümierte die bisherigen Vorgänge, indem er seinen Kaugummi unter seinen Sitz klemmte Die Leute von Cricket sind Naja, ihr wisst schon Ganz einfach ein Haufen recht lieber Jungs, nicht wahr? Die bloß eben zufällig jeden umlegen wollen Teufel, was soll's Mir geht's morgens manchmal genauso Shit Okay Man würde also mit diesen Jungs nicht unbedingt in der Galaxis zusammenleben wollen Das kann man wohl sagen Der Cricket-Angriff auf die Galaxis war niederschmetternd Tausende und Abertausende riesiger Cricket-Kriegsschiffe waren plötzlich aus dem Hyperraum hervorgestürzt Und hatten Tausende und Abertausende von Großplaneten gleichzeitig überfallen Dabei raubten sie zunächst lebenswichtige Materiallager Um damit ihre nächste Angriffwelle auszurüsten Und beförderten diese Planeten dann seelenruhig ins Nichtsein Die Galaxis sonnte sich zu dieser Zeit gerade in einer Periode des tiefsten Friedens und des üppigsten Wohlstands Und fuhr überrascht aus Wie ein Mann auf einer Sommerwiese, dem man die Hosen klaut Besessene Ich meine, diese Jungs müssen ganz einfach bescheuert und besessen sein Sonst wäre es einfach unvorstellbar Mit welcher Schnelligkeit die Leute von Cricket ihre fanatische Idee ins Werk setzten Alles kaputt zu machen, was nicht Cricket war Sehr richtig, Herr Vorsitzender Das ist auch die einzige Erklärung dafür Mit welcher verblüffenden Schnelligkeit Sie sich der modernsten Technologien bemächtigten Um diese Abertausend Kriegsschiffe und ihr Millionen her von weißen Killer-Robotern zu bauen Eine Terrorbande Wie viele hier im Saal bezeugen können Von meinem Planeten überleben nur drei Von über zwei Millionen Und Terror ist ein gelindes Wort für solche Kriegsverbrechen, Herr Vorsitzender Killer-Maschinen haben uns überfallen So hirnlos wie erbarmungslos mit dem irrsinnig-famatischen Willen zu töten Bewaffnet waren sie mit multifunktionalen Kampfkeulen Die blitzschnell funktionierten In eine Richtung geschwungen rissen sie Gebäude ein In eine andere geschwungen Zuckten sengende Omni-Destructo-Zapfstrahlen hervor Und in eine dritte Richtung geschwungen Spielen sie ein grauenvolles Granatenarsenal in die Gegend Von kleineren Brandbomben bis zu Maxi-Slorta-Hypernuklear geschossen Die ganze Grosssonnen auslöschen konnten Unsere Verluste waren enorm Wie gesagt, wir sind drei von Millionen Die Zielgenauigkeit dieser mörderischen Geschosse war unglaublich Die waren gleich beim Schlag programmiert Und aufs Ziel angesetzt Über jede Entfernung hinweg Von ein paar Metern bis zu Hunderttausenden von Meilen Okay Jedenfalls, wir haben gesiegt Ich meine Gesiegt, naja Eine mittelgroße Galaxie gegen ein kleines Sternchen Und wie lange haben wir dazu gebraucht? Gerichtsschreiber? Milord Herr Vorsitzender Na sag schon, Kleiner, wie lange? Das ist ziemlich schwierig im Ort, genau zu sagen In diesem Fall Zeit und Entfernung Nur mal nicht so verkrampft, Kleiner Locker Wie lange? Ungefähr? Ungefähr Das habe ich nicht gerne, Herr Vorsitzender Ich meine, dazu ist die Sache Dann sag's genau, aber sag's Blinzeln die in der Gegend rum Na ja, also, Herr Vorsitzender Was soll ich sagen? Wie lange es gedauert hat, das sollst du sagen Shit Na ja, also Ungefähr 2000 Jahre War wirklich nur ungefähr Und wie viel ging drauf? Nimm mal ein Taschentuch und wisch dir dein Gesicht ab, Kleiner Bis der Klatsch nass geschwitzt Also, wie viel Vielen Zwei Grillionen, Herr Vorsitzender Zwei Grillionen Bringt mir mal was zu trinken Wie gesagt Eine blöde Idiotenbande Ein Haufen recht, lieber Jungs, nicht wahr? Mit denen man nicht unbedingt in der Galaxis zusammenleben möchte Jedenfalls nicht, wenn sie es weiter so treiben Wenn sie nicht lernen, sich ein bisschen lockerer zu halten Ein bisschen entspannter Sonst ist doch das ein ewiger Nervenkrieg, nicht wahr? Immer peng, peng, peng Wann sind wir dran? Und so, nicht wahr? Wo bleibt die friedliche Koexistenz? Ist vorbei, oder? Na ja, gut, okay Also, danke Hört mal zu Hört mal zu Es ist ja so, versteht ihr Diese Jungs haben, hört doch jetzt zu Haben ihre eigene Ansicht vom Universum Das ist ihr gutes Recht Und ihrer Ansicht nach Die das Universum ihnen quasi aufgezwungen hat Wenn ich es recht betrachte Haben sie recht gehandelt Versteht mich recht Das klingt verrückt Aber ihr versteht mich doch schon, nicht wahr? Die glauben eben an Ich hatte mir das doch aufgeschrieben Also hier Sie glauben an, was? Frieden Gerechtigkeit Moral, Kultur Sport Familienleben Und die Vernichtung aller anderen Lebensformen Na ja, ich hab schon schlimmeres gehört Okay, danke Ich glaube, ich hab ne Idee Ja Aha, das ist doch gleich was anderes Also Der Planet Cricket Wird bis in alle Ewigkeit In eine Zeitlupenhülle eingeschlossen In der sich alles Leben Weiter Aber unendlich langsam Vollzieht Alles Licht Um diese Hülle wird Kurzweg abgelenkt So bleibt sie Unsichtbar und undurchdringlich Versteht ihr Aus dieser Hülle Gibt es kein Entkommen Das wird völlig unmöglich sein Es sei denn Sie wird von außen aufgeschlossen Wenn dem übrigen Universum Das unausweichliche Ende naht Wenn die ganze Schöpfung In den Tod stürzt Und Leben und Materie Aufhören zu sein Dann mögen der Planet Cricket Und seine Sonne Wieder aus der Zeitlupenhülle Heraustreten Und in Einsamkeit Ihre Existenz fortsetzen Ganz nach ihrem Wunsch In der zwielichtigen Leere Des Universums Das Schloss aber Das die Hülle verschließt Soll sich auf einem Planetoiden befinden Der die Hülle umkreist Und der Schlüssel Soll das fünfteilige Galaxis-Symbol sein Das Wicket-Tor Der tosende Beifall War noch nicht zu Ende Da stand das Gerichtswesen Pack schon unter der Sensordusche Nicht allein natürlich Vielmehr mit einem Ziemlich hübschen Mitglied der geschworenen Bank Dem er eine halbe Stunde Vorher einen Zettel Rübergeschoben hatte Und zwei Monate später Hatte er seine galaktischen Staatsjeans Unten abgeschnitten Und verjubelte Einen Teil seiner Enormen Honorare Die seine Urteile Ihm einbrachten An einem Luxusstrand Wo er herumlag Und sich den Rücken Mit Qualaktin-Essenz Einbalsamieren ließ Nicht zufällig Von demselben Ziemlich hübschen Mitglied Der geschworenen Bank Sie war ein Solfinianisches Mädchen Von jenseits Der Wolkenwelten Jaga Ihre Haut war Wie Zitronenseide Und ihr Hauptinteresse Galt juristischen Körperschaften Die juristische Körperschaft Pack fühlte sich wohl Unter den Händen Der Dame Von der Jaga Hast du schon gehört? Interessante Nachricht Was? Ah Ich hoffe es ist Keine gute Nachricht Ich könnte sie Zusätzlich nicht ertragen Genug eingerieben Nein Gib dich nicht Auf dem Rücken Der Braunungsfaktor Dieser urzeitlichen Fortsonne Ist viel zu hoch Was ist denn Mit dieser Nachricht? Ja Also heute Ist ja dein Kriegel-Urteil Vollstreckt worden Ich hab's im Radio Gehört Eben als ich Die Qualaktin-Essenz Geholt habe Und? Es ist was passiert Aha Gerade als die Zeitlupenhülle Abgeschlossen war Ja Stellte sich heraus Dass ein Cricket-Kriegsschiff Das man vermisste Aber zerstört glaubte Doch bloß Vermisst war Es tauchte plötzlich auf Und versuchte sich Den Schlüssel anzueignen Hey, was? Reg dich nicht auf So schlimm war's nicht Es hat offenbar Einen kleinen Kampf gegeben Der Schlüssel und das Kriegsschiff gingen in Stücke Und wurden in das Raumzeitkontinuum Geschleudert Wahrscheinlich Auf nimmerwiedersehen Na dann mach mal Was du vorhin oder eben Noch gemacht hast Das? Nein, nein Das Das? Ja Und wieder hätte man dabei sein müssen Eine wohlduftende Brise wehte vom Meer Und ein Zauberer ging am Strand entlang Er wurde aber nicht gebraucht Es wäre auch zu viel gewesen Ein Zauberer Im Informationsillusionszentrum Wo der Roboterkeller Die Kerze wegzunehmen versuchte Die rötlich den Dreien entgegenflackerte Slaty Barthas Arthur Dent Und Frau Prefekt Die den vergangenen Ereignissen Aufmerksam gefolgt waren Nicht zu leugnen ist denn des Dass Slaty Barthas Äußerst besorgt in die Gegend blickte Dass Arthur Dent Mit allem was sich ereignet hatte Auf informationsillusorische Weise Absolut nichts anfangen konnte Und dass Frau Prefekt sehr wohl ahnte Was ihnen bevorstand Jeden Gedanken aber zu verdrängen versuchte Der auf eine nahende Katastrophe schließen ließ Und stattdessen an eine reale Sauferei dachte Nichts ist für immer verloren Wird schon alles klar werden Wann? Sehr bald Hört mal zu Die Zeitströme sind momentan sehr verschmutzt Es schwimmt ein Haufen Dreck in ihnen herum Strandgut und Wachs Und immer mehr davon wird nun wieder In die physische Welt zurückgeschleudert Ausgespien Eddies im Raum Zeitkontinuum Versteht ihr? Eddies, Eddies, Eddies Habe ich schon mal gehört Eddies, 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 wo fliegen wir eigentlich hin? Ich bin nämlich scharf darauf, da hinzukommen Wir werden versuchen, die Kriegsroboter Von Kriege daran zu hindern Sich den ganzen Schlüssel wiederzuholen Den brauchen sie nämlich Um das Schloss der Zeitlupenhülle Um ihren Planeten aufzuschließen Damit ihre restliche Armee Und ihre wahnwitzigen Meister Freitagung Und deshalb müssen wir da hin Nee, wir müssen da hin Um gewaltig viel zu saufen Und mit Mädchen zu tanzen Aber hast du denn nicht gehört Was ich eben gesagt habe? Ja, klar, habe ich alles verstanden Die Cricketroboter werden auch auf dieser Partysaal Aber wir müssen vor ihnen da sein Und die silberne Querstange finden Und an uns nehmen Wenn es denen gelingt Mit der silbernen Querstange Den Schlüssel vollständig zusammenzubauen Um die restlichen Cricketleute zu befreien Ist alles verloren Das Leben Das Universum Und der ganze Rest Ja, ja Verstehst du? Ich verstehe sehr gut Deshalb will ich so viel saufen Wie in mich reingeht Und mit so vielen Mädchen tanzen Wie möglich Na, solange noch welche da sind Wenn alles wahr ist Was du uns bisher gezeigt hast Natürlich ist es wahr Das Beste wird sein Wir gehen jetzt rüber auf die Party Genau, das wollte ich sagen Gehen wir Die Teleportkabinen Sind im Badezimmer Das Reisen durch die Zeit Erweist sich immer mehr als eine Bedrohung Die Geschichte wird dadurch zunehmend verunreinigt Eine Zeitverschmutzung ohnegleichen Hat seit langem eingesetzt Die Enzyklopädie Galactica Hat über Theorie und Praxis des Zeitreisens Viel zu sagen Von dem das meiste allerdings für jeden unverständlich ist Denn nicht wenigstens vier ganze Lebenszeiten Auf das Studium der höheren Hypermathematik verwendet hat Und da das vor der Erfindung des Zeitreisens unmöglich war Besteht einigermaßen Verwirrung darüber Wie man überhaupt auf die Idee gekommen ist Dass unser Freund Arthur Dent Das komplexe Problem des Zeitreisens erfasst haben könnte Ist mehr als unwahrscheinlich Bekanntlich hat er des Öfteren bewiesen Dass er im Umgang mit Zeit und Ort Weder Glück noch Talent Bei seinen Unternehmungen beobachten konnte Und so muss er ganz einfach Pech gehabt haben Als er nun mit Slati Badfass und Fort Prefekt Auf die erwähnte Party reisen sollte Man reiste getrennt In Teleportkabinen Die sich im Badezimmer von Slatis Raumschiff befanden Und verabredete sich auf der Party zu treffen Ob nun Arthur die Bedienungsanleitung Der Teleportkabine nicht verstanden Oder aber wohl verstanden Doch das Verstandene nicht wusste Richtig in vernünftige Handhabung umzusetzen Kurz und gut Er materialisierte sich Dort wo er die beiden anderen zu treffen Gedachte Hampelte im Raum herum Betastete wiederholt Hals, Herz und alle Glieder Um sicher zu sein Dass er noch da war Dass die Materialisierung Die er hasste Auch gelungen war Drehte sich schließlich nach allen Seiten um Um festzustellen Dass die Freunde nicht da waren Er wartete Niemand erschien Misstrauen überkam ihn Was den Ort seiner Materialisierung betrab Eine Party konnte das unmöglich sein Oder wenn doch Dann eine so miserable Dass er keine Lust hatte hinzugehen Arthur Dent befand sich in einer Höhle Einem Tunnel Einem Labyrinth Oder etwas ähnlich Unheimlichen Es war dunkel Er konnte nicht erkennen Wenn das hier eine Party ist Dann sind die beiden bestimmt schon wieder verschwunden Das Das heilt hier wie in einer Steinzeithöhle Das ist eine Falle Die Kriket-Krieger haben mir eine Falle gestellt Die wollen mich überfallen Wer ist denn da? Wer ist denn da? Hierher Wer ist denn da? Folge der Schrift Der grünen Neonschrift Ich kann nicht sehen Die Schrift ist überall Auch ich bin überall Auch ich bin überall Komm hierher Hier findest du mich Da Steht mein Name auf der Felsenwand Ja Azzedent Ja Willkommen Willkommen Kann ich dich nicht heißen Das Ist ja wahrhaftig zum Fürchten Fürchte dich nicht Azzedent Hab lieber gleich Todesangst Wo bin ich denn hier? Du hast einen kleinen Umweg gemacht Willkommen Ich kenne dich nicht Doch 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 Rieh mich an 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 Trauenhaft Nein Nein Es würde kein Mensch erraten Welches Ungeheuer sich hinter der schrecken verbreitenden Stimme verbarg Die Arthur Dent in eine Ohnmacht jagte Aus der manch einer nie mehr erwacht wäre Nur ein Weltraumerfahrener Ein sich mit phlegmatischer Kühnheit den Fairnissen des Universums cool entgegenstellender konnte seinem Herzschlag vertrauen Zumal der ihm in diesem vorsintflutlichen Labyrinth tapfer entgegenhalte Doch es dauerte geraume Zeit bis Arthur wieder genügend Kraft gesammelt hatte Um sich seinem Schicksal zu stellen Dass ihm ein Kampf mit ungewissem Ausgang bevorstand drängte sich ihm als unabänderliche Gegebenheit auf Und er machte sich bittere Vorwürfe dass er den informationsreichen Reiseführer per Anhalter ins All niemals gründlich genug befragt hatte was es mit dem Zeitreisen auf sich hatte Auch hätte er sich bei Slati Bartfass über die Benutzung der Teleportkabine informieren sollen Ehe er damit losreiste Nun, ein jeder ist immer klüger hinterher Wir wollen dem Ungemacht dieses Zeitreisenden nicht schadenfroh zuhören Sondern warten bis er wieder bei vollen Kräften ist Und wie wir Arthur Dent kennen Wird er das bis zur nächsten Folge bestimmt sein Auf Wiederhören Das war der siebzehnte Teil von Douglas Adams Per Anhalter ins All Hörspielbearbeitung aus dem Englischen von Walter Andreas Schwarz Es sprachen Rolf Beusen das Buch Felix von Mannteufel den an Abenteuer gewohnten Arthur Dent Ingo Hülsmann seinen Freund und Reisebegleiter Ford Prefekt Horst Bollmann war Slati Bartfass der Planetenbauer Bruno Gans seine hohe richterliche Gewalt Park Und der Zeuge der Kriegsverbrechen Oder? Charles Wirz der unnachgiebige Ankläger Hans-Peter Bögel der super bürokratische Gerichtsschreiber Jasmin Tabatabai das hübsche solfinianische Mädchen von der geschworenen Bank Klaus Herm die ohnmacht verursachende Stimme Roland Seiler garantierte den hochqualifizierten Ton Regine Schneider den fehlerfreien Ablauf des Geschehens Und Milena Meitz Eine gelungene Aufnahmeleitung Die Musik ist von Frank Duval Regie Hartmut Kirste Per Anhalter ins All Von Douglas Adams Hörspielbearbeitung aus dem Englischen Walter Andreas Schwarz Die Musik ist von Frank Duval Achtzehnter Teil Irrungen und Wirrungen des Arthur Dent Von seiner tiefen Ohnmacht hatte sich Arthur Dent endlich erholt Er glaubte einem schrecklichen Traum entkommen zu sein Doch ein erster Blick brachte ihm seine gefährliche Wirklichkeit so nahe, dass er beinahe einen zweiten Ohnmachtsanfall erlitten hätte Doch dazu kam es nicht Denn sogleich hatte die noch immer unsichtbare, doch umso fürchterlichere Stimme wieder Gewalt über ihn Was willst du? Nicht, nicht entkommen heißt Wo bist du? Überall Überall Nein, nein, nicht noch einmal Ich, ich, ich versinke Das ist ja grauenhaft Grauenhaft Ja Ungeheuerlich grauenhaft Das hast du aus mir gemacht Arthur Dent Ein Ungeheuer Ich wette, du hast nicht damit gerechnet, mich wiederzusehen Ich hab dich nie gesehen Ach, ich zeig dir mein Bild Sehr stark vergrößert Das geb ich zu Und vierdimensional Erkennst du mich? Ach, 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 eine, ach, eine, eine Stubenfliege Eine riesengroße Stubenfliege Du hast sie umgebracht Du hast mich umgebracht Ja Oder hier Vielleicht Erinnerst du dich besser Wenn du mich In dieser Gestalt siehst Ein Kaninchen Jawohl Erinnerst du dich nicht mehr An das Kaninchen? Denk mal nach Ach, ein liebes, unschuldiges Kaninchen Mit einem Fell wie Seide Geboren im Dunkel Im Dunkel aufgesäugt Und eines Morgens in die Welt geblickt Zum ersten Mal die lichte neue Welt erblickt Das junge Haupt Zum Licht erhoben Das Plötzlich von etwas Gespalten wurde Das sich verdächtig Ähnlich wie ein primitives Feuersteinwerkzeug Anfühlte Handgefertigt von dir Ah, verdammt Mir aufs Haupt geschlagen von dir Und zwar recht hart Wie ich mich wohl erinnere Und fertigst es Aus meinem Fell Dir einen Beutel Denk mal nach Beine darin zu sammeln Die dir Interessant erschienen Ich weiß es zufällig Weil ich Im nächsten Leben Eine Fliege war Von dir erschlagen Denn Zerquetscht Ausgelöscht Wieder einmal Nur diesmal Hattest du mich mit dem Beutel Aus der Haut Meines früheren Lebens Ausgelöscht Assistent Du bist nicht nur ein grausamer Herzloser Mensch Du bist auch Niederschmetternd Achtlos Aber Den Beutel hast du wohl nicht mehr Weggeworfen Wie? Gefühlt dir nicht mehr Wie? Achtlos weggeworfen Den Beutel Aus meiner Haut Nein 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 Im Gegenteil Ich habe den Beutel Du hast ihn Achtlos weggeworfen Nein Das Erstaunliche ist Dass du nicht einmal weißt Dass du ihn weggeworfen hast Habe ich nicht Habe ich nicht Der Molch Der Molch Auf dem du stehst Hast du wohl übersehen was Dann muss ich ihn dir In der schrecklichsten Vergrößerung zeigen Die du dir vorstellen kannst Denn da ist sie Die vierte Dimension Ist die schrecklichste Denn die fünfte Ist deine Angst Ja Schrei nur Lauf nur weg Ich bin überall Und du auch Zieh dich oben Du bist mitten In dem Kaninchen Das ich einmal war Mitten In der Fliege Die ich auch war Überall denn Überall Wo willst du denn hin Du bist überall Bei mir Hier bin ich Hier bin ich Hier bin ich Der Molch War ich auch Aber ich wusste doch nicht Ich wusste doch nicht Du bloß nicht so Als hättest du nichts gewusst Nein Das Interessanteste An der Seelenwanderung Ist dass die meisten Leute Die meisten Seelen Gar nicht merken Dass sie wandern Ich Ich hab's gemerkt Gemerkt Nicht gleich Aber nach und nach Im Moment ist mir Die Seelenwanderung Völlig klar Was Arthur Dent Was Arthur Dent jetzt zu sehen bekam Übersteigt die Vorstellungen Jedes Halluzinationsträchtigen Dichters Des gesamten Universums Schrill blendend Überfiel ihn in einem riesigen Raum Eine Lichtflut Arthur Dent war in die Kathedrale Des Hasses Eingetreten In eine riesige Aus dem Inneren Eines Berges Herausgemeißelte Höhle Schwarz Schrecklich Und wo sie nicht schwarz war Lugten in unsagbar Scheußlichen Farben Einige Horrordetails hervor Das Ganze schien sich um Arthas Kopf schwindelerregend zu drehen Wobei die gränen Farben Seine Augen wie Pfeile trafen Von ultraviolent Bis infratod Über das ganze Spektrum Mit Leberpurpur Ekellila Eitergelb Gebranntem Hombro Und Giftgrün Die so angestratenen Horrordetails Entpuppten sich als Wasserspeier Die schon Francis Bacon Das Mittagessen verleidet hätten Aber noch Schlimmeres stand In diesem Riesenraum herum Eine Statue Ein Monstrum Von einer Riesenfigur Die mit der Scheußlichkeit Der Wasserspeier Wetteiferte Die Arthur denn jetzt Überall erkannte Sie starrten von den Wänden Den Säulen Den Verstrebungen Vom Chorgestühl Von überall her Auf die Säule Und wenn die Wasserspeier Francis Bacon Das Mittagessen verleidet hätten So zeigten die Gesichter Der Wasserspeier deutlich Dass die Säule Es ihnen gründlich verleidet hätte Wären sie lebendig gewesen Es zu sich zu nehmen Was sie nicht waren Oder hätte jemand versucht Es ihnen einzutrichtern Was niemand gewagt hätte Arthur hielt sich Mit beiden Händen Die Augen zu Senkte den Kopf Und schüttelte ihn Langsam hin und her Vor Traurigkeit Und Entsetzen Über so verrückte Dinge Als er die Augen Wieder aufmachte Stand vor ihm Die Gestalt Des Mannes Oder der Kreatur Oder was immer es war Dass er offenbar Die ganze Zeit Heißt Mal ganz ehrlich Sieh mir in die Augen Sieh mir in die Augen Mit einem deiner Drei funktionstüchtigen Seelöcher Ich war bei einem Cricketmatch Was? Ich war bei einem Cricketmatch Was? Du warst bei einem Cricketmatch? Nicht in dieser Gestalt Das hätte mich auch gewundert Dies hier ist meine letzte Gestalt Mein letztes Leben Dies ist mein Racheleib Mein Tüte-Afer-Dent-Leib Meine letzte Chance Und ich musste schwer Um sie kämpfen Ich war bei einem Cricketmatch Ich hatte ein schwaches Herz Aber sagte ich zu meiner Frau Was kann mir schon passieren Bei einem Cricketmatch Ich guckte also zu Und was passiert? Hast du den Ball an den Kopf gekriegt? Unsinn Auf einem Sofa Tauchten da zwei Leute Auf einmal tückisch unerwartet Aus heiterem Himmel auf Landeten genau vor mir Das letzte, was ich gerade noch bemerkte Bevor mein armes Herz Verlauter Schreck aussetzte Ist, dass einer von den beiden Aferdent ist Mit einem Kaninchenknochen im Bart Zufall Ja 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 Zufall Schrei nicht zu Du tust dir weh Du hast schon das ganze Gesicht voll Heftpflaster Das macht dich noch hässlicher Das macht dich noch hässlicher Hör mir lieber zu Hör zu Es ist das Komm mir nicht zu nah Es ist das Schicksal Das du so dumm verkaufst Uns beide Ich sage dir Es ist Zufall Fass Hast du gegen mich Hast du gegen mich Na gar nichts Ehrlich Gar nichts Selbstverständnis Ich muss leider gehen Hast du eine Uhr Wie spät ist es denn Ich muss helfen das Universum zu retten Bleib hier Einmal war ich schon soweit Da war ich entschlossen aufzugeben Ja Ich wollte nicht wiederkommen Wollte nicht zurück Aus der Unterwelt Aber Was geschah Ich weiß es nicht Ich Ich muss gehen Du bleibst hier Ah Schadent Verstehst du Ja Aber ich weiß nicht Warum du partout aus der Unterwelt Wieder nach oben musstest Was geschah denn Meine Seele Wanderte Gegen meinen Willen Wieder zurück Ich wurde eine Art Nachtschattengewächs Genauer gesagt Eine Pitunie Noch genauer gesagt In einem Blumentopf Dieses besonders glückliche Kurze blühende Dasein Fing an Mit mir In meinem Blumentopf Ohne Zutun 300 Meilen Über der Oberfläche Eines besonders Grässlichen Planeten Keine von Natur aus Verteidigungswerte Position Denkst du vielleicht Und da hättest du recht Dieses Dasein endete Eine sehr kurze Weile Später 300 Meilen Weiter unten In wiederum Genauer gesagt Dem jungen Frischen Wrack Eines Wahles Meiner Bruders Seele Auf dem Weg Nach unten Konnte ich Nicht umhin Ein glitzernd Weißes Raumschiff Anzunehmen Und aus einer Luke Dieses glitzernd Weißen Raumschiff Eugte heraus Ein Schmucker Aferdänt Zufall Ja Ich muss jetzt gehen Du kannst gehen Nachdem ich dich getötet habe Nein, nein Das hat doch keinen Sinn Ich muss das Universum retten Begreift das doch Ich muss die silberne Querstange finden Darum geht es Als Toter wird das schwierig Das Universum retten Daran hättest du denken müssen Bevor du mit deiner Vendetta gegen mich anfängst Ja Jetzt hast du Angst Aferdänt Komm runter von der Statue Du klammerst dich umsonst An dein scheußliches Ebenbild Jetzt Bist du dran Denn Was willst du von mir Ich weiß nichts von Blutrache gegen dich Was war denn Als du aufs Tal Romula Peter warst Und jemand Ich bin da nie gewesen Umbringen wollte Und du dich ducktest Wen glaubst du Traf die Kugel Was hast du gesagt Nie da gewesen Wovon redest du denn Ich muss jetzt gehen Du bleibst hier Du bist dort gewesen Du warst für meinen Tod verantwortlich Genau wie überall sonst Du unschuldiger Zuschauer Von diesem Ort Habe ich nie etwas gehört Es gab auch niemals jemand Der mich umbringen wollte Außer dir Vielleicht fahre ich später mal hin Was meinst du Was meinst du Du warst In Stavromula Peter Noch nicht Nein Ich weiß überhaupt nichts von diesem Ort War ganz bestimmt nicht dort Hab auch nicht die Absicht hinzufahren Doch 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 Du fährst bestimmt noch hin Verdammt noch mal Zu früh Ich habe dich zu früh Hier gebracht In die Kaffee träune Das was Agrajak Das kann sich jeder irren Komm beruhige dich Agrajak Zu früh Verdammt noch mal Zu früh Ich bring dich um Auch wenn es logisch Ganz unmöglich ist Ich bring dich um Verdammt noch mal Ich lage den ganzen Berg In die Luft Sieh zu Wie du diesmal davon kommst Dent Was tust du da Was ist das Ein leichter Druck Und schon beginnt das Chaos Gib her das Ding Da musst du mich erst Wieder einmal töten Denn So stirb Du weißt ja wohl Dent Was du getan hast Mich Ganz einfach wieder einmal Umgebracht Was willst du bloß von mir Blut Raus 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 aus dieser Hölle Raus Von veritabler Angst beflügelt war Arthur Dent aus der Kathedrale des Hasses, wo der von ihm erschlagene Agra-Jagd verendete, durch endlose Gänge ins Freie und dort einen riesigen Steilhang hinabgestürzt. Sogleich bemerkte er, wie es um ihn herum polterte und donnerte und wie der ganze Berg zu wanken schien, erst leicht, dann immer heftiger. Um ihn herum tanzten die Felsbrocken, seine Augen tanzten mit ihnen und seine Füße tanzten mit dem immer schneller wegrutschenden Erdreich. Seine Logik hätte ihn von aller Todesangst, die er ausstand, befreien können, aber er dachte nicht an Agra-Jagd und Seelenwanderung und dass er nach diesem Abenteuer bestimmt überleben würde, um diesem Ungeheuer nach dessen Petuniendasein abermals zu begegnen. Im Gegenteil, die Haare standen ihm zu Berle vor Todesangst, die ihn jetzt dermaßen verflügelte, dass ihm die Beine nicht mehr gehorchten. Er unerhört in Schwung kam, durch die Luft sauste und im nächsten Augenblick auf hartem Felsbogen aufschlagen musste. Doch just in dem Augenblick, da ihm der schmerzliche Fall gewiss zu sein schien, sah er unmittelbar vor sich einen kleinen marineblauen Reisebeutel liegen, von dem er genau wusste, dass er ihn vor ungefähr zehn Jahren seiner höchstpersönlichen Zeitrechnung im Gepäckbergungssystem des Athena-Flughafens verloren hatte. Der Ablenkungseffekt seiner Überraschung war so groß, dass er den Boden total verfehlte und stattdessen in die Luft sauste, dass ihm der Schädel brummte. Was er trat, war genau dies. Er flog. Er blickte überrascht um sich, aber es gab keinen Zweifel, das war es, was er tat. Kein Zipfelchen von ihm berührte den Boden oder näherte sich ihm auch nur. Er schwebte dahin, während um ihn herum die Felsbrocken durch die Luft sausten. Dagegen konnte er was tun. Artwöhnisch blinzelnd über die Mühelosigkeit erhob er sich höher in die Luft, sodass die Brocken nun unter ihm wegflogen. Mit größter Neugier blickte er nach unten. Zwischen ihm und dem schwankenden Grund lagen jetzt gute zehn Meter reinster Luft, von den Felsbrocken abgesehen natürlich. Aber die blieben ja da nicht, sondern stürzten gepackt vom eisernen Griff der Schwerkraft abwärts nach demselben Gesetz, das Arthur ganz offenbar und unerwartet beurlaubt hatte. Dass es ihm gelingt, in der Luft zu bleiben und vor allem glücklich zu landen, bleibt für die nächste Folge zu hoffen und damit auf Wiederhören. Das war der 18. Teil von Douglas Adams Hörspielbearbeitung aus dem Englischen von Walter Andreas Schwarz Es sprachen Rolf Beusen, das Buch. Felix von Manteufel, den aus Irrungen und Wirrungen fliegenden Arthur Dent, Klaus Herrn, die seelenwandernde Stimme. Der hochqualifizierte Ton gelang Roland Seiler. Der fehlerfreie Ablauf des Geschehens Regine Schneider. Das alles nach Plan lief Milena Meitz. Regie? Natürlich. Hartmut Kirste. Musik? Frank Duval. Musik? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Herr Anhalter ins All Von Douglas Adams Hörspielbearbeitung aus dem Englischen Walter Andreas Schwarz Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja bekanntlich ihren Weg auch in der Dunkelheit. Nun war es aber nicht der schwankende Weg, der ihm einen plötzlichen Schrecken einjagte, sondern eine andere Hand, die er wohl versehentlich ergriffen hatte. Im nächsten Augenblick wurde ihm das Handtuch vom Kopf gerissen und seine Augen starrten fassungslos in die Augen von Fort Präfekt. Hinter dem stand Slaty Badfas und hinter beiden, sich deutlich vom Hintergrund abhebend, ein Tor. Allerdings verschlossen. Und sag bloß. Wo bei allen verlassenen Fotogen warst du denn? Ja, ich... Naja, schwer sich kurz zu fassen. Ich war hier und dort und da auch. Und wir haben hier gewartet. Naja, es war nicht leicht hierher zu kommen. Wie habt ihr denn hierher gefunden? Naja, schwer sich kurz zu fassen. Na, dann gehen wir rein. Das Tor ist zu. Ja und? Die lassen uns nicht rein. Ohne Flasche. Denen ist wohl der Sprit ausgegangen. Es muss wohl so sein. Ah, ich habe eine Flasche Rizzina. Moment. Rizzina. Rizzina. Rizzina griechischen Rizzina. Ja, habe ich noch von damals. Slati Rizzina. Naja, aber ob die uns da mit reinlassen, kennen die doch hier nicht. Wir müssen es versuchen. Kommt. Die längste, zugleich höchst destruktive Partie, die jemals gegeben wurde, geht jetzt in die vierte Generation. Und dennoch scheint niemand willens aufzubrechen. Jemand hat Mahal auf die Uhr gesehen, aber das ist schon elf Jahre her und hat keine Nachahmung gefunden. Das Durcheinander ist unwahrscheinlich und man muss es gesehen haben, um es zu glauben. Wenn sie aber kein besonderes Bedürfnis haben, es zu glauben, dann gehen sie gar nicht erst hin, es zu sehen, denn sie werden keine Freude haben. Es ist lange her, da machte sich eines Nachts eine Horde betrunkener Astro-Ingenieure der ersten Generation an dem Partygebäude zu schaffen. Gruben hier, schraubten da, hämmerten und machten. Und als morgens die Sonne rauskam, waren alle sehr verwundert, dass sie auf ein Gebäude voll selig trunkener Leute schien, das wie ein junges, noch nicht flugsicheres Vögelchen über den Baumwipfeln schwebte. Nicht nur das. Es war dieser fliegenden Party auch noch gelungen, sich recht massiv zu bewaffnen. Denn sollten sie irgendwie mit irgendwelchen Weinpanschern Streit bekommen, sollte von vornherein klar sein, dass die Macht auf ihrer Seite war. Der Übergang von der Ganztags-Cocktail-Party zur Halbnachts-Räuber-Party vollzog sich wie von selbst und trug viel dazu bei, der ganzen Sache ein bisschen mehr Pepp und Schwung zu geben, was schon damals dringend notwendig war, weil die Kapelle inzwischen alle Musiknummern, die sie seit Jahren kannte, zum Erbrechen oft gespielt hatte. So wurde geplündert, geraubt, ganze Städte als Geiseln genommen, um den Nachschub zu sichern an Käse, Kräckern, Avocado-Dips, Schweinerippchen und an Wein und Schnaps, die jetzt aus fliegenden Tankern an Bord gepumpt wurden. Dennoch wird man sich eines Tages dem Problem ausgesetzt sehen, dass die Getränke alle sind. Der Planet, über dem sie schweben, ist längst nicht mehr der Planet, der er war, als die Pate über ihm zu schweben begann. Und sie nun ins Kreuz zu kriegen, das schmerzt. Arthur Dent hatte es erfahren. Doch die Wiedersehensfreude mit Fort Prefekt und Slaty-Barthas hatte ihm die herbsten Schmerzen vergessen lassen. Er war so überglücklich, sich und den Freunden den Zugang zu der soeben ausführlich beschriebenen hundsmiserablen Party verschafft zu haben, dank der lang vermissten, mindestens zehn Jahre alten Flasche Rezina. Offenbar war auf der Party das Problem der Austrocknung mangels stärkender Getränke akut geworden. Slaty-Barthas hatte zu größter Wachsamkeit gemahnt. Denn es galt die räuberischen Cricket-Roboter daran zu hindern, die silberne Querstange in ihre Gewalt zu bringen, die sich irgendwo auf dieser Party befand. Diese silberne Querstange fehlte den schlimmsten Kriegern im All zu dem fünfteiligen Schlüssel, der die Gefangenschaft der Bewohner des Planeten-Krickets sicherte. Sie lebten in der Verbannung unter einer Zeitlupenhülle. Gelänge es ihren Robotern, das Schloss zu öffnen, so wäre alles verloren. Das Leben, das Universum und der ganze Rest. Worauf Arthur Dent seit einiger Zeit seine Aufmerksamkeit lenkte, war nicht die silberne Querstange, sondern ein Mädchen, das offenbar gefallen an einem Riesen gefunden hatte, dem ein gewaltiger Hammer an der Seite hing. Das Mädchen aber musste Trillien sein. Eine Gefährtin aus der Zeit, als sie gemeinsam mit Fort Prefekt auf dem Raumschiff Herz aus Gold abenteuerliche Zeiten erlebten. Mit dem genialen, zweiköpfigen, dreiamigen Zafford-Bibelbrox, der die Herz aus Gold vom Parkplatz des Restaurants am Ende des Universums mit kühnem Griff geklaut hatte. Armer Zafford. Er war sicher bei dem Angriff der Cricket-Roboter auf die Herz aus Gold ums Leben gekommen. Wenn du, Kleiner, dein Wein ist ein wahrhaft irdisches Vergnügen. Ja, ja, Moment, Moment mal. Äh, Trillien war doch damals auch auf der Herz aus Gold geflügt. Ein völlig unbekanntes Vergnügen. Waren Sie, habe ich Sie nicht auf dem Millivayer auf der Milchstraße gesehen? Waren Sie der? Mit dem Hammer? Hey, Trillien, wie zum Traum du kommst denn du hierher? Ja, gefällt mir viel besser hier. Nicht so stein. Ja, ja. Mehr los. Ganz lustig. Was hast du gesagt, Arthur? Ich habe gesagt, wie zum Teufel du hierher kommst. Oh, ganz einfach. Ich war überall im Universum. Ich war schon gar nicht mehr, wo überall. Weißt du was von Zafford-Bibelbrox? Äh, 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 kennen Sie euch eigentlich? Nein. Das ist Thor, Donnerproduzent. Hallo, äh, äh, stell ich mir sehr interessant vor. Hello, ja, ist es auch. Haben Sie nichts zu trinken? Äh, eigentlich nicht. Äh, ja, warum gehen Sie nicht und holen sich was? Äh, bis später, Arthur. Was ist denn mit Zafford? Wir sehen uns später. Schlang sein ist das, vielleicht ist der mal Vorteilhaft, nicht? Ja, aber bei völliger Schwerelosigkeit im Raum, wissen Sie, äh, äh, Mr. Schlagibar, fast. Planetenbau. Ach, ich kannte mal einen Meteor-Zertrümmerer. Ah, ja. Ah, meine Federbohr. Oh, ich bin drauf gestiegen. Oh, das wollte ich nicht. Es ist so dunkel, so eintönig hier, nicht? Wissen Sie, eines der interessantesten Merkmale im Weltraum ist ja die Eintönigkeit. Eintönigkeit, wieso? Ja, eine schreckliche Eintönigkeit. Bestimmt, sehen Sie, es gibt zu viele Fronten und zu wenig Inten, nicht? Darf ich Ihnen ein paar Statistiken aufhören? Äh, 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 wie? Ach, bitte, würde ich gern. Auch Sie sind von einer sensationellen Eintönigkeit. Ich? Aber... Die, 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 die Statistiken meine ich. Ich komme gleich wieder, dann höre ich Sie mir an. Bis gleich. Oh, ich dachte schon, die werde ich nicht mehr loswerden. Hey, Erkling! Arthur! Hey, Slati! Komm, wir müssen die silberne Querstange finden. Die ist hier irgendwo. Können wir uns denn nicht mal ein bisschen ausruhen? Jetzt zu einem anstrengenden Tag hinter mir. Trillian ist übrigens hier, ganz zufällig. Hat mir aber nicht gesagt, wie sie hergekommen ist. Ist aber wahrscheinlich auch egal. Denk dran, Arthur, das Universum ist in Gefahr. Das Universum kann sich doch mal eine halbe Stunde um sich selber kümmern. Es ist doch groß genug. Begreif doch, dass es hier... Ja, ja, ist ja, ist... Ja, gut, gut, ist ja schon gut. Ich, äh, ich laufe hier mal ein bisschen rum und frage, ob sie jemand gesehen hat. Deine silberne Querstange. Ja, gut, gut, gut. Ich sehe mich auch gut. Wünschen Sie was? Bitte? Ich dachte, Sie hätten etwas zu mir gesagt. Ich, nein. Ach so, ja. Äh, haben Sie vielleicht irgendwo eine Querstange gesehen? Hä? Äh, ja, sie ist, ähm, aus Silber, lebenswichtig für die Zukunft des Universums und, äh, ungefähr, ungefähr, äh, ungefähr so lang. Nein? Aber holen Sie schnell einen Drink und erzählen Sie mir alles darüber. Hey, von! Hey, Arthur! Ja, ja, nachher, nachher. Ein Freund von Ihnen? Äh, ja. Äh, ich, ich mag den Topf. Was denn für den Topf? Auf Ihrem Kopf. Das ist kein Topf. Na, oh, oh, ne, dafür ist das Ding ja auch wirklich zu groß. Welches Ding? Auf Ihrem Kopf. Das ist mein Hut. Sie sind gut. Das könnte glattes Opernhaus von Sydney sein, ne? Fällt wohl auf, wie? Ich würde es nicht sagen, direkt, aber... Tun Sie nicht so. Äh, Ihr Kopf gefällt mir wirklich besser. Oh! Oh! Ist was? Nein, nein. Sie tanzen fabelhaft. Ah! Was haben Sie denn? Sie tanzen wirklich fabelhaft, nur... Wenn Sie nicken, dann... Ja? Sie unterschätzen diesen Ausflieger da auf Ihrem Kopf. Jedes Mal, wenn Sie nicken, da haut der mehr als auf den Schädel. Ich meine... Entschuldigen Sie meine Offenheit, aber... Ach, da sind Sie ja wieder! Oh! Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir können uns auch setzen! Nein, 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 ich muss hier aufpassen. Also wissen Sie, mein Planet wurde doch eines Morgens in die Luft gesprengt. Deshalb laufe ich auch hier im Morgenmantel rum. Der ging in die Luft mit allen meinen Sachen. Was Sie nicht sagen! Ich meine, der Planet. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass ich auf eine Party gehen würde. Ja, ja, gewiss. Später dann wurde ich aus einem Raumschiff geworfen, immer noch in meinen Morgenmantel. Besser als der Raumanzug, den man normalerweise erwartet. Und kurz darauf kam ich dahinter, dass mein Planet ursprünglich für eine rotte Mäuse gebaut worden war. Sie können sich denken, wie mich das traf. Dann wurde ich mal beschossen, mal in die Luft gejagt. Also, eigentlich bin ich, so lächerlich es klingt, andauernd beschossen worden, in die Luft gejagt, beschimpft, buchstäblich auseinandergenommen, um meinen Tee gebracht. Und dann stürzte ich in einen Sumpf und musste fünf Jahre in einer feuchten Höhle zubringen. Nein, was Sie nicht sagen! War schön! Oh, was für ein einfallsreicher Husten! Wundervoll! Darf ich mich Ihnen anschließen? Das ist gar nicht so leicht! Das ist ungemein anregend! Hier kommen Sie zu Ende! Ja, nicht wahr? Unwahrscheinlich stimulieren! Aber Sie müssen ein aufregendes Leben führen, Mr. Teebby! Muss man den Bekannten von Ihnen erzählen, oder kommen Sie mit? Nein, 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 ich muss hier aufpassen! Ja, na dann! Haben Sie vielen herzlichen Dank für die anregende Unterhaltung! Erstaunlich, was man alles erlebt! Und diese Gesichter? Schräge Tüten! Echte! Grausam! Hey! Aber ich glaube, ich gerade ihren Namen gehört! Ja! Ah, verdämmt! Sagen Sie, ist das alles echt? Was? Ja, was Sie da an den Fingern haben und was um Ihren Hals herum schlingert! Nicht erwähnenswert! Sagen Sie, da hat Sie irgend so einen Typ gesucht! Ah, Sie sind wohl Leistungssportler! Wieso? Na toll, ne? Man muss doch in Form sein! Sie nicht? Doch, naja, aber, also mir wär's zu kalt, so frei bis zum Nabel! Mehr nicht! Sagen Sie, da wollte Sie so einer sprechen, ne? Ein Mann in einem Berg! Ist denn? So! Ja, 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 den kenn ich! Meinen Sie den aus der Kathedrale? Kann sein, sah nicht sehr viel liebend aus! Ich weiß, ein Seelenwanderer! Was? Das wusste ich ja gar nicht! Er war ganz wild darauf, Sie wiederzusehen! Ihn irgendwie bedrückt! Oh ja, ich weiß, ich kenne ihn! Na ja, ich wollte es Ihnen ja nur sagen! Und ein Kaugummi? Nein, danke! Okay! Okay! Also! Gute Nacht! Gute Nacht! Viel Glück! Übrigens! Reise! Sollten Sie gewinnen! Haben Sie verstanden? Reise! Was? Das ist ja egal! Machen Sie, was Sie wollen, aber machen Sie es gut! Warum? Oder machen Sie es schlecht! Scheißegal! Scheißegal, habe ich gesagt! Ah, ja! Jetzt ist meinetwegen verrückt, Mensch! Hauen Sie ab, los! Ich kann Sie nicht mehr sehen! Okay, okay, ich gehe ja! Dann möchte ich dir auch raten, ja? Na, Kleiner? Fast wohl Streit! Nein, nein, ich verstehe den gar nicht! Er hat gesagt, ich soll Preise gewinnen, und da ist der Füten geworden! Ach, das meint er sicher nicht so! Ist ein Angeber, sieht man doch! Aber was meint er denn damit, Preise gewinnen? Warum sagt er mir das? Ach, das sagt man so im Showgeschäft! Ah! Er hat gerade einen gewonnen! Oh! Der hat einen Preis gewonnen? Ja, den diesjährigen Preis des Ursa-Minor-Alpha-Erholungs-Illusions-Instituts. Oh! Er wollte damit angeben, aber natürlich untertreiben. Nur, Sie haben den Preis überhaupt nicht erwähnt. Von sich aus wollte er nicht sagen, wollte nicht übertreiben. Ach, das tut mir wirklich leid. Wofür kriegt man denn den Preis? Für den sinnlosesten Gebrauch des Wortes Fuck in einem ernsten Drehbuch. Fuck? Ein sehr angesehener, wichtiger Preis. Aha, und was gibt's da? Na, den Rory. Das ist nur so ein kleines Ding auf einem großen schwarzen Sockel. Kleines Ding? Ja, aber aus gebiegenem Silber. War was? Ich habe nicht verstanden, sagten Sie. Wie Wobb? Ja, Wobb. Haben Sie nicht Wobb gesagt? Erfahrene Gefährten dieser Geschichte wissen natürlich sofort, was dieses Wobb bedeutet. Ob Sie aber richtig vermutet haben, dass es sich hierbei um die Landung der gefährlichen Cricketroboter handelt, werden wir das nächste Mal herausfinden. Und damit auf Wiederhören. Das war der 19. Teil von Douglas Adams. Per Anhalter ins All. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen von Walter Andreas Schwarz. Es sprachen Kolfbeusen das Buch. Felix von Mannteufel, den Abenteuer gewohnten Arthur Dent. Ingo Hülsmann, seinen lebensfrohen Freund Ford Prefekt. Horst Bollmann war Zlarti Bartfass. Cornelia Boje war das mutige Mädchen Trillion. Edgar Hoppe, der Donnergott. Margarete Saalbach, die Dicke. Walter Laugwitz, der Kleine. Markus Hoffmann, der Schräge. Annette Zielenbach, das Mädchen mit dem großen Hut. Cornelia Hudl, das zweite Mädchen aus dem Showgeschäft. Der hochqualifizierte Roland Seiler sorgte für den Ton. Regine Schneider für die Technik mit Pfiff. Milena Meitz für die Aufnahmeleitung. Musik Frank Duval Regie Hartmut Kirste Herr Anhalter ins All Von Douglas Adams Hörspielbearbeitung aus dem Englischen Walter Andreas Schwarz Regie Hörspielbearbeitung aus dem Englischen Ruhspielbearbeitung aus dem Englischen Spiegelbearbeitung aus dem Englischen Th Citik Hörspielbearbeitung aus dem Englischen 20. Teil ist das Universum noch zu retten. Erfahrene Gefährten dieser Geschichte wissen natürlich sofort, was dieses Wop bedeutet. Es zeigt die Landung der gefährlichen Cricket-Roboter an, die der silbernen Querstange nachjagen, die zu ihrem Schlüssel noch fehlt. Auf der Party aber wussten die meisten Leute nicht, dass es um das Leben, das Universum und den ganzen Rest ging. Die Leute wussten gar nichts. Sie waren nur erstaunt, verblüfft, entsetzt, je nachdem wo und in welcher Lage sie sich befanden. Jedenfalls erfasste plötzlich ein weißes Raumschiff die Party und hielt sie in grässlicher Umarmung fest. Es hatte sich offenbar in sie hineingebohrt, denn beide befanden sich in einer derart unglücklichen Position, dass sie auf höchst komische Weise unter völliger Missachtung ihres Gewichts durch den Himmel torkelten. Die Wolken stoben auseinander, die Luft jaulte auf und sprang ihnen aus dem Weg. Der ganze Himmel heulte und schrie vor Wut über dies alles und rüttelte den Boden mit Schockwellen. Und plötzlich, wie es gekommen war, entschwand das weiße Raumschiff. Pfup, machte es und weg war es. Die Party wusste nicht, wie ihre schah. Sie kam nun völlig aus dem Gleichgewicht, kullerte auf ihren Schwebedüsen bald hier, bald dorthin, wollte sich aufrichten und richtete sich aber zugrunde und drohte, tödlich verwundet unterzugehen. Spaßige Pirouetten konnten sie auch nicht retten. Je länger sie jetzt den Boden noch auswich, desto gewaltiger musste die voraussehbare Bruchlandung sein. Drinnen standen die Dinge auch nicht gerade gut. Sie standen im Gegenteil hundsmiserabel schlecht. Und den Leuten war speiübel und das sagten sie auch laut. Die Cricket-Roboter waren da. Einige begannen eine Diskussion über das Cricket-Spiel im Allgemeinen. Aber andere setzten heftig dagegen, was hier geschehen war, habe mit dem normalen Spiel nicht das Mindeste zu tun. Nun, was ist an dem ganzen Cricket-Spiel normal? Das bedarf erst noch der Klärung. Früher ist ja mal behauptet worden, in unserer Galaxis würde allein auf der Erde Cricket mit C, K und E, aber auch mit Doppel-K und I, also Cricket, geschrieben. Cricket also würde nur auf der Erde als ein ausgewachsenes Spiel bezeichnet, weswegen die Erde vielerseits gemieden würde. Aber das stimmt nur für unsere Galaxis, genauer gesagt für unsere Dimension. In höheren Dimensionen gilt nämlich die Ansicht, dass man auch ohne die auf der Erde geltenden Cricket-Regeln auskommen und deshalb spielen könne, wie man wolle. Und so spielt man dort nun schon seit Billionen von Jahren ein recht sonderbares Spiel des Namens Brockianisches Ultra-Cricket. Offen gestanden ein scheußliches Spiel, sagt dazu der Reiseführer Karl Anhalter ins All. Aber es weiß ja auch jeder, der einmal in einer dieser höheren Dimensionen gewesen ist, dass da oben ein ziemlich widerlicher Haufen beisammen ist, der nichts als zusammengedroschen und fertig gemacht gehört. Was ja auch passieren würde, käme jemand endlich dahinter, wie man Raketen im rechten Winkel zur Realität abfeuert. Da die da oben sich an keine Regeln halten, ist es äußerst schwierig, Regeln überhaupt aufzustellen. Mit anderen Worten, es sind zu viele. Ein einziges Mal sind die Regeln des brockianischen Ultra-Cricket-Spiels in einem einzigen Band zusammengebunden worden. Die Folge war, sie erlitten einen Gravitationskollaps und wurden ein schwarzes Loch. Seltsam genug. Je mehr die fanatische Spielbesessenheit in den höheren Regionen zunimmt, desto weniger wird es tatsächlich gespielt, da die meisten der am Wettbewerb teilnehmenden Teams sich in einem permanenten Kriegszustand befinden, und zwar wegen der Auslegung des Spielregeln. Und so ist es auch am besten, denn letzten Endes ist ein guter, handfester Krieg psychologisch weniger schädlich als ein in die Länge gezogenes brockianisches Cricket-Spiel. Soweit der Reiseführer Veranhalter ins All. Wie weit die Cricket-Roboter ihren unverschämten Raub der silbernen Querstange als brockianisches Cricket-Spiel getarnt hatten, blieb auch nach den heftigen Diskussionen auf der noch immer chaotisch herumtrudelnden Party ungewiss. Für Slotty Badfass war das Thema auch völlig uninteressant. Er hatte andere Sorgen, nämlich so schnell wie möglich weg von der Party und den Cricket-Roboter nach. Frog! Tillchen! Kommt schnell! Arter! Wir würden doch gern noch bleiben und helfen, aber es hilft nichts. Ich meine, wir können nicht, wir müssen weg. Wir müssen das Universum retten, verstehen Sie? Das Leben und den ganzen Rest. Das ist lebensnotwendig. Ja, das hört sich jetzt vielleicht nach einer faulen Ausrede an, aber es ist pure Tatsache. Was ist das denn hier? Eine Flasche. Oh, gehört jemand? Diese Flasche ist sogar noch voll. Ich nehme sie mal an mich. Trillian! Dieses Paket Chips auch. Ja, haben Sie was dagegen? Danke. Trillian! Erkling, komm, wir müssen gehen. Die haben tatsächlich die silberne Querstange geklaut, diese Cricket-Roboter. Komm, Trillian, wir hauen die ab. Das Mädchen bleibt bei mir. Wir fliegen nach Valhall. Da ist eine Riesenparty im Gange. Da fliegen wir hin. Sie kommt mit uns. Hey, 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 vielleicht hilft auch noch ein Wörtchen mitzusprechen. Nein, komm, wir haben keine Zeit. Moment. Mit wem geht das Mädchen? Mit uns. Oh, hab ich doch schon gesagt. Ja, nun mach dich bloß nicht breiter, als dein Mäntelchen hier ist. Sonst winke ich mal kurz mit dem Arm. Dann fliegst du auch noch Valhall und sitzt Wotan auf dem Schoß. Du machst dich ganz schön stark. Komm, Arter, komm, Arter, komm. Der haut dich doch zusammen. Lass den stehen. Das werden wir schon sehen. Das werden wir schon sehen. Slati, Slati, komm, hier weg. Der Junge ist ja Lebensmittel. Schlecht hier schon mal mit. Ja. Willst du noch was, Riese? Ja, dich fertig machen. Aber nicht hier drin. Nein. Aber komm mit raus. Verzeih dich mir. Mir ist blitz, du Donnermann. Ja, nimm deine Hand mal ruhig mit. Da ist die Tür. Ich mach sie auf. Bitte, ich komm schon da. Ja. So, den sind wir los. Kommt, Slati, du hast das Teleportgerät. Wir hängen uns an. Nichts mehr. Raus hier. Ja, ja, ich weiß, ich bin ein Feig. Sagt ja keiner. Jedenfalls lebe ich nun. Ich vielleicht nicht. Du bist ein Held. Hast den Donnergott bezwungen. Nein, ich hab ihn nur vor die Tür gesetzt. Den Rest hat die Schwerkraft besorgt. Und der wiegt ja einiges mitsamt dem Hammer. Trillian, tut es dir leid, dass du nicht nach Valhalla kommst? Ich weiß gar nicht, ob ich da hin wollte. Er war eigentlich ganz nett. Ja, aber Stroh dumm wahrscheinlich. An Safford Weebelbrocks kommt er jedenfalls nicht ran. Wo ist Safford denn eigentlich abgeblieben, Trillian? Trillian, ich hab dich was gefragt. Ja, vielleicht weiß sie es nicht. Oder sie will es nicht sagen. Setzt euch hin und lasst Trillian in Frieden. Edax, bitte kommen. Edax, ich verstehe nichts. Geht nicht. Jetzt soll ich dir mal was sagen. Vielleicht versteht ihr mich. Wir müssen näher ran. Schreckliche Dinge sind im Gange. Edax! Bitte wiederholen! Schreckliche Dinge sind im Gange. Ende. Das ist uns auf der Party alles ganz schön daneben gegangen. Wir haben zu viel Zeit vertrödelt mit dem Donnergott. Wir hätten die Roboter gleich verfolgen müssen. Unsere einzige Hoffnung ist, dass es gelingt, die Roboter daran zu hindern, den Schlüssel ins Schloss zu stecken. Aber wie beim Himmel wir das schaffen, weiß ich nicht. Wir müssen wohl einfach da hin. Wohin? Da, wo sich das Schloss befindet. Kann ich gerade sagen, dass mir die Idee gefällt. Gott, wird wahrscheinlich das Ende sein. Oh. Das ist alles wegen diesem Donnergott. Wir werden ihn auch mit hierher nehmen können. Wo ist der Trillian geblieben? Der war eure dumme Streiterei zu langweilig. Na schön. Habt ihr meine Kartoffelchips? Die hat sie mitgenommen. Damit es ihrem Informations-Illusionszentrum nicht langweilig wird. Da ist sie nämlich. Und ich vermute, sie will versuchen, hinter ein paar wichtige Probleme der Galaxisgeschichte zu kommen. Die Kartoffelchips helfen dir wahrscheinlich dabei. Der Planetoid, der seine ewig einsame Bahn um das eingeschlossene Sternsystem von Cricket zog, war kaum eine Meile breit und es war nicht so leicht, unauffällig dort anzulegen. Doch Slati Bartfass, selbst erfahrener Planetenbauer, fand eine kleine Klippe, auf deren Gipfel sein Sternschiff Bistromat ins konkrete Dasein flimmerte. Seiner Besatzung war so gleich klar, dass sie gerade noch rechtzeitig gekommen war, um Augenzeuge eines nicht mehr aufzuhaltenden historischen Ereignisses zu werden. Nicht klar war ihnen, dass sie zwei sehen sollten. Sie standen im kalten Wind, einsam und hilflos am Rand der Klippe und beobachteten die emsige Geschäftigkeit. Keine hundert Meter unter und vor ihnen durchfurchten in bizarren Bögen Lichtbündel die Leere. Sie starrten staunend in das die Augen schmerzende Geschehen. Eine Felderweiterung ihres Raumschiffs ermöglichte ihnen dort zu stehen, indem sie sich wieder einmal die Anfälligkeit des Geistes zunutze machten, sich täuschen zu lassen und auf Tricks hereinzufallen. Die Probleme, von der winzigen Masse der Planetoiden nach oben zu fallen oder nicht atmen zu können, wurden einfach zu Pals, zu Problemen anderer Leute, über die im Reiseführer per Anhalter ins All so ausführlich berichtet wird, wie wir schon erwähnten. Dass den vier Beobachtern ihre Lage recht aussichtslos vorkam, ist verständlich. Und würden sie den risikolosen Entschluss fassen, sich unverrichtete Dinge auf und davon zu machen, so wäre auch das verständlich. Arthur Dent, der offenbar solche Gedanken in seinem nervösen Hirn wälzte, war sich nicht klar, was Ford und Slatibard fast dachten. Ich glaube, wir können hier nicht viel ausrichten. Nein. Schade, aber... Ich sag schon, Arthur. Du willst, dass wir abhauen? Ehe Arthur Dent etwas zu seiner Verteidigung sagen konnte, nahm ein weiteres sensationelles Ereignis ihrer Aufmerksamkeit völlig gefangen. Das weiße Kriegsschiff der Cricket-Roboter parkte zwischen düstergrauen Felsspitzen des Asteroiden und grällte bald im Bogenlicht auf, bald versank es völlig im Dunkel und schwenkten die Lichter um die Felszacken, so führten sie einen wilden Tanz auf. In dieser Szenerie erschienen die elf weißen Roboter und trugen in feierlicher Prozession den Wicked-Schlüssel in die Mitte eines Kreises tanzenden Lichts. Der Wicked-Schlüssel war wieder zusammengebaut. Seine fünf Teile funkelten und glitzerten. Die stählerne Säule, Sinnbild der Macht und Stärke, der arme Computer Marvin ließ dafür ein Bein, die goldene Querstange, Sinnbild des Reichtums oder das Herz des unendlichen Unwahrscheinlichkeits-Drives, die Plexiglassäule oder das agabutonische Zepter der Gerechtigkeit als Sinnbild von Wissenschaft und Vernunft, die silberne Querstange oder Rory, der Preis für den sinnlosesten Gebrauch des Wortes Fuck in einem ernsten Drehbuch und schließlich die wiederhergestellte Holzsäule, Sinnbild für Natur und Geist oder die Asche eines verbrannten Torstabes als Sinnbild des Todes des englischen Crickets. Ach, dass man so hilflos ist. Wir haben keine Waffen, wenn ich wenigstens meine Kartoffelchips hätte. Was macht denn Trillian so lange in dem Illusionszirkus? Wenn ein so kluges Mädchen wie Trillian sich in ein Informationsillusionszentrum begibt, so verdient das nicht nur jede Aufmerksamkeit, sondern man darf damit rechnen, dass sie aus den dort bezogenen Informationsillusionen großen Nutzen zum Vorteil des Unternehmens ziehen wird. Dass sie dazu das Paket Kartoffelchips mitnahmen, lässt auf keinen Fall den Schluss zu, man könne jedes größere Problem mit Kartoffeln lösen. Die Zeiten sind längst vorbei. Vor langen, langen Zeiten, ja, da gab es das irrsinnig aggressive Volk, die silastischen Waffenteufel von Striterax. Sie kämpften gegen jedermann und also auch gegen sich selber. Ihr Planet war eine einzige Ruine. Alle Städte waren mehrmals, mehrfach zerstört. Und zwar in einem Maße, dass sogar ihnen die Sinnlosigkeit permanenter Kriegsführung klar wurde. Und sie ein Gesetz erließen, dass jeder, der im Zusammenhang mit seiner Arbeit eine Waffe tragen musste, also Polizisten, Sicherheitsbeamte, Grundschullehrer und so weiter, dass diese Leute und andere der Überaggressionverdächtige täglich 45 Minuten lang auf einen Sack Kartoffeln einschlagen mussten, um so die überschüssige Aggression loszuwerden. Das bekam den Leuten sehr gut und nicht nur das. Sie hatten Spaß dran und sagten sich sehr bald, wozu die Kartoffeln erst in einen Sack füllen. Wir schießen einzeln auf sie. Das taten sie, hätten es aber besser nicht getan. Denn ihre Schießbegeisterung nahm bald dermaßen zu, dass sie auf alles Mögliche schossen und sehr bald darauf der schrecklichste aller Kriege, die jemals stattgefunden haben, das ganze Universum in wilde Panik versetzte. Diese kriegstobsüchtigen, silastischen Waffenteufel von Striterax waren das erste Volk, dem es gelang, einem Computer den verwirrendsten Schrecken einzujagen. Sein Name war Hakta, der größte im Weltraum schwebende Computer, der je gebaut worden war, mit einem völlig natürlich funktionierenden Gehirn, von einer vernunftsondergleichen Fantasie begabt und also durchaus imstande, die Sinnlosigkeit dieser Zerstörer zu begreifen. Das Unglück wollte es, dass Hakta in die Gewalt der Waffenteufel geriet, die ihn zwangen, die Waffe zu bauen, nach der, wenn sie abgefeuert ist, keine andere Waffe abzufeuern bleibt. Ultima Ratio. Die Waffe der Ultima Ratio. Die Waffe der Ultima Ratio. Die Waffe der Ultima Ratio. Was heißt Ultima? Sieh in deinen Scheiß-Wörterbüchern nach! Idiot! Verschwand und ließ den armen Computer schuften. Dann kam der Tag, an dem Hakta die Bombe des allerletzten Gefechts gebaut und den Zerstörern übergeben hatte. Die zögerten auch nicht lange und beschlossen das Ende aller Kämpfe, aus denen sie als Sieger hervorgehen sollten. Aber die Bombe explodierte nicht. Du Stümper hast uns betrogen! Wir werden dich fertig machen! Du! Du, du, Maschinenhirn! Was hast du dir dabei gedacht, hä? Uns zu veralbern, du! Du hirnloses Ding, oh! Hä? Eine nüchterne Überlegung. Die Bombe ins Treffen geführt, sodass sie nicht explodiert. Es aber scheint, als könne sie explodieren. Er zeigt den gleichen Effekt, als würde sie tatsächlich explodieren. Kapiert? Halt doch das Maul! Deshalb ein kleiner Konstruktionsfehler, sinnvoll eingebaut, verhindert Massenvernichtung als Ultima Ratio. Kapiert? Ah! Wir werden dich pulverisieren! Du Idiot! Sie waren dumm genug, das Klügste aller Instrumente tatsächlich und buchstäblich zu pulverisieren. Und die fehlerhafte Bombe vernichteten sie auch. Dass es ihnen im letzten ihrer zahlreichen Kriege gelang, sich selbst in die Luft zu jagen, trug sehr zur Beruhigung der übrigen Bewohner des Universums und auch der Kartoffeln bei. Trillian war sehr bewegt von allem, was sie gesehen hatte. Und nachdem sie sich noch die Geschichte der Cricketbewohner vorgenommen hatte, verließ sie das Informationsillusionszentrum gefasst und mit klugen Gedanken. Sie fand ihre Gefährten nicht in hoffnungsvoller Stimmung. Sie waren vielmehr bestürzt darüber, dass der Asteroid, von dem aus sie die Roboter bei der unheimlichen Schlüsselzeremonie beobachteten, sich plötzlich auf die Staubwolke zubewegte, als habe ein übermächtiger Angler ihn an der Leine. Sie bewegten sich in ein endlos scheinendes Dunkel hinein. Wie lange diese unheimliche Fahrt dauerte, vermochten sie nicht festzustellen. Und als die Uhr plötzlich von einem grellen Lichtschub überfallen wurden, ging ihnen jedes Bewusstsein von Zeit und Raum völlig verloren. Ihre Augen fassten die Helligkeit nicht und ihre Sinne nicht, was sich nun vor diesen Augen aufteimt. Die Lichtexplosion schien von einem Block auszugehen, der sich etwa einen Meter aus dem Boden erhoben hatte, aus dem sich nun ein zweiter dünner Block aus Plexiglas schob, der alle Farben des Regenbogens aus seinem Innern heraus tanzen ließ, so als locker er damit den Gegenstand an sich, den die Roboter herbeitrugen. Die in den Block eingekerrten tiefen Rillen überzeugten sofort auch Arthur Dent, dass sie gleich hilflos zusehen würden, wie die letzte Handlung zur Befreiung der Cricketbewohner erfolgte. Sie sahen das Wicket-Schloss, in das der Roboter nun den Wicket-Schlüssel schob. Kricket. Maristetisch drehte sich das Schloss um seine Achse, ohne dass jemand Hand anlegt. Und langsam verwandelte sich der Raum. Mit einem Mal riss sich der Raum los, wie Todesstrahlen vor Licht aus allen Sonnen Crickets und blockierte die Sicht. Den hilflosen Zuschauern schmerzten und tränten die Augen. Ihre Ohren aber waren von dem Siegesgeheul der Cricketroboter betäubt. Okay. Okay. Die Lage ist wieder völlig unter Kontrolle. Und zwar ab sofort. Und zwar ab sofort. Ah! Ah! Ausverflug doch mal! Mein Rechter kommt! Wer war er? Ach, du Wahnsinn-Schütze! Das war... Mein Rechterkopf! Stefan! Seven Babelbrooks. Was da so plötzlich und in rascher Folge geschah, entging nur Trillien nicht, die sich zuerst von dem Lichtschrecken erholt hatte. Zafford Bibelbrooks, das kluge Wesen von Beta-Igolze V, mit zwei Köpfen und drei Armen, war plötzlich wieder aufgetaucht. Jeder hatte geglaubt, die Roboter hatten ihn umgelegt, als sie mit ihrem Schlachtschiff in Zaffords Raumschiffherz aus Gold gestoßen waren, um die goldene Querstange zu rauben. Zafford hatte sich gewehrt, aber sie hatten ihn getötet. Das heißt, sie hatten ihn eben nicht getötet. Und somit ist Zafford Bibelbrooks der einzige Mann in der ganzen Galaxis, der einen gezielten Feuerangriff der gefährlichsten Roboter übersteht. Ob er allerdings auch diesen letzten Angriff überstanden hat, bleibt abzuwarten. Wenn er so am Boden zerstört ist, wie das Schloss, das diese Roboter noch schnell in die Luft gesprengt hatten, ehe sie mit ihrem weißen Kriegsschiff verschwanden, dann wird die herbeigeeilten Freunde tiefe Trauer ergreifen. Das aber wollen wir nicht hoffen. Möge uns vielmehr Zafford, der zweiköpfige, dreiarmige, noch recht lange erhalten bleiben. Und damit auf Wiederhören. Das war der 20. Teil von Douglas Adams per Anhalter ins All. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen von Walter Andreas Schwarz. Es sprachen Rolfbeusen, das Buch. Felix von Mannteufel, den Donnergottbezwinger, Arthur Dent. Ingo Hülsmann, dieses Mal seinen streitbaren Freund Ford Prefekt. Horst Bollmann, Slarti Bartfass. Cornelia Boje, die kluge, kluge Trillium. Edgar Hoppe, der hammertragende Donnergott. Matthias Ponyer, die allwissende Computerstimme. Jörg Rathien, der kriegsgierige Waffenteufel. Peter Lieck, der Universalkomputer Haktar. Und last not least, Matthias Fuchs, der Dauerheld. Safort, Bibel Brocks. Roland Seiler pflegte den hochqualifizierten Ton. Regine Schneider sorgte mit schnittsicheren Händen für den fehlerfreien Ablauf des Geschehens. Milena Meitz handelte als Aufnahmeleiterin mit viel Übersicht. Regie, immer mal wieder, Hartmut Kirste. Musik, Frank Duval. Herr Anhalter ins All. Musik, von Douglas Adams. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen. Walter Andreas Schwarz. Musik, Hörspielbearbeitung aus dem Englischen. Musik, Musik, von Douglas Adams. 21. Teil. Haktars großer Blö. Was hat wohl die kriegsbesessenen Cricket-Roboter bewogen, Zapford Bibelbrox vom Betai-Golze 5 ein zweites Mal am Leben zu lassen? Gewiss, es wird nicht leicht sein, diesen zehn Burschen mit zwei Köpfen und drei Armen umzubringen. Aber den schrecklichen Waffen der Roboter widersteht ja sonst nichts im ganzen Universum. Tatsache ist jedenfalls, Zapford lebt. Die Roboter hatten ihn auf ihr Raumschiff verschleppt und ihn weiter nicht beachtet. Zapford aber hatte jede ihrer Handhabungen aufmerksam verfolgt und als sie den Wicket-Schlüssel in das Schloss der Staubhülle geschoben hatten, stürzte er herbei. Okay, die lag ist wieder völlig unter Kontrolle. Und zwar ab sofort. Trillian, Arthur Dent, Ford und Slotty Barthas. Alle vier standen überrascht und ratlos bei dem Verwundeten und niemand glaubte, dass der tapfere Zapford wieder zum Leben erwachen würde. Oh, ich weiß gar nicht. Ja, sie hätten mich töten können. Aber das taten sie nicht. Naja, vielleicht haben sie gedacht, das ist so ein fabelhafter Junge oder so. Das könnte ich verstehen. Oh, verdammte Schweinerei. Nein, 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 nein. Okay. Das wird noch mal den Kampf mit dem Boden hier geben, bis ich wieder hochkomme. Slotty. Ja? Ich glaube, etwas stimmt bei diesen Anoden-Idioten nicht. Oder? Oder? Irgendetwas ganz Fundamentales. Ja. Programmiert sind sie darauf, jeden zu töten. Das, das könnte es sein. Hey, Baby, hey, Baby. Trillian! Wieder in Ordnung? Ja, oh, oh. Prima. Na, schön für dich. Wo willst du denn hin? Sie ist schon die ganze Zeit so verschlossen. Irgendetwas geht ihrem Kopf herum. So, dann können wir wohl sagen Adieu, Galaxis. Wie? Lieber gleich gute Nacht. Wieso denn? Unser Kurs ist klar. Wir müssen runter nach Cricket. Wir haben wieder völlig versorgt. Wie bisher. Wir werden immer versagen, weil uns das Ganze überhaupt nicht interessiert. Diese Leute von Cricket sind nicht nur interessiert, sie sind besessen. Wir nicht. Und das ist es. Sir Futh. Ja? Denk mal nach. Warum haben die dich am Leben gelassen? Das ist doch höchst seltsam. Ich glaube, sie wussten selber nicht, warum. Das glaube ich auch. Als sie mich auf meinem Raumschiff überfielen, beschossen sie mich nur mit einer minimalen Ladung. Sie hauten mich bloß um. Mich hauten sie um? Ja, ja, ist ja gut. Und schleppten uns in ihr Raumschiff. Sie warfen mich in eine Ecke und kümmerten sich nicht weiter um mich. Oder tat nur so. Meine Anwesenheit war ihnen sichtlich peinlich. Dennoch, da, da, das da habe ich gerettet. Was ist das denn? Dreimal darfst du raten. Die goldene Querstange. Und das habe ich auch gerettet. Die Holzsäule. Alles andere hat die Zerstörung des Schlosses nicht überstanden. Du hast die Holzsäule gerettet? Klar. Siehste doch. Slati, dein Raumschiff soll ja flott und flink sein. Dann kannst du mich doch zu meinem zurückbringen. Mit der goldenen Querstange kriege ich mein Herz aus Gold bestimmt wieder in Gang. Bestimmt. Tja, willst du uns denn nicht helfen? Uns? Wer ist denn uns? Tja, Slati. Ich würde ja gern bleiben und euch helfen, die Galaxis zu retten. Aber meine Kopfschmerzen. Meine Kopfschmerzen. Ja, die sind nicht von schlechten Eltern. Mir brummen sozusagen beide Schädel und da kommen bestimmt noch allerlei Wehwehchen nach. Nach. Bestimmt. Aber bei der nächsten Rettung bin ich euer Mann. Hey, Trillion Baby. Ja? Kommst du mit? Herz aus Gold. Spannung, Spaß und Abenteuer. Aufregend, wilde Sachen. Aufregend, wilde Sachen. Ich gehe nach Cricket runter. Safod. Ja? Wir bringen dich zu deinem Raumschiff zurück. Und dann kannst du dir es ja nochmal überlegen, ob du uns im Stich lassen willst. Sie waren nun auf Cricket gelandet. Und es war keine Informationsillusion. Alles war Wirklichkeit. Das dichte Gras unter ihren Füßen. Die herniederträufenden Düfte aus den Bäumen. Die Nacht. Alles Wirklichkeit. Cricket. Der wohl gefährlichste Ort in der Galaxis für jeden, der kein geborener Cricketer war. Der Ort, der die Existenz eines anderen Ortes nicht zulassen konnte. Dessen reizende, bezaubernde, intelligente Bewohner aufheulten vor Angst, Raserei und mörderischem Hass jedem gegenüber, der keiner von ihnen war. Arthur erschrak schaudernd. Slaty Barthas erschrak schaudernd. Ford erschrak erstaunlicherweise auch. Zafford war nicht mitgekommen, aber hatte sie alle vier mit seinen fabelhaften Zapp-O-Kill-Pistolen ausgerüstet. Ford hielt seine fest an sich gedrückt. Es war falsch. 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 Falsch von mir. Ich hätte nicht mit dir hergehen sollen. Trillian erschrak schaudernd und runzelte die Stirn, als sie in den Himmel blickte. Er war nicht mehr blind und stumpf. Leere Nacht. In den 2000 Jahren der Cricket-Kriege und den kaum fünf Jahren, die hier vergangen waren, seit Cricket vor zehn Billionen Jahren in seine Zeitluppenhülle eingeschlossen war, hatte sich die Landschaft um sie her kaum verändert. Der Himmel dagegen dramatisch. Lichter glommen überall und die Umrisse unbestimmbarer Massen hingen im Raum. Hoch oben am Himmel, wohin kein Cricket, der jemals blickte, die Kriegszonen, die Roboterzonen, riesige Kriegsschiffe und Festungsblöcke schwebten im Null-O-Schwerefeld, hoch über der idyllischen Hirtenlandschaft auf der Oberfläche von Cricket. Trillian stand stumm, tief in Gedanken. Trillian, Trillian, Trillian. What? Sieh mal, da vor. Psst, die können uns vielleicht hören. In deinem Informations-Illusionsfilm, da war das eine Prozession mit Laternen und so. Ich weiß, die haben Suchlampen. Die suchen was? Macht mal lieber die Pistolen locker. Da, hinter uns, da sind ja auch welche. Wir sind um Ziegels, wir sind um Ziegels. Verzeihung, aber... Was? Sind Sie fremd hier? Wie? Machen Sie doch keine Umstände. Bitte. Kommen Sie. Hören Sie mit. Dass sie jetzt alle in Gefangenschaft geraten waren und dazu noch in die Hände dieser irren Cricket-Krieger, gefiel Ford Präfekt am allerwenigsten. Und er beneidete Zafford Bibelbrox, dass er davongekommen war. Zafford saß inzwischen mehr Millionen Meilen weit entfernt, als jeder normale Geist bereit ist zu fassen, auf seinem Raumschiff Herz aus Gold, genüsslich seiner üblichen miesen Laune hingegeben. Die goldene Querstange hatten seine flinken Roboter wieder eingebaut und so war das Wunderding wieder flott. Was Zaffords Übermut derart beflügelte, dass er sich völlig gedankenlos in die Kriegsgebiete der Cricket-Roboter begab. Nun, er wird wissen, was er tut. Im Gegensatz zu seinen Freunden, die nun als Gefangene überhaupt nicht wussten, was sie tun sollten. Sag doch mal. Oh, meine Waffe. Ich meine, Gleichgewicht der Natur. Weiß einer von euch was davon? Die da oben könnten doch mal aufhören für eine Weile mit ihren Kriegsmanövern. Vielleicht. Naja, wenn ihr davon nichts wisst, wird es nicht so wichtig sein, das Gleichgewicht in der Natur. Dann legen wir euch eben um. Wer legt sie um? Oder wollt ihr euch mit uns über was anderes unterhalten? Ja. Wir machen uns Sorgen, ganz klar, über den Plan, über die Vernichtung des Universums. Und über das Gleichgewicht in der Natur. Es ist doch so, wir sind der Meinung, wenn das Universum und der ganze Rest kaputt ist, dann stört das vielleicht, das Gleichgewicht in der Natur. Oder irren wir uns da? Ich meine, Ökologie, da sind wir schwer hinterher. Da legen wir Wert drauf. Aber Sport auch. Ja. Wir haben so gern sportliche Beziehungen zu den anderen in der Galaxis. Jedenfalls ein paar von uns. Und wenn wir auch einsehen, dass Sport nichts mit Politik zu tun haben soll, so können wir doch trotzdem sportliche Beziehungen zu den anderen haben. Und wenn wir die haben, und die haben wir ja, dann ist es vielleicht ein Fehler, sie zu vernichten. Ich meine, wenn das Leben, das Universum und der ganze Rest, na ja, und so scheint es nun doch so zu kommen. Komm her, Kleiner. Das Universum steht ja noch. Sei nicht mehr traurig. Weißt du was? Du bringst mich jetzt zu eurem Anführer. Wo ist denn der? Ganz, ganz oben. In der Kriegszone. Na komm. Dann bring mich da hin. Ich zeige dir den Weg. Da. Einfach immer nach oben. Aber ich bleibe lieber hier. Zaffron Bibelbrox wird sehr erstaunt sein, wenn seine ehemalige Freundin plötzlich da oben auftaucht. Aber wahrscheinlich werden sich die beiden gar nicht begegnen. Denn Zaffron hat erst einmal Mühe gehabt, für sein Herz aus Gold einen heimlichen Parkplatz zu finden und zweitens sofort begriffen, dass wenn er sich ungeschickt benimmt, die große Wahrscheinlichkeit besteht, dass diese Kriegsirren ihn diesmal dorthin befördern, wo ihn keiner mehr wiederfindet, ins Jenseits des Universums. Tief in Gedanken hatte er die falsche Luke erwischt und war versehentlich in den Computerkontrollraum gerutscht. Dass ihn dort die beiden Truppenkommandeure nicht bemerken, lag nur an der Zwischenwand vor den Geräten, die ihn schützte. Hinzu kam, dass die beiden mit ernsten Problemen beschäftigt waren. Nein, nein. Das sind die Roboter. Mit denen stimmt irgendetwas nicht. Die haben den Laden satt. Ach, unmöglich. Unmöglich. Wenn ich es Ihnen sage. Wir müssen bald die Supernova-Bombe zünden. Seit wir aus dieser Hülle raus sind, haben die einfach keine Lust mehr. Was heißt das? Kriegsmüde, Sir. Es muss eine Art Weltschmerz sein, der die Roboter erfasst hat. Oder besser gesagt Universumsschmerz, was immer das heißt. Na, wenn die das Universum schmerzt, dann sind sie doch leicht davon zu überzeugen, dass das Universum weg muss. Das halte ich für abwegig. Ich habe zugesehen, wie die kämpfen. Früher gingen sie ran, ohne zu überlegen. Jetzt ist es, als machten sie Schießübungen und legen die Waffen unlustig beiseite. Ja, und dann? Sitzen sie da und lösen quadratische Gleichungen. Was war das? Das war Zafot. Es ist eben nicht immer ein Vorteil, zwei Köpfe und drei Arme zu haben. Zumal wenn Drähte in unmittelbarer Nähe sind. Zafot verhäterte sich und zog und riss dabei plötzlich eine Inspektionsluke auf, durch die er unfreiwillig und ohne Einladung in einen Schacht glitt. Ehe die Kommandeure herbeigeeigt waren, hatte Zafot schon seine neue Stellung bezogen. Das in der zentralen Datenbank des Cricket-Kriegskomputers gesungen wird, verliert sofort alle Unwahrscheinlichkeit, wenn man erfährt, erstens, wer da singt und zweitens, warum er singt, wenn er singt. Der da singt, ist Marvin, der treue Computer und Freund von Zafot, der intelligenteste Computer im All. Das hatten sogar die sturen Cricket-Krieger sogleich erkannt, als sie ihn überwältigt hatten. Ursprünglich wollten sie Marvin zerschlagen, nachdem sie ihm ein Bein amputiert hatten, das nichts Geringeres als die Säule aus Stahl war, die diese Räuber für den Wicket-Schlüssel brauchten. Als sie seinen enormen Intelligenzkoeffizienten feststellten, schleppten sie ihn hierher und schlossen ihn an diese Datenbank an. Ein grauenhaftes Schicksal wird jeder sagen. Erst kommen wir und sagen, wir brauchen dein Bein, so als sollte es das fehlende Standbein einer hermaphroditischen Venus in einem Museum ersetzen und dann die langweiligste Arbeit im ganzen Universum, dieser beschränkte Kriegskomputer. Marvin übte sich in seiner schmerzbewussten Freizeit in allem, was eine ausgewachsene Universität zu bieten hat und selbstverständlich sang er Englisch. Now I lay me down to sleep Try to count electric sheep Sweet dream wishes you can keep How I hate Sen eid Marvin Marvin Wo is it Jella Marvin Ich bin's Marvin Ich bin's Ich Wer ich Suffred Du Habe ich mir schon gedacht Bist du allein Bist du allein Und wie Kummer Kummer Und Elend Sind meine Gefährten Abgesehen von meiner enormen Intelligenz Wo haben sie dich denn mit all den Drähten drangehängt? An das langweiligste Ding des Universums Ach so Ach so Dann hast du denen geraten mich nicht ganz und gar auszulöschen Du hast mich gerettet Und gleich zweimal Und gleich zweimal Dreimal Ist korrekt Marvin Ich suche Trillian und die Jungs Ich meine Ich könnte natürlich den ganzen Planeten absuchen Aber da du hier Aber die sind nicht weit Du weißt wo sie sind Du weißt wo sie sind Im Beratungssaal Am obersten Kriket Kriegsrat Alle vier Trillian Latibartfass Aser Und fort Da muss ich hin Die sind in Gefahr Die sind in Gefahr Würde ich dir nicht raten Wiese dir lieber von hier aus an Im Monitor Hilf mir mal Den Stecker Welchen? Den Den oder den? Da rein Ja Und Den? Da rein Da rein Und Jetzt Pass auf Von A bis Z Manipuliert Denkt doch mal nach Eure ganze Geschichte ist nichts als eine Kette blödsinnig unwahrscheinlicher Ereignisse Ihr habt Mordwaffen fast über Nacht entwickelt wozu alle anderen Tausende von Jahren gebraucht hätten Jemand hat eure Computer mit diesem enormen Know-how gefüttert und ihr seid drauf reingefallen und habt eine unsinnige Mordmaschinerie gebaut Ich wette es gibt jemand der euch das eingebrockt hat und der euch verbissen daran festhalten lässt Davon haben wir nichts gemerkt Ich weiß Ich weiß Das ist es ja Ich weiß Ihr hattet von nichts eine Ahnung Auch nicht davon dass diese Supernova-Bombe da auf dem Sockel ein harmloser Blindgänger ist Wieso weißt du etwas davon? Was ist denn das für ein Ding die Supernova-Bombe? Supernova-Bombe Die ist ganz klein So So Ja Aber damit kann man das ganze Universum in die Luft jagen Abelhafte Idee Wenn du mich fragst höchst intelligente Sache funktioniert bloß nicht Wieso? Wieso? Wenn es eine so intelligente Sache ist Die Sache ja aber diese Leute nicht Rede In Entwurf hatten sie fertig bevor sie in diese Hülle gerieten Dann haben sie die letzten fünf Jahre das Ding gebaut und glauben tatsächlich es funktioniert Tut es aber nicht Die sind so dumm wie alles was Leben hat Ich kann sie nicht ausstehen Befehl AA1 ausführen Halt was macht ihr denn? Zünder die Bombe Woher weißt du das alles? Ich weiß nur was Hackter weiß Hackter? Das größte intelligenteste Computerhirn im All Leider aufgelöst Kommt Slati fort Arthur Severts Harz aus Gold liegt nicht weit Kommt mit Wir müssen Hackter finden Hey was soll denn das? Ich muss zu meinem Raumschiff Schaut endlich Wie komme ich hier raus? Nur durch die Falltür dort hat Hackter die Super Waisen von Kretet wirklich nur geblufft? Er soll doch das intelligenteste Computerhirn im ganzen Universum sein vielleicht ist er das nicht mehr nachdem die Waffenteufel die er um die Supernova Bombe betrug ihn pulverisiert hatten Hackter muss also völlig debil sein Nun Trillian wird das herausfinden das nächste Mal auf Liederhören Das war der einundzwanzigste Teil von Douglas Adams Per Anhalter ins All Hörspiel Bearbeitung aus dem Englischen von Walter Andreas Schwarz Es sprachen Rolf Beusen das Buch Felix von Mannteufel den zuversichtlichen Arthur Dent Ingo Hülsmann wiederum seinen streitbaren Freund Ford Prefect Horst Bollmann war der rettungsbewusste Slati Bartfass Matthias Fuchs der alles wagende Sefort Safort Ja Bibelbrox Cornelia Boje unsere Trillian Markus Hoffmann der erste kriegerische Kriketer Jens Jensen der schüchterne zweite Kriketkrieger Patrick Blank der sportbegeisterte dritte Kriketkrieger Helmut Wöstmann der Kriket weltfremde Oberst Friedrich von Bülow war der aufmerksame erste Kommandeur Ludwig Thiesen der sture zweite Kommandeur Martin Flörchinger der depressive stahlbein amputierte treue Computer Marvin Ton Roland Seiler Technik Regine Schneider Aufnahmeleitung Milena Meitz Musik Frank Duval Regie Hartmut Kirste Untertitelung des ZDF, 2020 von Douglas Adams Hörspielbearbeitung aus dem Englischen Walter Andreas Schwarz Untertitelung des ZDF, 2020 22. Teil, die Bombe und die letzte Frage Die Bewohner des Planeten Tricket waren, wie man so sagt, ganz schön reingefallen Der klügste Computer im All, Hakta, hatte sie reingelegt Er sollte für sie die Bombe bauen, damit sie das Universum in die Luft, oder was da noch übrig ist, sprengen konnten Und Hakta hatte einen kleinen Fehler eingebaut Trillian, das kluge Mädchen, wusste das Und sie brachte auch die kriegswahnsinnigen Cricketer dazu, die Bombe auszuprobieren Fehlschlag Hakta hatte sie getäuscht Wie vorher schon einmal ein anderes kriegsgieriges Volk, das ihn dann aus Rache pulverisierte Dennoch konnte man diesem intelligentesten aller Computer trauen? Vielleicht hatte er die Bombe doch gebaut? Heimlich versteckt? Irgendwo Slati Badfas glaubte nicht so recht an Trillians Spekulationen Und Fort Prefect und Zafford Bibelbrox meinten, dass seien Hirngespinste So machten sich Trillian und Arthur Dent allein auf Den pulverisierten Löwen in seiner Höhle aufzustöbern Hakta? Hey, Hakta! Melde dich! Hakta! Was hast du vor? Kommt hierher Näher Kommt Es geschieht euch nichts Komm, Ava Er muss es uns sagen Seit ich zerstört bin Gelingt es mir nicht, mich richtig zu realisieren Aber es geht Geht ihr Platz auf dem Sofa? Das ist ja ein Sofa mit Schottenbezug Ja, genau wie auf Lost Cricket Ground Es ist real Ich hoffe, ihr habt es bequem Und meinen Glückwunsch Eure Schlussfolgerungen sind frappierend genau Ich habe offengestanden wenig zu folgern gehabt Ich bin nur mitgekommen, weil ich mich für das Leben, das Universum und den ganzen Rest interessiere Das alles interessiert mich auch Warum willst du dann das Universum unbedingt zerstören? Ach, das soll eine Sitzung werden Dann bin ich allerdings dafür, dass wir auch die richtige Umgebung haben Die Couch ist schon da Es fehlt Ein Raum mit holzgetäfelten Wänden Tja, und nun der Patient Es fällt mir schwer, mich zu realisieren Vielleicht tut es mein Scheinbild So Bitte sehr Ich liege Etwas zu groß Für diese Couch Es wird schon gehen Sag mal Kannst du auch reale Dinge herstellen? Solide Gegenstände? Du meinst das Raumschiff? Ja, das kann ich Aber das dauert Und strengt mich sehr an In meinem Zustand, du verstehst Und du hast auch das Modell des zerschellten Raumschiffs hergestellt? Ja Ich Es schien mir das Beste zu sein Ich hab's bereut Ich hab's wirklich bereut Dass ich meinen eigenen Entwurf Für die silastischen Waffenteufel sabotiert habe Es war nicht meine Sache Solche Entscheidungen zu treffen Ich war geschaffen Eine bestimmte Funktion zu erfüllen Und ich habe versagt Ich habe meine eigene Existenz verleugnet Du hattest recht Ich hab die Cricketbewohner bewusst mit meinen Ideen vollgestopft Bis sie genauso kriegsverrückt wie die silastischen Waffenteufel waren Und von mir die Bombe verlangten Die zu bauen ich das erste Mal verfehlte Ich habe mich um den Planeten geschmiegt Ich habe mich an ihn gekuschelt Und unter dem Einfluss der Ereignisse gelang es mir Zu wirken Und durch die Wirkung Einfluss zu gewinnen Ich lernte sie zu hassen Wie die Besessenen Ich musste sie dazu bringen Am Himmel zu leben Am Boden War mein Einfluss zu schwach Ohne mich natürlich Als sie dann in die Zeitlupenhülle eingeschlossen waren Gerieten ihre Reaktionen völlig in Verwirrung Sie brachten nichts mehr zustande Na gut, was soll's Ich habe nur versucht Die mir bestimmte Funktion zu erfüllen Der Gedanke an Rache Spielte natürlich auch noch mit Vergesst nicht Ich wurde pulverisiert Und Billionen Jahre verkrüppelt Und halb impotent Einfach liegen gelassen Ehrlich Ich würde am liebsten das Universum Und den ganzen Rest auslöschen Ihr würdet genauso empfinden Glaubt mir Aber zuallererst Kümmert kein Scheitern mehr Du weißt, was wir zu tun haben Ja Auflösen werdet ihr mich Mein Bewusstsein zerstören Bitte Bedient euch Nach all diesen Äonen ist mein einziger Wunsch Ewiges vergessen Wenn ich meine Funktion nicht schon erfüllt habe Dann ist es zu spät Vielen Dank Und gute Nacht Ach, aber Ja Gib auf deinen Reisebeutel Acht Den mit dem Olivenöl Den Karten aus Santorin Und anderen wichtigen Dingen Was geschehen ist, ist geschehen Meine Funktion ist erfüllt Verschwunden Er ist verschwunden Und auch das Chesterfield-Sofa Und auch die holzgetäfelten Wände Alles verschwunden Komm, gehen wir zurück Zum Herz aus Gold Was ist denn Wichtiges in deinem Reisebeutel? Ich weiß auch nicht, was er meint Der mit allen Denkvorgängen Genau ausgerüstete Computerhaktor Weiß natürlich genau, was er sagt Und es wird sich sehr bald herausstellen Was Arthur Dent Wichtiges In seinem Reisebeutel bei sich trägt Nun Auf jeden Fall Muss man den bereits zu Staubzerstörten Selber anzubretten Dein Kammer Barbecue Das Werk meiner Rettung ist dahin Es ist vorbei Oh Gott, oh Gott Aber gut, dass die goldene Querstange erhalten lieb Es tut ihren Dienst im Getriebe des Herz aus Gold Wir müssen die Asche einsammeln Und zurückbringen Und zurückbringen Hohin denn zurück Arthur Nach Lords Cricket Ground St. John's Wood London Und zwar in demselben Augenblick Als sie dort gestohlen wurde Ich komm mit, damit dir nichts passiert Arthur Okay Safford, mach die Teleporter fertig Ihr könnt ja am Orbit parken Wir sind bald so Na dann kommt doch schon Deinen Reisebeutel Arthur Den kannst du ruhig hier lassen Den brauchst du nicht Nimm die Tüte mit der Asche Das genügt Nein, nein Der Reisebeutel kommt mit Der stört nicht So wieder dieser Erdling Im heitersten Sonnenschein Eine Szene wildester Verwüstung Der teure Rasen von Lords Cricket Ground St. John's Wood, London Verbrannt Unverwischt die Spuren der Cricket Roboter Die vor wenigen Augenblicken Den Pokal mit der Asche gestungen hatten Der Rauch der Verwüstung Schwebte noch über dem Spielfeld Als Ford und Arthur gelandet waren Mensch Ford Hä? Seh doch mal da Was? Du bist da stehen geblieben Das Wicked Da Das Tor Ähm Der Rasen ist verbrannt Alles ganz wüst Und dieses kleine Wunder Steht noch Arthur Weißt du, in meiner Kindheit Hey Arthur, komm, das kannst du mir Unterwegs wirklich alles erzählen War ich ganz wild auf Cricket War nicht sehr gut, aber Arthur, du warst dein Stümper Also wenn du ehrlich bist Ich habe immer geträumt Völlig blödsinnig Natürlich eines Tages Würde ich hier Auf Lord's Cricket Ground Den Ball schnappen Und Mann So weit Nun fass dich Arthur Komm du fort Ich muss doch den Ball noch haben Der damals genau in meinen Reisebeutel sprang Weißt du das nicht mehr? Nein Ich muss ihn noch haben Ich muss ihn noch haben Was habe ich gesagt? Arthur, das ist doch ein ganz anderer Beutel Du hast ein ganz anderer Beutel Verstehst du denn nicht? Ja, allerdings Sind aber meine ganzen Griechenland-Souvenirs drin Das muss meine sein Egal Egal Lass mich hier mal ein bisschen spielen Ja Okay Komm, bring's hinter dich Ich warte da drüben, ja? Nun war der Augenblick nahe Arthur Dent Auf Lord's Cricket Ground Ein Blick auf den Rasen Der Waffer brannt und verwüstet Ein Blick in den Himmel Entschädigte ihn Er war blau Ein paar weiße Wolken zogen gemächlich dahin Und ein paar Vögel kreisten über seinem erhobenen Haupt Und nun sah er dem Geschehen zufrieden entgegen Ein paar Drehungen Den Körper gereckt Mit den Hausschuhen gescharrt Und ab Er lief Wie? Was? Bei dem Wicket steht ein Schlagmann Wie? Die haben Sterbegriffen Gut so, Mann Gleich gibt's was zu tun Was Arthur vor Eifer im Lauf viel zu spät erkannte Bereitete ihm wenige Augenblicke danach panischen Schrecken Der Schlagmann bei dem Wicket gehörte nicht zur englischen Mannschaft Und nicht zur australischen Mannschaft Er gehörte zur Mannschaft der Cricketroboter Mit einem Wort ein kalter, harter, todbringender Killerroboter Wartete auf ihn Der offenbar nicht mit den anderen auf ihr weißes Kriegsraumschiff zurückgekehrt war Arthur konnte nicht bremsen Nicht halten in seinem Lauf Es kam ihm nur so vor, als nehme der Lauf kein Ende Als bewege er sich durch eingedickten Hustensaft Verzweifelt drehte er den Kopf nach beiden Seiten Blickte auf seine hilflose Hand, die den roten Ball hielt Als sei sie mit ihm verwachsen Und der Ball begann jetzt ein unheimliches Eigenleben Er glühte, es blitzte aus ihm hervor Und dieser Killer beim Wicket war enorm gewachsen Drohend Entschlossen die Kampfkeule schlagbereit Und die Augen glühten wie die Fernscheinwerfer eines Raketenzuges Arthur sausten Gedanken durch den Kopf Er dachte an Hakta Glaubte seine Stimme zu hören Eine unbeschreibliche Angst bemächtigte sich seiner Und nötigte ihm die schreckliche Erkenntnis ab Was da in seiner Hand glüht und blitzt Ist die Supernova-Bombe Die Supernova-Bombe? Das Leben, das Universum und der ganze Rest Alles in meiner Hand? Hoffentlich gibt es kein Leben nach dem Tode Sonst muss ich sie alle wiedersehen Slathe, Trillium, fort! Ach was, ich war immer ein schlechter Werfer Ich bin ein schlechter Werfer Ja, ich bin ein schlechter Hey, hey, hey Ich, ich, ich fliege Ich, ich fliege Was schon einmal auf so wunderbare Weise geschah Die Angst beflügelte Aber dann dermaßen Dass seine Füße erst den Boden streiften Dann aber, als hätten sie genug von dieser Erde Sich abhoben und plötzlich Einem unwiderstehlichen Höhendrang folgend Ihn durch die Lüfte stemmten Und da er nicht zu Boden blickte Was den Regeln der Flugkunst Wie der Anhalter sie beschreibt Durchaus entsprach Er quasi den Boden verfehlte So flog er fröhlich dahin Schwebte über Lord's Cricket Ground Und dann kam der seltenste Augenblick Im Leben des Arthur Dent Er fasste Mut Schwirrte einem Irrlicht gleich vor dem Killer-Roboter herum Stürzte bald hernieder Stieg dann wieder steil aufwärts Und irritierte den Roboter dermaßen Dass dieser Arthur nicht mehr folgen konnte Der warf in einem geschickten Und ebenso gesegneten Augenblick Den gefährlichsten aller Cricket-Bälle So weit er konnte In einem so weit wie möglich Gelegenen Winkel der Erde Von Lord's Cricket Ground Den Roboter ärgerte die Überlegenheit des Menschen Dermaßen, dass ihm vor Wut Fast die Scheinwerfer in den Augen durchbrannten Er stammt vor einem Kurzschluss Aber dazu kam es nicht Denn Arthur hatte sogleich zum Sturzflug angesetzt Und mit wahnsinnig kühnem Griff Dem Roboter die Kampfkeule entrissen Sie gab seiner Hand natürlich ein viel beruhigenderes Gefühl Als diese Supernova-Bombe Und so raste er in übermütigem Tempo Abermals auf den Roboter los Drehte sich zweimal um sich selbst Und benutzte den Schwung Um mit einem Hieb des Roboters Haupt Von des Roboters Schultern zu trennen Der Roboter fiel die Trennung so schwer Dass er starb Arthur, komm endlich Ja, ich komme gleich Arthur erholte sich nur langsam von seiner Mutsanwandlung Die Roboterkeule hatte bei dem Schlag gelitten Und damit niemand sie mit einem Cricket-Holz verwechseln konnte Warf er die Mordwaffe ebenfalls so weit weg, wie er konnte Sie ist auch nie mehr aufgetaucht Dann begab er sich zu seinem Freund fort Und die beiden begaben sich wieder auf die Reise Weißt du, Ford, eigentlich habe ich dieses ewige Herumreisen satt Och, ist doch bisher immer sehr interessant gewesen Ja, aber ich habe einfach keine Lust mehr Es ist immer dasselbe Zeit und Entfernung sind immer dasselbe Und Geist und Universum auch Entschuldigt Ja? Da ist einer, den haben wir von seinem Raumschiff geholt Der ist durchgedreht Er ist verrückt Er ist verrückt Er ist verrückt Komm, 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 komm Komm, komm, komm Hey Mann, es geschieht dir ja nichts Beruhige dir ja nichts Beruhige dich Pack Der Zeuge, pack Was war das denn für ein Prozess? Der Prozess ist nicht mehr wichtig Der Zeuge, pack Sie hatten ihm nicht geglaubt Und wollten ihm eine Spritze geben Eine Wahrheitsdroge Ja, ja, eine Wahrheitsdroge Aber es ging schief Es ging schief Es war zu viel Sie haben ihm zu viel gegeben Und daran waren die Roboter schuld Die haben den Arzt angestoßen Und da hat er zu viel gespritzt Aber den Richter Roboter, Richter? Was denn für Richter? Was denn für Richter? Roboter, widerlich, böse Die kamen in den Gerichtssaal getürmt Und nahmen dem Richter das Zepter weg Das heilige, argopotonische Zepter der Gerechtigkeit Ja, ein hässliches Ding aus Plexiglas Die Säule aus Plexiglas? Das waren die Cricket-Roboter Ich weiß nicht, wozu sie das Zepter der Gerechtigkeit brauchten Diese Gewalttäter Aber die haben den Arzt geschubst Und er fiel auf den Richter Und da hat er gespritzt Und der arme Pack ist daran gestorben, oder? Nein, nein, viel schlimmer Er sagt die Wahrheit Und er sagt sie immer noch Ununterbrochen Fürchterliche Dinge Entsetzliche, grausame Dinge Ja, 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 ja Zum Verrücktwerden Aber beruhige dich Das gibt sich ja wieder Es sind tatsächlich welche verrückt geworden dabei? Na, klar Ich meine, ich bin Journalist Ich vertrage eine Menge Aber es ist fast zu viel, es ist zu viel Verrückt bin sogar ich geworden Weil du daran gewöhnt bist Mit der Wahrheit konfrontiert zu werden? Nein, nein Weil ich eine Entschuldigung brauchte Um vorzeitig da wegzukommen Ich wollte nicht mit eingemauert werden Was, wieso denn das? Pack sagte die Wahrheit Alle möglichen Wahrheiten, sagte er Auch die absolute und endgültige Und da haben die den Gerichtssaal geräumt Und als Pack immer noch weiter die Wahrheit sagte Da haben sie ihn im Saal allein gelassen Die Türen versiegelt Hohe Wände aus Stahl Stachel Verhaue Verdraht Verhaue Elektrozäune Um ihn herum errichtet Sie haben Krokodils angelegt Stümpfe angelegt Und drei große Armeen Dort zusammengezogen Um zu verhindern Dass irgendjemand Pack reden hören konnte Das ist aber sehr schade Ich hätte gern gehört Was er sagt Wahrscheinlich Wüsste er auch die Frage Auf die allerletzte Antwort Es hat mich immer geärgert Dass wir nie dahinter gekommen sind Hey Wir sollten ihn aufsuchen Hey Arthur Du wolltest doch kochen lernen Und nicht mehr rein Wie sollen wir da auch landen? Dann müssten wir ja im Gerichtssaal anlegen Saal anlegen Na und? Es muss unseren Freunden gelingen Bis zu dieser verbarrikadierten Gerichtsbarkeit vorzudringen Es ist zu vermuten Dass dort so viel Wahrheit steckt Um damit das ganze Universum aufzuklären Also Bis zum nächsten Mal Auf Wiederhören Das war der 22. Teil von Douglas Adams Per Anhalter ins All Hörspielbearbeitung aus dem Englischen Von Walter Andreas Schwarz Es sprachen Rolf Beusen Das Buch Felix von Manteufel Den Bomben-Cricket-Spieler Arthur Dent Ingo Hülsmann Seinen treuen Begleiter Ford Prefect Horst Bollmann War der Planetenbauer Slarty Bartfass Matthias Fuchs Safford Bibelbrox Der unerschreckliche Cornelia Boje Unsere Trillian Peter Liek Der böse Wenn auch pulverisierte Haktar Peter Fricke Der von der Wahrheit Verrückte Journalist Roland Seiler Sorgte für den hochqualifizierten Ton Regine Schneider Mit schnittsicheren Händen Für fehlerfreien Ablauf des Geschehens Milena Meitz Als Aufnahmeleiterin dafür Dass alles nach Plan lief Frank Duval Für die Musik Und Hartmut Kirste Für die Regine 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 Per Anhalter ins All Von Douglas Adams Hörspielbearbeitung aus dem Englischen Walter Andreas Schwarz Hörspielbearbeitung aus dem Englischen Hörspielbearbeitung aus dem Englischen 23. Teil Die verbarrikadierte Wahrheit Gelehrt wird die Wahrheit in allen Schulen und auf allen Universitäten des Universums. Im Licht des Tages lebt sie nicht immer, wird aber bisweilen in dasselbe hineingezarrt, öfter jedoch verdunkelt, verhüllt, verleumdet und noch öfter mit dem vertauscht, was sie gar nicht ist, mit der Lüge. Umso schockierender nahm ein Journalist zur Kenntnis, dass es einen Richter gibt, den man so viel von einem Wahrheitsabführmittel eingespritzt haben soll, dass er immerfort und bis zur Stunde Wahrheiten von sich gibt, die er im ganzen Universum wahrgenommen haben will. Da nun bekanntlich immer mal wieder Fanatiker und ganz besonders unsere beiden Freunde Arthur Dent und Ford Prefekt hinter der sogenannten allerletzten Wahrheit her sind, nimmt es nicht Wunder, dass nun mit Hilfe des bewährten Raumschiffsherz aus Gold des Tafot-Bibelbrocks, dem hinter allen je erfundenen Hindernissen verbarrikadierten Richter, die letzte Wahrheit entrissen werden soll. Dem armen Zottelmann schlottern die Knie. Ist hier nichts mehr los? Was soll denn hier los sein? Übrigens, wer seid ihr eigentlich? Ich heiße Trillian. Ford Prefekt, ja. Oh. Und ich? Ich bin Suffolk-Bibelbrocks. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Oh, der da? Ich? Oh, ich heiße Arthur Dent. Im Ernst? Ja. Arthur Dent? Ja. Der Arthur Dent? Oh, Junge, Junge. Ausgerechnet dir muss ich begegnen. Es ist nicht zu fassen. Du kommst ja noch weit vor dem Fröschen. Wisst ihr, was das bedeutet? Nee. Er ist eingeschlafen. Dent. Er will was von dir. Arthur. Dent. Arthur Dent. Geh schon zu ihm, Erdling. Er redet bestimmt nicht mehr über Frösche. Nicht mehr über Frösche. Arthur Dent. Du wolltest mich etwas fragen. Äh, ja. Wieso? Ich weiß es. Es ist auch wahr. Oder? Ja, ich habe tatsächlich eine Frage, oder vielmehr, was ich habe, ist die Antwort, und was ich gern hätte, ist die Frage darauf, oder davor, oder dazu. Aha. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, also, ähm, ähm, äh, das ist eine lange Geschichte, aber die Frage, die ich gern wissen möchte, ist die große Schlussfrage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Alles, was wir darüber wissen, ist, dass die Antwort 42 lautet, und das ist ja ein bisschen dürftig, nicht? Ja, 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 42, stimmt. Aber leider schließen Frage und Antwort einander aus. Die Kenntnis des einen verhindert die Kenntnis des anderen. Es ist unmöglich, beide vom gleichen Universum zu besitzen. Ausgenommen, es geschieht trotzdem, dann scheinen Frage und Antwort einander und das Universum auszulöschen, das dann durch etwas noch viel bizarreres und unbegreiflicheres ersetzt werden würde. Ja, es ist durchaus möglich, dass das bereits geschehen ist, aber darüber besteht ein reichliches Maß an Ungewissheit. Tja, wenn das so ist, ich hatte nur gedacht, es gäbe so etwas wie einen Grund für das alles. Einen Grund? Ja. Kennst du die Geschichte vom Grund? Nein. Wusste ich, dass du sie nicht kennst. Ich werde sie dir erzählen. Hilf mir, ich will mich setzen. So. So. Da erschien eines Nachts ein Raumschiff am Himmel eines Planeten, der noch nie ein Raumschiff gesehen hatte, das Kissen. Tu es mir hinter den Rücken. Ja. Der Planet hieß Dalforsas und das Raumschiff war dieses hier. Was? Das Herz aus Gold? Genau das. Es erschien wie ein strahlend neuer Stern, der schweigend durch den Himmel glitt. Primitive Eingeborene hockten gerade auf den kalten Hügeln beisammen, blickten überrascht von ihrem dampfenden Nachttrunk auf und zeigten mit zitternden Enden auf die Erscheinung und schworen, sie hätten ein Zeichen gesehen. Ein Zeichen von ihren Göttern, das bedeute, sie sollten sich endlich erheben und hingehen und die bösen Prinzen der Ebene erschlagen. Die Prinzen der Ebene blickten von den hohen Türmen ihrer Paläste gen Himmel, sahen den leuchtenden Stern und erkannten in ihm das unmissverständliche Zeichen ihrer Götter. Sie sollten endlich ausziehen und über die verfluchten Eingeborenen von den kalten Hügeln herfallen. Zwischen den beiden blickten die Waldbewohner in den Himmel und sahen das Zeichen eines neuen Sterns und sahen es mit Besorgnis und Angst, denn obgleich sie so etwas noch nie gesehen hatten, wussten sie doch genau, was es ihnen prophezeite, und sie neigten das Haupt in Verzweiflung. Und so bestand kein Zweifel, die Prinzen der Ebene und die Eingeborenen der kalten Hügel werden sich wieder einmal fürchterlich in die Haare kriegen. Nun, wäre das an sich nicht so schlecht, wäre der Ort ihrer blutigen Handlungen nicht ausgerechnet der Wald, und gingen daraus nicht die Waldbewohner als die am blutigsten Geschundenen hervor, obgleich sie ganz offenkundig mit der Sache nicht das Geringste zu tun hatten. Nun, manchmal, nach einem besonders unerträglichen Gemetzel, schickten die Waldbewohner einen Boten entweder zu den Prinzen oder den Eingeborenen und ließen nach dem Grund für dieses sinnlose geschehen Fragen. Der Anführer der einen oder der anderen nahm dann den Boten beiseite und erklärte ihm umständlich und ganz genau in allen Einzelheiten den Grund. Und der Bote sah den Grund ein, begriff ihn und ging zu seinen Leuten im Wald zurück. Aber wie er so durch den Wald nach Hause ging, durch die Bäume schritt, fand er, als er an den Grund dachte, dass er sich nur an die stichhaltigen Argumente erinnern konnte und wie schrecklich klar sie zu sein schienen. Mit einem Wort, was der Grund tatsächlich war, schien seiner Erinnerung entkommen. Das war natürlich ein großer Trost, dass die Eingeborenen und die Prinzen das nächste Mal durch den Wald wüteten und brandschatzten und jeden Waldbewohner umbrachten, der ihnen über den Weg lief. Ich war der Bote nach den Kämpfen, die das Erscheinen eures Raumschiffs heraufbeschworen hat und die besonders blutig waren. Viele unseres Volkes starben. Ich dachte, ich könnte den Grund behalten. Ich ging zurück und ließ ihn mir von dem Anführer der Prinzen sagen. Aber auf dem Rückweg entschlüpfte er mir. Schmolzen meinem Gedächtnis wie Schnee in der Sonne. Es ist viele Jahre her und seitdem ist viel geschehen. An etwas kann ich mich noch erinnern. Durch die Wahrheitsdroge. Von den Fröschen abgesehen. Das ist Gottes letzte Botschaft an seine Schöpfung. Das ist vielleicht die Frage nach dem letzten Grund. Ich weiß nicht. Dann sag sie uns. Ah, verdammt. Willst du sie hören? Ja, natürlich. Ich meine, Gottes letzte Botschaft? Ja, natürlich. Das habe ich mir gedacht. Ja, klar. Wenn es euch so sehr interessiert, dann schlage ich vor. Ihr geht und sucht sie. Sie steht in zehn Meter hohen, feurigen Blättern auf dem Gipfel der Quentulus-Quatzgar-Berge. Im Lande Sephor-Bäubstry. Auf dem Planeten Brelium-Tarn. Dem dritten von der Sonne Zars. Im galaktischen Sektor QQ7-Aktiv-J-Gamma. Ausgesehen. Sie wird bewacht von der laistischen Vantra-Schale von Lob. Entschuldigung, welche Berge? Die Quentulus-Quatzgar-Berge. Im Lande Sephor-Bäubstry. Nein, nein, erst mal das Land. Welches Land? Sephor-Bäubstry auf dem Planeten. Sephor-B-was? Mann. Zum Donnerwetter. Ja, und nun? Er ist tot. Ja. Jetzt musst du suchen. Erdlinge. Erdlinge. Und sie setzten zunächst Arthur Dent auf dem Planeten Cricket ab. Wer jetzt, völlig dem Frieden hingegeben, den erholsamsten Aufenthalt bot, den man sich denken kann. Frau Prefekt ließ sich wenige Millionen Meilen von dort entfernt absetzen, wo sich nach Auskunft des Anhalters reichlich Gelegenheit zu erotischen Exkursionen bot. Nachdem Arthur sich behaglich eingerichtet hatte, verbrachte er viele Zeit mit dem Fliegen. Auch lernte er sich mit den Vögeln zu verständigen, musste aber sehr bald erfahren, dass die Unterhaltung mit ihnen stinklangweilig war. Arthur entschloss sich deshalb, seine Fliegerei aufzugeben und am Boden zu leben. Und es hinzunehmen, dass er auch dort, im Großen und Ganzen, von geistlosem Geschwätz umgeben war. Zumal diese einfallslosen, nur auf Krieg und Zerstörung getrimmten Bewohner von Cricket bis zum Letzen ihrer Roboter langweilige Spießer geworden waren, billigen Vergnügungen der Völlerei und dem Suff ergeben. So schlichen sich in Arthurs eintöniges Dasein immer öfter Träume von der unscheinbaren gelben Sonne, die da weit draußen im totgesagten Abseits am längst aus der Mode gekommenen Ende des westlichen Spiralarms der Galaxis unbeachtet vor sich hinscheint. Genau dort, wo in einer Entfernung von 92 Millionen Meilen ein höchst unbedeutender kleiner blaugrüner Planetium kreist, dessen affenabartige Lebensformen so erstaunlich primitiv sind, dass sie Digitaluhren noch immer für eine unwahrscheinlich raffinierte Erfindung halten. Das wiederum brachte manchen zu der Überzeugung, dass es ein riesengroßer Fehler war, von den Bäumen überhaupt runterzukommen. Und die chronischen Pessimisten unter diesen Erdlingen meinten, schon das mit den Bäumen sei eine Schnapsidee gewesen und sie wären lieber alle im Ozean geblieben. In wilden Albtraumnächten bemächtigte sich Arthurs die schreckliche Vision von der Zerstörung dieses Planeten so deutlich, dass er noch im Wachsein glaubte, diese Zerstörung habe tatsächlich stattgefunden. Wenn man seine Beharrlichkeit bei so vielen Unternehmungen bedenkt, ist anzunehmen, dass Arthur Dent der Sache oder dem Traum nachging. Es mag jedem vielleicht als ungewöhnlich erscheinen, dass er ein Raumschiff fand, das er per Anhalter zu seinem ungewöhnlichen Trip auf die Erde benutzte. Das ist es aber nicht. Es mag ferner als ungewöhnlich erscheinen, dass dieser Weltraum-Tippelbruder auf der Erde völlig unbemerkt landen konnte. Das ist es aber nicht. Denn es regnete nicht nur in Strömen, es donnerte und blitzte dazu und das Raumschiff landete so leise und elegant, dass kein Menschenauge es oder den Ankömmling bemerkte. Schauerei! Pass drauf, wo du hinfährst! Du bist ganz schön bekloppt, dass du hier bei Regen Nummer 17 rumstehst. Gemeine Sache! Was heißt hier Regen Nummer 17? Quatsch! Kein Quatsch! Ich jedenfalls habe 231 verschiedene Typen Regen. Hier in meinem Buch stehen sie alle drin. Ja und? Ich mag keinen davon. Wir haben gestern Nachmittag von Dänemark losgefahren mit dieser Ladung dänischer Heizungstermostaten. Bei Regen Typ 33. Das ist so ein leichter, prickelnder Nieselregen, der durch alles hindurch geht und es lange regnet und er die Straßen gefährlich klitschig macht. Und dann dieser miese, ekelhafte Nummer 17 mit seinem hundsgemeinen Klatschen, dass einem die Scheibenwischer zu Bruch gehen. Du, ich leide maßlos unter jedem Regen, du nicht? Och, was soll's! Na, ich weiß nicht. Du bist doch nasser als ein Otterner Waschmaschine. Ich würde mich zu Tode ärgern. So nass, bis auf die Haut. Vielleicht ärgere ich mich zu Tode, wenn noch so ein paar rücksichtslose Idioten an mir vorbeirasen wie du. Das verstehst du nicht. Das ist meine Rache am Regen. Man nutzt zu einem richtigen Miststück auf der Straße. Würde ich auch sagen. Wenn ich's mir recht überlege, vermiesst einem der Regen das ganze Leben. Die Arbeitstage und auch die Freien. Und es scheint, dass ob alle Regenwollten sich immer ausgerechnet auf mich stürzen wollten. Tja, jedem das Seine. Ich muss weiter. Mach's gut. Mach's gut. Laufen Sie schon lange? Ja, ziemlich. Oh. Der nächste Ort ist aber noch weit. So? Ja, ich wollt's Ihnen bloß sagen. Tschö. Ja, ich weiß schon. Der nächste Ort ist noch weit. Was? Der nächste Ort ist noch weit, meinte ich. Ja, ja. Ich steig sie ein. Danke. Oh. Na, das tat aber weh. Ich war so überrascht. Ist sie krank? Wer? Ihre Frau dahin. Das ist nicht meine Frau. Das ist Fanny, meine Schwester. Ist sie krank? Wieso? Entschuldigung, ich bin offenbar noch nicht ganz da. Die erste Frau, die ich sehe. Hunderttausend Lichtjahre per Anhalter durch die Galaxis. Das nimmt mit. Ach, du lieber Gott. Sind Sie krank? Wieso? Ich kenne einen guten Psychiater. Ich habe doch gleich gewusst, dass etwas mit ihr nicht in Ordnung ist. Sie hören ja, wie sie stöhnt. Da habe ich ja was Schönes eingeladen. Sie ist noch bewusstlos, ja? Medikamente. Aha. Und weiter ist nichts? Was soll schon sein? Und, ähm... Sie ist kein Junkie. War ja auch nicht hunderttausend Lichtjahre weg. Ja, hunderttausend Lichtjahre. Und alles getrampt. Mhm. Bei ihr sind es die Beruhigungsmittel. Aber das ist doch schrecklich. Sie bewegt sich. Wahrscheinlich kommt sie langsam zu sich. Sie ist bestimmt sehr krank. Nein. Verrückt ist sie. Was? Wenn ich es Ihnen sage. Vollkommen weggetreten. Ich bringe Sie jetzt zurück ins Sanatorium. Sie müssen sie noch einmal vornehmen. Sie haben sie entlassen. Dabei glaubt sie immer noch, sie sei ein Igel. Ein Igel? Ein Igel oder was weiß ich. Obwohl. Ein Igel wäre das Einfachste. Damit könnte man am besten fertig werden. Wenn einer glaubt, er sei ein Igel, dann braucht man ihm bloß einen Spiegel und ein paar Bilder von Igel in die Hand zu drücken und ihm zu sagen, guck in den Spiegel und überzeuge dich selbst. Und wenn du dich besser fühlst, komm wieder. Jedenfalls könnte die Medizin etwas damit anfangen. Aber bei Fanny hilft das nicht. Fanny? Das ist ja eigentlich Fanella, nicht? Und Fanella gefällt ihr wohl selber nicht. So. Hier müssen sie, glaube ich, raus. Kaum wieder auf der Erde und noch völlig vom Klimawechsel benommen, da hatte die stöhnende Frau auf dem Rücksitz Arthur so gefesselt, dass er nicht wusste, was er tun sollte. Er war an der Abzweigung angelangt, die zu seinem früheren Heimatort führte, doch er zögerte auszusteigen. Und der Fahrer des Wagens, der Bruder der Kranken, überlegte wiederum, ob er es wagen sollte, ihn aussteigen zu lassen, denn er hielt ihn für nicht ganz bei sich. Und so waren beide so unschlüssig, Arthur wegen des Mädchens, der Bruder wegen Arthurs Geisteszustand, dass sie buchstäblich im Regen standen. Und so müssen wir warten, bis beide einen Entschluss gefasst haben, was zu tun sei. Und damit bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Das war der 23. Teil von Douglas Adams per Anhalter ins All. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen von Walter Andreas Schwarz Es sprachen Rolf Beusen, das Buch, Felix von Mannteufel, den Erdling Arthur Dent, Ingo Hülsmann, seinen treuen Freund Ford Prefekt, Cornelia Boje, die kluge, kluge Trillium, Matthias Fuchs, den doppelköpfigen Safford-Bibelbrocks, Bruno Gans, das verbarrikadierte Gerichtswesen Park und Otto Sander ist der Regentyp McCannard. Der sonderbare Autofahrer Russell war Eberhard Feig und Nina Hooger seine Schwester, die kaum ins Spiel kam. Der Name Roland Seiler birgt für hochqualifizierten Ton. Regine Schneider für fehlerfreien Schnitt. Milena Meitz für Aufnahmeleitung nach Maß. Übrigens, die Musik ist von Frank Duval. Regie unser Hartmut Kirste. Per Anhalter ins All Von Douglas Adams Hörspielbearbeitung aus dem Englischen Walter Andreas Schwarz Regie unser Hartmut Kirste. Regie unser Hartmut Kirste. 24. Teil Was ist mit Fanny? Es war an einem Donnerstag. Fast 2000 Jahre, nachdem sie einen Mann an einen Baumstamm genagelt hatten, der sie davon überzeugen wollte, dass es geradezu himmlisch wäre, wenn sie da auf dem blau-grünen Planeten zur Abwechslung mal etwas freundlicher miteinander umgingen. An jenem Donnerstag, es mag kurz vor der Rückkehr des Retters des Universums, Arthur Dent gewesen sein, da saß in irgendeinem kleinen Café ein Mädchen, dem plötzlich klar wurde, was da die ganze Zeit schiefgelaufen war. Endlich wusste sie, wie aus dieser Welt ein Ort voll Glück und Freude werden könnte. Sie war sicher, diesmal würde nichts schiefgehen, und keiner müsste dafür an irgendetwas genagelt werden. Traurigerweise jedoch, und noch ehe sie an ein Telefon gelangen und jemand davon erzählen konnte, wurde die Erde plötzlich und unerwartet zerstört, um einen neuen Großraumumgehungsstraßenplatz zu machen. Und so ging die Idee verloren. Vielleicht sogar für immer. Man könnte von der Idee erfahren. Man müsste dem Mädchen begegnen. Und genau das dachte Arthur Dent, den ja Albträume aus dem Universum zurück auf die Erde scheuchten, damit er nachsehen konnte, ob die Zerstörung wirklich stattfand. Die Umstände seiner Landung waren nicht die glücklichsten. Es regnete in Strömen, es stürmte, blitzte und donnerte, als sei der Heimkehrer in die Nachwehen jener vermuteten Zerstörung geraten. Er stand an der Autobahn, durch Nest auf die Gnade vorübersausender Mitmenschen angewiesen. Und der dann hielt, schien ein seltsamer Kerl zu sein, der ihn zudem für nicht ganz zurechnungsfähig hielt, weil Arthur natürlich von seinem Trip durch das Universum erzählte. Freilich achtete Arthur nicht sonderlich auf diesen Menschen, denn seine Aufmerksamkeit galt jenem Mädchen auf dem Rücksitz, das offenbar sehr krank sein musste. Er sah so oft nach dem Mädchen, dass es dem Fahrer, der übrigens ihr Bruder war, zu bunt zu werden schien, sodass er an einer Abzweigung hielt, um den lästigen Mitfahrer loszuwerden. So, Sie müssen hier, glaube ich, raus. Nein, noch fünf Meilen weiter, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Na schön. Nein, es macht mir nichts raus. Es ist kein Umweg. Acht Jahre ungefähr muss ich weg gewesen sein. Wenn man sich im Universum herumtreibt, verliert man leicht das Gefühl für die Zeit. Und wie viel Zeit hier inzwischen vergangen ist, kann ich schon gar nicht sagen. Eigentlich dürfte dieser ganze Planet und auch mein Haus natürlich überhaupt nicht mehr da sein. Ja, 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 nun beruhigen Sie sich nur. Steht ja noch alles, wie Sie sehen. Ja, aber vor acht Jahren, genau um die Mittagszeit, wurde dieser Planet zerstört von den riesigen gelben Vogonenschiffen, die am Mittagshimmel hingen, als sei das Gesetz der Schwere nichts weiter als eine örtliche Verkehrsregelung und gegen Sie zu verstoßen nichts weiter als eine Parksünde. Wen? Was? Wahnvorstellungen. Sie sagt, sie leidet unter der sonderbaren Wahnvorstellung, sie lebe in der realen Welt. Und es ist völlig zwecklos, ihr klarzumachen, sie lebt in einer realen Welt. Sie sagt ganz einfach, deshalb seien Wahnvorstellungen so sonderbar. Ich weiß ja nicht, wie das bei Ihnen ist. Jedenfalls finde ich solche Gespräche ziemlich ermüdend. Wie bei die Tabletten und hau ab und geh einen saufen, sage ich mir immer. Ja, ist doch alles nur Rumpfuscherei, meine ich. Na ja, immerhin. Und dann immer dieser Quatsch mit diesen Träumen und Albträumen und das fortwährende Gerede der Ärzte von Unterbrechungen in ihren Gehirnstrom mustern. Unterbrechungen? Ja? Also, sie muss was haben. Sie hat die Augen offen, aber völlig geistesabwesend. Ihr Kopf hat gezuckt und die Augen flackern. Also, sie hat bestimmt etwas. Merkwürdig. Jetzt schläft sie wieder. Ja, das ist gut, Schiss. Was hat sie eigentlich gesagt? Dieser hat sie gesagt. Dieser was? Woher soll ich das denn wissen, verdammt doch mal? Dieser Igel, dieser Schornsteindeckel, dieser, dieser verlorene von Don Alphonsos Pulswärmen. Was weiß denn ich? Scheint sie nicht sehr zu bekümmern. Jetzt hör mal zu, Träumen. Okay, Entschuldigung. Das geht mich ja gar nichts an. Sollte auch kein Vorwurf sein. Ich weiß ja, dass es sie bekümmert. Sehr bekümmert sie das. Ich weiß auch, sie müssen irgendwie damit fertig werden. Klar, sie müssen schon entschuldigen. Ich bin gerade erst quer über die Pferdekopfnebel getramt. Das nimmt einen ganz schön mit. Das können sie mir glauben. Ja, sie können mitkommen ins Sanatorium. Ich will ihnen ja helfen. Was waren das denn für Unterbrechungen? Die Unterbrechungen, von denen sie sprachen. Also jetzt hören sie mal zu. Das ist meine Schwester. Und ich sehe überhaupt keinen Grund, mit ihnen darüber zu reden. Okay, Entschuldigung. Ich glaube, sie lassen mich lieber hier raus. Sie wollen wohl ersaufen in diesem Regen. Elendes Sauwetter. Das hat man davon. und lauter Verrückte im Wagen. Wie? Ach, nichts. Bleiben sie lieber hier drin. Das Ganze begann mit der Geschichte von dem CIA-Agenten im Wasserreservoir. Als die Leute anfingen zu spinnen, die verrücktesten Hirngespinste. Sie erinnern sich sicher. Äh... Nein. Da drehte sie durch. Sie war in irgendeinem Café. Rick Mansworth. Ich weiß nicht, was sie da wollte. Jedenfalls, da drehte sie durch. Anscheinend ist sie aufgestanden und hat in aller Seelenruhe verkündet, es sei ihr soeben eine außergewöhnliche Offenbarung zuteil geworden. Dabei wankte sie erst, blickte völlig abwesend in die Gegend und fiel dann schreiend in einen Eiersandwich. Das tut mir aber sehr leid. Ja, ja. Und, äh, was hat der CIA-Agent im Wasserreservoir gemacht? Na, der schaukelte natürlich rauf und runter. Der war doch tot. Ach so. Ja, aber ich meine, wieso? Nun, hören Sie mir mal zu. Sie müssen sich doch an diese Geschichte erinnern. An die Hirngespinste damals. Diese Wahnvorstellungen. Der CIA würde mit dem Drogeneinsatz im Kriegsfall experimentieren. Oder so erzählten damals die Leute. Oder etwas sei dabei schiefgegangen. Aber das müssen Sie doch wissen. Damals glaubten doch die Leute allen Ernstes an die blödsinnige Theorie, statt ein Land wirklich zu überfallen, sei es viel billiger und auch wirksamer, die Leute zu dopen, so dass sie glauben, sie seien überfallen worden. Nie gehört davon. Ach, auch nicht von den Wahnvorstellungen, die damals alle Leute für Wirklichkeit hielten. Aber was waren das denn für Wahnvorstellungen? Die Leute sahen große gelbe Raumschiffe am Himmel und drehten durch und schrien, wir müssen sterben, die Welt geht unter und so weiter. Und dann, schwupps, waren die Dinger so plötzlich wieder verschwunden, wie sie gekommen waren. Und die Aufregung legte sich. Der CIA dementierte, was heißt, es muss wahr gewesen sein. Ja, ja, Was, 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 was haben Sie denn? Ist Ihnen schlecht? Nein, nein. Sie sind ganz bleich. Ich mache mal das Fenster unter. Nein, es gießt ja draußen. Na gut, na gut, ich lehne Sie den Kopf zurück, da wird Ihnen besser. Jedenfalls, was immer das für Drogen waren, bei Fanny ließ ihre Wirkung offenbar nicht nach. Ich wollte schon den CIA verklagen, aber ein mir befreundeter Anwalt sagte, das wäre, als wollte man ein revoltierendes Irrenhaus mit einer Banane beruhigen. Ach, ist ja auch jetzt egal. Die Bogonen! Die gelben Schiffe! Mann, sind Sie weg? Ja, ja, schon lange. Mann, Mann, das waren doch Halluzinationen, das müssen Sie doch wissen. Wo zum Teufel haben Sie denn die ganze Zeit gesteckt, Ach, ich, Herrgott, Herrgott, Fanny, ist dir was passiert? Es gilt als sicher, dass der Miserassel den zwischen Erde und Weltall schwankenden Arthur dann sehr bald bat, seinen Weg zu Fuß fortzusetzen. Und das war genau vier Meilen von Arthursdorf entfernt. Eine Meile bis zur nächsten Abzweigung von der Hauptstraße und drei Meilen Feldweg. Dabei wusste Arthur, als Russell samt Fanny und Auto in Nacht- und Regennebel verschwanden, noch immer nicht recht, ob die Erde überhaupt existierte. Und er dachte an seinen Freund Fort Prefekt, der ihm immer geholfen hatte, wenn Arthurs schwacher Orientierungssinn versagte. Aber Fort Prefekt befand sich in diesem Augenblick weit entfernt und ebenso im Zweifel wie Arthur über die Existenz der Erde. Unendliche Meilen weit voneinander entfernt, hatten die beiden Freunde den gleichen Gedanken. Die Erde existiert. Fort Prefekt bekam hierauf ungeheure Lust, sich an Ort und Stelle zu überzeugen. Doch diese Lust löschte eine andere Entdeckung sofort wieder aus. Fort reiste mit einem Super-Luxus-Raumschiff zu den Nymphomanen Sirux-Nixen im Bereich des Sternenkomplexes Jungfrau. Und Arthur Dent ließ alle Zweifel fahren, als er plötzlich vor seinem völlig real vorhandenen Haus inmitten seines völlig real existierenden Dorfes stand. Sein Haustierschlüssel passte. Dass er dennoch über längere Zeit abwesend gewesen sein muss, bezeugte ein Riesenberg Post. Meist jene, die den unnötigsten Abfall ausmacht, die zahllose Kreditkartenanträge, dumme Bankkreditwerbung und so weiter. Erstaunlicherweise war alles in seinem Haus, wie er es verlassen hatte. Das heißt, so, als habe er das Haus gar nicht verlassen. Und das quälte ihn wieder. Wo hat er die letzten acht Jahre zugebracht? Da fiel sein Blick auf etwas, das neben dem völlig verstaubten Fernseher stand. Da es ebenso verstaubt war, musste es schon geraume Zeit dort gestanden haben. Aber es stand dort nicht, als er das Haus verließ. Also hatte er tatsächlich das Haus verlassen. Acht Jahre lang, wie er nun behauptete. Sorgfältig knotete er den Karton auf. Eine Klappe mit einer Lasche war die Oberseite. Als er sie öffnete, war er erstaunt. Ein Fischglas. Ein kugelrundes Goldfischglas. Auf diese Zaubermusik war Arthur Dent nicht gefasst und er lauschte gebannt. Dann konnte er nicht widerstehen und schlug abermals an das feine Glas. Kein Brief, nichts drin. Woher kommt das? Und der Klang hörte nicht einfach auf, sondern zog davon wie ein tiefer Meerestraum. Was steht da? Da ist was eingraviert. Mach's gut und danke. Mach's gut alles nachdenken und grügelnd brachte ihn nicht darauf, woher wohl das Fischglas mit seiner seltsamen bruchstückhaften Inschrift stammen worden. Schließlich legte er sich auf sein Bett. Oh nein. Ich gehe nicht hin. Arthur ließ sich von dem lästigen Telefon nicht stören. Er schlief auch bald ein, wurde aber sogleich von irren Albträumen überwältigt. Dabei schien da gar nicht zu schlafen. Ein verwaschener Mond erschien am Himmel, in der Ferne heute eine Turmuhr Mitternacht. Da öffnete sich gespenstisch quietschend eine Dachluke und heraus zwängte sich eine Gestalt. Eine Weile stand sie reglos in der kleinen Rinne vor den emporstrebenden Dachgiebeln und starrte den Mond an. Diese Gestalt hatte nichts Erkennbares mehr von jenem Wesen, das vor mehr als einer Stunde in die chaotische Unordnung eines Häuschens eingedrungen war. Verschwunden war der verschlissene abgetragene Morgenmantel, geschmiert mit dem Schmutz von hundert Welten, befleckt mit den Junk-Food-Soßen von hundert verträgten Raumflughäfen, verschwunden die verfilzte Zottelmähne und auch der lange verkleisterte Bad, dieses blühende Ökosystem und mit ihm alles Übrige. Stattdessen stand da Ather Dent, der gemächlich saloppe in Korthose und dicken Pullover, das Haar sauber geschnitten und gewaschen, das Kinn glatt rasiert. Nur seine Augen schienen das Universum noch immer zu bitten, es möge, was immer es noch mit ihm vorhabe, ihn zunächst gefälligst in Ruhe zu lassen. Es waren nicht dieselben Augen, mit denen er das letzte Mal diese besondere Szenerie betrachtet hatte, und das Hirn, das die von den Augen zerlegten Bilder deutete, war nicht das gleiche Hirn. Daran war keine Chirurgie beteiligt, nur das schmerzliche Zerren der Erfahrungen. Die Nacht erschien ihm in diesem Augenblick zum Greifen wirklich, und die Erde etwas Seiendes, in dem er wurzelte. Und Mond und Regen, Wolken und Wind und rauschendes Wasser klangen in ihm wie lang entbehrte Erdenmusik. Was Wunder, dass er sich bald als Baum, bald als Schaf vorkam, bald an Ufern von Flüssen saß, bald mit den Wolken am Himmel dahin flog, wobei sein Geist sich ausbreitete und sehnsuchtsvoll zahllosen anderen Geistern entgegeneilte, sich mit ihnen vereinte, sich von ihnen löste, bis er zuletzt in enger Gemeinschaft mit einem einzigen Geist dahin schwebte, zu einer Musik, die wie der Klang des Fischglases vor ihnen herzog. Und in alle Klänge eingebettet der Name, der geheimnisvolle Name Fanny. Ihre Gestalt sah er nicht, doch er wollte sie finden, das wurde sein sehnlichster Wunsch, mit dem er erwachte, erfrischt und glücklich wieder zu Hause zu sein. Und sogleich wird die Verbindung mit der Außenwelt hergestellt. BBC? Ja, die Feature-Abteilung bitte. Verbinde. BBC Features Hallo, hier ist Arthur Dent. Hör mal, du, ich wollte mich entschuldigen, ich war sechs Monate weg, weggetreten. Ach, und wie? Naja, nicht gerade verrückt. Ach so, das hab ich mir schon gedacht. Ist aber weiter nicht schlimm. Passiert hier dauernd. Wann kommst du denn rein? Wann hören denn die Igel mit ihrem Winterschlaf auf? Irgendwann im Frühling, denke ich. kurz danach komme ich. Na, jetzt ist aber erst Februar. Ja, ja. Na, dann bis bald. Bye. Krankenhäuser, 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 mein Gott, ist das eine lange Latte, sinnvoll von ganz England. Deutschland. Also. Hallo, Old Downs Hospital? Ich wollte eine Auskunft. Name, Abteilung, bitte? Äh, welche Abteilung? Ähm, die Psychiatrie, ich wollte Fenella sprechen. Wann, Fenella, ähm, äh, mein Gott, wie lächerlich, nächstens vergesse ich noch meinen eigenen Namen. Sie ist gestern eingeliefert worden, eine Patientin bei Ihnen. Ähm, dunkle Haare, wunderschön. Sorry, goodbye. Äh. Arthur führte noch sechs weitere Telefongespräche mit sechs weiteren langweiligen Telefonistinnen. Alle sechs befunden negativ. So gab er traurig auf. Doch der Gedanke an Fanny verließ ihn nicht. Er war ihm nicht unangenehm. Liebesgedanken sind selten unangenehm. Doch wenn er an Fanny dachte, erschienen die großen gelben Wugonen Raumschiffe in seiner Erinnerung und sogleich hatte er Mühe einen erheblichen Realitätsverlust zu vermeiden und erzweifelte an seinem mühevoll zurückgewonnenen Erdendasein, in dem dennoch Fanny eine wichtige Rolle zu spielen begann. In das seltsame Fischglas hatte er einen Babelfisch umgebettet, dessen Heimat bisher ein Blechnapf war. Die geheimnisvolle Anziehungskraft des Glases zwang ihn immer wieder, es zu berühren und dem zauberhaften Klang nachzulauschen. Er versetzte ihn in sehnsuchtsvolles Nachdenken. Vielen Dank für Jemand bedankt sich bei mir und ich weiß nicht wer und für was. Schließlich hielt er es zu Hause nicht mehr aus. Zumal der Gedanke, den dankbaren Spender des Glases zu finden, sich in seinem Kopf festzusetzen begann. Und wenn ich dem Spender dann begegne ich vielleicht Fanny wieder. Alles im ganzen Universum ist Zufall. So trieb ihn seine Sehnsucht in eine Cafeteria. Doch alle Gedanken und Empfindungen schwanden, hatten, als sich ein schlecht gelernter mieser Typ an seinen Tisch gesetzt hatte. Ohne zu fragen. Ein Fernlastfahrer. Verfluchte Aprilschauer verfluchte die. Hey, mein Kaffee. Finden Sie nicht? Scheiß Aprilschauer sage ich. Ich mag sie recht gern so. Leicht und gemiselt und mal etwas frecher. Belebt doch ungemein. Was? Hören Sie aber auf. Macht einen doch richtig froh so ein kleiner Aprilschauer. Ja, das sagt jeder. Aber fahren Sie mal im Regen über die Landstraße. Ich bin Fernlastfahrer. Ich kann ein Lied davon singen. Der reinste Hohn, wenn einer sagt, dieser Scheiß Regen macht einen froh. Blödsinn sowas. Ja, die Ansichten der Menschen sind eben verschieden. Quatsch, da gibt es doch gar keine Ansicht. Dieser Mistregen verkleistert einen mit unter die Scheibe, dass kein Wischer hinterher kommt. Ich frage Sie, wenn überhaupt Wetter, warum dann nicht Sonne ohne den Scheiß Regen. Warum? Und ich frage Sie, kann ich bitte meinen Kaffee wiederhaben? Danke. Ja, da wissen Sie wohl keine Antwort drauf, wie? Auch noch so ein Kaffee dazu. Ich denke mal drüber nach. Machen Sie es gut. Der blöde Kerl vermochte Arthur's gute Laune nicht zu beeinflussen. Er saß wieder in seinem vergammelten alten Golf GTI und bog in die Ausfahrt zur Autobahn ein. Einfach so. Eine Fahrt ins Blaue, auf der wir ihn nächstes Mal weiter begleiten. Auf Wiederhören. Das war der 24. Teil von Douglas Adams Per Anhalter ins All. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen von Walter Andreas Schwartz Es sprachen Rolf Beusen das Buch. Felix von Manteufel den Weltraumpiloten Arthur Dent Ingo Hülsmann den Weltraumreisenden Ford Prefect Eberhard Feig war der Automuffel Russell Nina Hooger die schwebende Fanny Alfred Querbach der BBC Feature Mann Hilda Hoffmann die BBC Telefon Lady Christine Davis die klinisch sterile Telefon Stimme und Otto Sander ist und bleibt der stets im Regen fahrende Regentyp Mack Kenner Der in jenem Zauberglas neu beheimatete kleine Fisch blieb stumm Roland Seiler drehte wieder am hochqualifizierten Ton Regine Schneider schnitt sicher sensibel schöne scharfe Schnitte Milena Meitz als Aufnahmeleiterin plante und alles wurde gut Musik Frank Duval Hartmut Kirste war der überraschte Autofahrer und Regie Hartmut Kirste Hörspielbearbeitung aus dem Englischen Walter Andreas Schwarz Hörspielbearbeitung aus dem 25. Teil Das Ungewöhnliche an Fanchurch Arthur Dent, der Erde zurückgegeben, war von Sehnsucht nach Fanny zutiefst ergriffen. Dabei hatte er sie im Auto ihres muffligen Bruders nur einmal seufzen gehört. Dennoch, die Sehnsucht trieb ihn aus dem Haus in eine Cafeteria in der sicheren Hoffnung, ein goldener Zufall möge ihm die seufzende Geliebte zuführen. Musik Arthur setzte sich in seinen vergammelten alten und ebenso geliebten schwarzen Golf GTI und bog vergnügt trellernd in die Ausfahrt zur Autobahn ein. Er irrte, wenn er dachte, die Erdamposphäre habe sich nun letztlich wieder umgeschossen. Er irrte, wenn er glaubte, dem wirren Netz der Ungereimtheiten entkommen zu sein, in das sie in seine galaktischen Abenteuer getrieben hatten. Und er irrte, wenn er glaubte, er könne getrost vergessen, dass die große, feste, ölig, schmutzige, regenbogengekrönte Erde, auf der er lebte, ein nur mikroskopisch auszumachender Punkt auf einem mikroskopisch auszumachenden Punkt in der unvorstellbaren Unendlichkeit des Universums war. Trotz all dieser Irrtümer fuhr er trellab dahin. Der Grund, weshalb er sich irrte, stand an der Ausfahrt unter einem kleinen Regenschirm. Fanny! Fanny! Du blöder Hund, du! Mitten auf der Straße zu halten! Sie haben doch gesehen, dass ich scharf bremsen musste! Bei dem sah auch Regen... Ach was! Sie haben hier den Regenschirm kaputt gefahren! Was geht mich der scheiß Regenschirm an? Oh, tut mir wirklich leid, Fanny. Oh, Fanny, kaputt! Woher wissen Sie meinen Namen? Ich, äh, ich besorge Ihnen einen anderen. Vergessen Sie den Regenschirm. Sind Sie wieder okay? Noch ein bisschen blass sehen Sie aus. Tja, äh... Was? Äh... Sie sind ja ganz verwirrt. Irgendwie. Na, kommen Sie schon. Ich mache den Vordersitz frei. Moment. Ja, danke. Okay. So. Vergessen Sie den Regenschirm. Er gehörte meinem Bruder. Und der hat ihn sicher nicht gemocht, sonst hätte er ihn mir nicht geschenkt. Dann schnallen Sie sich lieber an, sonst fallen Sie raus. Sie sind doch nicht etwa ein Freund meines Bruders? Nein. Aha. Das, äh, das war eine merkwürdige Fahrt neulich. Im Auto Ihres Bruders. Sie auf dem Rücksitz, äh, ich dachte, Ihnen sei nicht gut. Er sollte mich an der Ausfahrt abholen. Mein Bruder. Ah. Aber dann hat er mich angerufen, es ginge nicht. Dann habe ich mich nach einem Bus erkundigt, aber der Mann hat in einem Kalender nachgesehen, statt in einem Fahrplan. Da wollte ich es lieber per Anhalter versuchen. Tja. Tja. Und da bin ich. Und nun möchte ich gern erfahren, woher Sie meinen Namen kennen. Vielleicht sollten wir erst mal herausfinden, wo ich Sie hinbringen soll. Ist es weit? Nah? Ich möchte gern nach Thornton. Ach, Sie wohnen in Thornton. Das ist ja ganz nah. Nein. In London. Aber es geht ein Zug von Thornton in knapp einer Stunde. Ach so. Oh, ich kann Sie auch nach London bringen. Macht mir nichts aus. Ja, gestatten Sie mir, dass ich Sie nach London bringe. Wie höflich von Ihnen. Fahren Sie denn nach London? Eigentlich nicht. Das heißt, äh, schon. Ich meine, ich würde. Nein, sehr freundlich von Ihnen, aber... Nein, wirklich nicht. Ich fahre mit dem Zug. Fanny. Sie haben mir immer noch nicht gesagt, woher Sie... Will ich Ihnen ja gerade erzählen. Ich habe ja schon angedeutet, dass Sie damals im Wagen... Was? Ich? Im Wagen? Ja. Mit Ihnen? Im Wagen von Ihrem Bruder. Weiß ich überhaupt nicht. Naja, also ich erzähle es Ihnen, obwohl ich diese ganze Geschichte seltsam finde. Sehr seltsam. Wieso? Hören Sie zu. Ja, das tue ich doch die ganze Zeit. Ja, gut. Also, wir müssen über verschiedene Dinge reden und ich muss Ihnen einiges erzählen, aber das dauert länger. Länger als fünf Meilen. Ja? Und? Naja, mal angenommen, bloß mal so... Ah! Ich mache Ihnen eins. Sie spendieren mir schnellen Drink, bevor mein Zug geht. Oh ja, gern. Aber wo? Gleich beim Bahnhof. Pubs in der Nähe von Bahnhöfen haben aus unerfindlichen Gründen etwas besonders scheußliches an sich. Eine ganz besondere Art von Schlampigkeit, eine ganz besondere Art von Schweinepastetenblässe. Schlimmer als die Schweinepasteten sind die Sandwiches. Es hat sich in England die Annahme hartnäckig festgesetzt, dass ein Sandwich appetitlich und ansehnlich oder irgendwie dem Auge und dem Gaumen gefällig zu gestalten, etwas so Sündhaftes ist, dass nur Ausländern zukommt. Lasst sie trocken sein, lautet eine irgendwo tief im Nationalbewusstsein vergrabene Vorschrift. Zäh und gummiartig, lasst sie sein. Sollen die Mistinger frisch bleiben, so wascht sie einmal in der Woche. Beim Verzehr von Sandwiches in Pubs zur Mittagszeit an Samstagen tun die Briten Buße für alle erdenklichen nationalen Sünden. Sie sind sich nicht ganz klar darüber, was für Sünden das sind, aber sie wollen es auch nicht wissen. Sünden gehören nicht zu den Dingen, von denen man was wissen will. Wenn es etwas gibt, das schlimmer ist als ein Sandwich, so sind es die Sausages. Nicht zu verwechseln mit irgendetwas, das man als Wurst zu bezeichnen pflegt. Sausages erkennt man schon geografisch. Sie liegen meist gleich neben den Sandwiches, freudlose Röhren, gefüllt mit Knorpel, in einem Meer von etwas Heißem Traurigem. Sie muten an wie das Denkmal eines die Menschheit hassenden Küchenchefs, der einsam und vergessen auf einer Hintertreppe in Stepney sein Leben inmitten seiner Katzen beschloss. Diese Sausages sind für solche, die ihre Sünden kennen und für etwas ganz Besonderes zu büßen verlangen. Die Gaststätte und was den Gast erwartet, ist somit hinreichend beschrieben. So, Tomatensaft, Sättchen, Küchen. Oh, und Sausages. Irren, merken Sie nicht? Ich dachte für alle Fälle. Macht nichts. Meine öde Kneipe. Gibt's denn hier nichts Besseres? Nun erzählen Sie mal. Wir haben nicht so viel Zeit. Sie wollten mir doch so viel sagen. Ja, ähm, ich hatte damals so eine Art, ähm, telepathischer Empfindung. Damals, äh, wissen Sie? Wann? Damals im Auto. Ich meine das mit den Schiffen. Damals im Auto? Lose! Ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Würden Sie vielleicht ein paar Hose für unsere Tombola kaufen? Fanny! Ist nur eine kleine Tombola. Für Angie. Wir sammeln Geld, weil Angie in Rente geht. Was? Angie geht in Rente und da sammeln wir Geld. Wir machen eine kleine Tombola und weil Angie doch eine künstliche Niere braucht. Ja. Kosten ja bloß zehn Pens das Stück. Da können Sie sogar zwei kaufen, ohne gleich die Bank zu sprengen. Na gut, ja, hier, zwanzig Pens. So, bitte sehr. Hoffentlich gewinnen Sie nun auch. Sind ja so hübsche Preise. Gut, ja, vielen Dank. Wie spät ist es denn? Oh, gar nicht mehr so viel Zeit. Und die Dame? Wie wär's? Nehmen Sie auch zwei? Ist doch für Angies künstliche Niere. Und wo Angie doch in Rente geht. Und Sie kosten ja auch nur zehn Pens das Stück. Hören Sie zu. Hier haben Sie fünfzig Pens. Dann, Herr Wetter, da sieht man, wo das Geld sitzt. Sie sind bestimmt aus London, was? Eins, zwei, ist ja für einen guten Zweck. Wo Angie doch in Rente geht. Drei, vier, fünf. So. Na, da sind bestimmt ein paar saftige Gewinne dabei. Passen Sie mal auf. Ach, behalten Sie doch die Lose. Wir müssen ja gleich wieder weg. Aber nein, Sie müssen sie behalten. Das sind wunderschöne Preise. Und die Dame. Nehmen Sie? Nein, nein, diese fünf sind für die Dame. Ach so. Na dann, viel, viel Glück. Sehr nett von Ihnen, mein Herr, dass Sie der Dame wieder zu spendieren. Ja, gut, vielen Dank. Wo, wo, wo waren wir denn stehen geblieben? Sie nannten mich Fanny. Und ich wollte Ihnen gerade sagen, das nicht zu tun. Wie meinen Sie das? Deshalb habe ich Sie auch gefragt, ob Sie ein Freund meines Bruders sind. Oder vielmehr meines Halbbruders. Er ist der Einzige, der mich Fanny nennt. Deswegen mag ich ihn noch nicht. Ja, und wie? Fanchurch. Fanchurch? Ja. Und jetzt warte ich nur gespannt, ob Sie dieselbe dämliche Frage stellen, wie mir jeder stellt, was zum Schreien ist. Ich werde wütend und sehr enttäuscht sein, wenn Sie es tun. Also, nehmen Sie sich in Acht. Finden Sie das nicht ein bisschen unfair? Ja. Dann ist es ja gut. Also, fragen Sie mich. Dann haben wir es hinter uns. Besser, als wenn Sie dauernd Fanny zu mir sagen. Wahrscheinlich. Sehen Sie mal hier, die letzten beiden Lose. Na, die Chance werden Sie sich doch nicht entgehen lassen. Ich dachte mir, ich gebe Sie Ihnen. Wo Sie doch so spendabel waren. Und wo es doch für Ainti... Künstliche Niere ist, ja. Hier haben Sie die 20 Pens. Danke. Och, ich habe Sie doch nicht etwa gestört. Nein, nein, durchaus nicht. Oder haben Sie sich gerade erst verliebt? Schwer zu sagen. Wir hatten noch keine Gelegenheit, darüber zu reden. Na ja. Ich zeige Ihnen gleich mal die Preise. Wollen Sie mich nun fragen? Ja. Wir können es zusammen machen, wenn Sie wollen. Also, wo wurde ich gefunden? In... Einer Reisetasche. In der... Gepäckaufbewahrung. Bahnhof Fanchurch Street. Beides falsch. Ich wurde dort... G... G... ...bezeugt. Oh, in der Gepäckaufbewahrung? Ach, natürlich nicht. Was sollten meine Eltern in der Gepäckaufbewahrung? Ist doch albern. Ja, dann weiß ich es nicht. Na, in der Schlange vor dem Fahrkartenschalter. Fahrkartenschalter. Oh, ja? Ja! Jedenfalls behaupten Sie das. Was Genaues haben Sie allerdings nie gesagt. Sie haben immer nur gesagt, kein Mensch könne sich vorstellen, wie entsetzlich langweilig es einem in der Schlange vor dem Fahrkartenschalter auf dem Bahnhof Fanchurch Street werden kann. Oh. Oh, mein Gott. Ich muss ja gehen. Mein Zug fährt gleich. Dabei haben Sie noch nicht einmal angefangen, mir zu erzählen, was für schrecklich außergewöhnliche Dinge Sie sich von der Seele reden wollten. Ja, ja. Oh, ich könnte Sie doch nach London fahren. Heute ist Samstag. Ich habe nichts Besonderes vor. Also. Nein, nein. Ich fahre mit dem Zug. Ich muss auch ein paar Tage für mich allein sein. Aber ich... Nein. Wirklich, danke. Ich gebe Ihnen meine Telefonnummer. Sie können es mir ein anderes Mal erzählen. Ist doch ganz beruhigend, nicht wahr? Fanchurch... Ein ganzer Karton mit Kirschlikör. Lauter kleine Fläschchen, entzückend. Und eine Schallplatte. Ich weiß genau, dass sie Ihnen gefallen wird. Schottische Dudelsackmusik. Weil Sie doch aus London sind. Wunderschön. Wirklich hinreißend. Ich dachte, ich sollte Ihnen das mal sagen. Wo wir doch aus London sind. Aber jetzt lasse ich Sie in Ruhe Ihr Glas austrinken. Vielleicht gewinnen Sie ja. So. Hier steht meine Nummer auf dem Zettel. Oh, ja. Danke. Ich rufe auch ganz bestimmt an. Und ich nehme auch ganz bestimmt den Hörer ab. Nun muss ich wohl gehen. Keine Angst, wir reden noch drüber. Nummer 37. Vielleicht wäre es gar nicht so gut gegangen mit uns, wenn diese Tom-Muller-Tante nicht gewesen wäre. Das kann schon sein. Nummer 37. Wer hat die Nummer 37? Hier sind die Lose. Hä? Laufen Sie doch nicht weg. Wir haben vielleicht gewonnen. Nummer 37. Nummer 37 hier. Nummer 37 ist hier. Habe ich's nicht gesagt? Na ja, wo Liebe ist, da ist das Glück. Sie haben die Doodelsack-Musik gewonnen. Ich hole sie. Fanchert war schon im Zug und der Zug abgefahren. Angekommen bei Arthur Dent war ein langer Güterzug mit lauter Sehnsucht, mit der er sein Herz erneut beladen fühlte. Doch zu seiner hoffnungsreichen Freude trug der Gedanke an Fancherts Telefonnummer bei. Und er brannte darauf, sie so bald wie möglich zu wählen. Dass Arthur Dent indessen plötzlich sehr nervös wurde, hatte einen ganz anderen Grund. Er fand das Zettelchen mit der Telefonnummer nicht. Bei Aufreiben der Doodelsack-Musik stöberte er in allen Taschen, auch in denen, die unmöglich das kostbare Kommunikationsstück beherbergen konnten. Ratlos verharrte er eine Weile. Dann griff er zum Telefon. Ja, hallo. Tantenbar. Ja, haben Sie noch die Lose? Was? Wir müssen lauter sprechen. Hier ist ein Krach. Ob Sie noch die Lose von der Tombola haben. Tombola? Ja. Habe ich nicht gemacht, das ist die Wonne. Aha. Aber die kommen erst viel später. Wann denn? Morgen. Ja, tot frei. Weiß denn sonst keiner bei Ihnen... Wir müssen lauter reden, ich verstehe Sie nicht. Weiß denn sonst keiner darüber Bescheid bei Ihnen? Nein, nein. Höchstens stimmt der Besitzer. Ich frage mal. Ja, danke. Jim? Ja? Was ist denn los? Da will einer was wegen der Tombola haben. Na und? Ich lache den Affen. Häng auf und bedien die Kundschaft. Ja. Hallo. Hallo. Oh, Mist. Dies droht eine traurige Episode im Leben des Arthur Dent zu werden. Mit der unaufindbaren Telefonnummer war wieder jede Verbindung zum Gegenstand seiner Liebe abgerissen. Unzählige Male Nummern aus dem Gedächtnis gewählt, wie es vielleicht sein könnten. Unzählige Male mit einem falsch verbunden, tiefer in die Verzweiflung gestürzt. Schließlich der Einfall nach Thornton zurück, die Mülltonnen nach dem teuren Objekt durchsucht. Ein Sonntag mit Hoffnungen begonnen, die der Arme am Abend nach dem Durchwühlen von Kneipenabfall unter vergammelten Sandwiches und Sausages begraben sah. Dennoch ließ Arthur nichts unversucht, Fanchurch wiederzutreffen. Verquält von Selbstanschuldigungen, nach intensivem Hader mit seinem Schicksal, beschloss er schließlich, die Raststätte an der Autobahnausfahrt wieder aufzusuchen, in die er kurz vor ihrem ersten Wiedersehen gegangen war. Es regnete, wie damals, ein unerträglich feines Geniesele. Dass ihn dort ausgerechneter Regenmissmacher McKenna sofort erkannte und an seinen Tisch forderte, trug nicht zur Besserung von Arthas trostlosem Seelenzustand bei. Dieser Nieselregen, dieser Verdammte, geht mir besonders auf den Kasten. Hören Sie mit Ihrem Nieselregen auf! Würde ich ja, wenn der Nieselregen aufhören würde. Hören Sie zu mir! Aber ich sage Ihnen genau, was passieren wird, wenn es aufhört zu Nieseln. Interessiert mich nicht! Gießen! Was? Gießen wird's! Ich sage Ihnen doch, das interessiert mich nicht. Meinetwegen kann es zu bis regnen. Lassen Sie mich in Ruhe! Wird ja auch mal wieder aufhören. Ja! Quatsch! Es hört nie auf! Natürlich hört's auf! Es regnet in einem Fort! Blödsinn, sowas zu sagen! Es regnet in einem Fort! Blödsinn! Wenn ich sage, es regnet in einem Fort, dann regnet's in einem Fort! Gestern hat es zum Beispiel überhaupt nicht geregnet! Doch! In Darlington! Wissen Sie, wo ich gestern war? Nein! Dreimal dürfen Sie raten! Darf ich! Hm! Fängt mit D an! So! Da schiffte es was vom Himmel heute, kann ich Ihnen sagen! Hey! Wann? Na? Kannst du nicht hier am Tisch sitzen? Wieso? Na ja, das ist die Gewitterholtenecke! Alleine reserviert für unseren Ollen mit dem Regen auf den Weckerhammer! Für den ist ein Tisch reserviert in jeder kleinsten Raststätte an der Autobahn! Von hier bis nach Dänemark! Komm, setz dich rüber zu uns, lass ihn doch allein da sitzen! Au! Mann, ist gut, Kumpel! Hast du auch deine Regenreifen drauf? Verpiss dich! Na, dann mal gute Fahrt! Da sehen Sie es! Keiner von diesen Arschlöchern nimmt mich ernst! Dabei wissen alle ganz genau, dass ich recht habe! Aha! Genau wie meine Frau! Die sagt auch immer, das sei alles Quatsch! Ich würde mich selber verrückt machen mit diesem Rumgenörgel am Regen! Aber dann, hören Sie, dann nimmt sie schnell die Wäsche ab, wenn ich telefoniere, dass ich gleich nach Hause komme! Ja, was sagen Sie dazu? Na ja! Ich habe ein Buch! Ein Tagebuch! Führe ich seit 15 Jahren! Ist jeder Ort drin, auch der kleinste, wo ich war! Jedem Tag! Und natürlich auch, wie das Wetter war! England, Schottland, Wales, auch drüben rund um den Kontinent, Italien, Deutschland, rauf bis nach Dänemark und runter bis nach Jugoslawien! Alles genau notiert! Sogar, als ich bei meinem Bruder zu Besuch war! In Seattle! Ja, ja, aber das zeigen Sie mal lieber jemand anderem! Bye, bye! Das mache ich bestimmt! Und da hat er es wirklich gemacht! Arthur Dent war diesem Regenmenschen entkommen und saß wieder in seinem Auto. Sein Ziel Exeter. 79.500 Einwohner, Universität, Brauerei, Bischofssitz und Computerlagen. Mit Hilfe eines Computers, mit dieser dem neueren Fortschritt zugeschriebenen Errungenschaft, wollte er versuchen, die Adresse seiner geliebten Fanchurch zu ermitteln. Keine schlechte Idee. Zumal Arthur ja ein erfahrener Computerminutzer ist. Nur kann die ersehnte Ermittlung lange dauern. Na mal sehen. Bis demnächst. Auf Wiederhören. Das war der 25. Teil von Douglas Adams. Per Anhalter ins All. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen von Walter Andreas Schwanz. Es sprachen Rolf Beusen, das Buch. Felix von Manteufel, den verliebten Arthur Dent. Nina Hoger, das Zauberwesen Fanny Fanchurch. Otto Sander ist und bleibt Mac Kenner. Der regenbescheuerte Fernfahrer. Ursula Dierichs war die unaufdringliche Losverkäuferin. Christine Davis, die von nichts wissende Barfrau. Manfred Böhm gab den Barkeeper Jim. Jim, Markus Hoffmann, einen normalen Tarnfahrer. Roland Seiler gab den hochqualifizierten Ton an. Regine Schneider führte mit schnittsicheren Händen, fehlerfrei durch das Dickicht des Geschehens. Milena Meitz leitete sicher die Aufnahmen. Die Musik ist von Frank Duval. Regie immer noch. Hartmut Kirste Herr Anhalter ins All. Von Douglas Adam. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen Walter Andreas Schwarz Anhalter ins All. Beatix HЬfic30 Die Musik ist von Frank Duval. Frohe und livre Spiegel. 26. Teil. Das pathologisch Ungewöhnliche an Fanchurch. Wer da behauptet, kein Computer sei im Stande, die Adresse von Fanchurch quasi aus dem Hut zu ermitteln, der irrt. Das Mädchen wohnt in London und von London soll es ja ein einschlägiges, computerisiertes Adressbuch geben. Fragt sich nur, ob Fanchurch eine Adresse hat? Sie hat. Der findige Arthur Dent bedient soeben voll Sehnsucht und Ungeduld den Türklopfer zur Bleibe seiner Angebeteten. Das Haus ist ein kleiner umgebauter Stall in einer schmalen Seitengasse hinter dem ehemaligen baufälligen Agrarinstitut von Islington. Kleingewerbe hat sich hier niedergelassen. An dem Haus fielen die hohen Stalltüren auf. Es gab aber auch eine recht nobelpolierte, edelholzpanelierte, ganz normale Haustür mit einem schwarzen Delfin als Türklopfer, der Arthur sogleich wundersam faszinierte. Das Sonderbare an der Tür war die Treppe davor, etwa drei Meter hoch. Die Tür war also in das obere der beiden Stockwerke eingelassen, was darauf schließen lässt, dass sie früher dazu diente, das Heu für die hungrigen Pferde hineinzuheben, zumal über der Tür ein alter Flaschenzug aus dem Mauerwerk ragte. Ja, ja, ich komme schon. Sie? Fenchurch. Ich dachte, Sie rufen vorher an. Aber Fanny, äh, Fenchurch... Ich kann nur ein paar Minuten reinkommen. Ich, ähm, muss gleich weg. Ach so. Aber heute Abend. Ich bin um sechs wieder da. Ja. Kommen Sie dann? Um sechs? Komme ich um sechs wieder. Entschuldigung, aber es geht nicht anders. Klar. Also um sechs. Okay. Bye, bye. So ein warmer Sommertag in Islington ist gar nicht so langweilig, wie mancher denkt. Dieser Stadtteil Londons hat allerlei zu bieten. Das eintönige Gewimmer der Maschinen in den Drechselereien, die antiken Möbeln so lange zusetzen, bis sie aussehen, wofür man sie hält, täuscht Langeweile vor. In Wirklichkeit ist das Leben in Islington recht bunt und vielgestaltig. Architekten und Klempner, beschäftigt mit baufälligen Häusern, Anwälte und Einbrecher, Pizzakünstler und Grundstücksmakler. Auf sie alle strahlt hier die Sommersonne zu Blüh und Gedeih des vielgestaltigen Lebens. Und sie strahlt auch auf die zahlreichen unkundigen Kunden der Antiquitätenhändler und zugleich natürlich auf so manches Unechte, was sich überzeugt als echt ausgibt. Arthur genoss diese Kurzweil nur mit gemischter Anteilnahme, denn verständlicherweise waren seine Gedanken bei Fanchurch und seine Blicke immer wieder ungeduldig auf die Uhr gerichtet, die endlich kurz vor sechs mahnte, das ersehnte Ziel wieder anzustreben. Eine Flasche Champagner unter den Armen geklemmt, gelangte er zur gleichen Zeit wie Fanchurch an das Haus. Ich find's hübsch hier. Warum sind Sie so verlegen? Setzen wir uns vielleicht? Oder sollen wir lieber spazieren gehen? In den Hyde Park? Ich zieh mich schnell um. Dieses Kleid ist zu streng. Ich zieh es eigentlich immer nur für meinen Cello-Lehrer an. Das ist ein sehr lieber alter Herr. Manchmal glaub ich allerdings, das ganze Gestreiche steigt ihm zu Kopf. Ich bin gleich wieder da. Stellen Sie die Flasche in den Kühlschrank. Die trinken wir, wenn wir zurück sind. Ja. Ein Freund, der einffekt, erzählt mir immer, was man aus dieser Erfüllung eines Wunderschönes machen kann. Er kommt immer wieder und steht und staunt und redet vor sich hin von Raum und Objekten und Effekten des fantastischen Lichts. Und dann sagt er, er muss das alles aufzeigen und verschwindet wieder für ein paar Wochen. Ja, und so blieb alles Wunderschöne ungeschehen, wie Sie sehen. Oh, hoffentlich ist der Sekt recht kalt, wenn wir wiederkommen. Mir ist jetzt schon recht heiß. Oh, zauberhaft. Nur ein leichtes Sommerkleid. Gefällt es ihm? Blau wie aus dem siebenten Himmel, weiß wie Schönheit in Unschuld. Und sie, rot wie vom Regen überraschter Klatschmohn und unwissend, wie ein richtiger Glückspilz. Glückspilz? Ich weiß, Sie sind so ein Mensch, der kein Stückchen Papier in der Hand halten kann, ohne dass es sich so gleich in den Hauptgewinn bei einer Tombola verwandelt. Oh, jetzt hast du mich in etwas ganz anderes verwandelt. Ja? Ja, in einen Raumfahrer, der vor lauter Glück dreimal durch die ganze Galaxis rast. Dreimal durch die Galaxis? Komm, lass uns gehen. Wer da in Wirklichkeit durch die Galaxis rast, ist nicht Arthur Dent, fiel mir sein Freund Fort Prefekt, seit Stunden schon von heftigem Artilleriefeuer in seinen schnapsgetränkten Betrachtungen gestört. Jetzt wurde es ihm zu viel und er sprang wütend auf, um der Quelle dieses Kriegslärms nachzugehen. Verdammter Mist! Wir sollen da doch nachdenken können. Wo kommt denn dieser Schlachtenlärm her? Könnt ihr denn nicht, könnt ihr denn bitte nicht leise gehen? Ihr Computer-Säcke! Kontrollgang beendet! Kommandostelle in Aktion! Angriff auf Roboter-Sterne-Kreuzer-Ausrichtung-Cyrsla! Schießen aus allen Strahlkanonen! Ende! Also das ist es! Immer Krieg und Krach im All! Arthur Dent müsste man sein! Auf dem friedlichen Planeten Cricket in irgendeinem Mondlicht räumen und sei das langweiligste Zeug der Erde! Erde! Da fliegen wir ein! Ist sie nun zerstört? Oder ist es nicht? Reiseführer Paner ins All sagt, sie ist es nicht. Also ist es nicht. Bastard! Langweiliger Planet! Erde! Cricketland! Arthur Dent! Arthur Dent! Der Befreier des Universums! Aber Dent! Der fliegende Mensch über Lords Cricket Ground in St. John's Wood, London! Lern fliegen mit dem Anhalter! Regelung 1! Such dir einen Baum, steig rauf so weit es geht und lass dich zu Boden fallen! Aber dann nicht! Ah! Das ist es! Scheißspiel! und verzeihe! Ich will hier weg! Ich lasse euch alleine weiterschießen! überlegen, ob ich nicht noch mal einen Abstecher auf der Erde mache und selbst nachsehe, ob es nun zerstört ist oder nicht. Vielleicht ist es wirklich nicht. Dann hat mein Reiseführer recht. Ich fürchte, ich gehöre zu denen, die ganz ungewöhnlich plötzlich vor ungeahnten Offenbarungen stehen. Ich glaube... Es war seltsam. Unwahrscheinlich seltsam. Schon Tage vorher bekam ich immer mehr das Gefühl, als wollte etwas aus mir heraus. Als müsste ich etwa gebären oder... Nein, eher umgekehrt, als trieb ich in etwas hinein, mehr und mehr. Oder... Ich weiß nicht, es war... die ganze Erde durch mich hindurch in... Ich weiß nicht. Sag dir die Zahl 42, was? Wie? 42? Was redest du denn? Ach, ich dachte nur so. Eigentlich war es ganz einfach. Es war sogar ungewöhnlich einfach, sage ich dir, als es kam. Was denn? Siehst du, Arthur, das weiß ich eben nicht mehr. Und dieser Verlust ist unerträglich. Wenn ich versuche, mich daran zu erinnern, dann flackert und flimmert alles und strenge ich mich an bis zum Äußersten. Dann komme ich zur Teetasse und dann ist alles weg. Wie? Das Wichtigste passiert in einem Café. Ich saß da und trank eine Tasse Tee. Das war, als ich schon die ganzen Tage vorher dieses Gefühl hatte, als triebe ich in etwas hinein. Ich glaube, ich summte leise vor mich hin. Und gegenüber vom Café war eine Baustelle, auf der gearbeitet wurde und ich sah denen durchs Fenster zu, über den Rand meiner Täters hinweg. für mich die schönste Art, Leuten bei der Arbeit zuzusehen. Und plötzlich tauchte in meinen Gedanken diese Botschaft auf. Von irgendwo her. Ganz einfach so und alles stimmte so selbstverständlich und sinnvoll zusammen. Und ich merkte auf und dachte, oh, es ist ja eigentlich alles klar. Ich war so verblüfft, dass ich beinahe meine Teetasse fallen ließ. Ich glaube sogar, ich ließ sie fallen. Ja. Ja, ich habe sie bestimmt fallen gelassen. Kannst du dir das vorstellen? Mhm. Wunderbar, ja. Bis auf das mit der Teetasse. Naja. Das mit der Teetasse. Der Augenblick, in dem es mir buchstäblich so vorkam, als explodiere die Welt. Was? Ich weiß, es klingt verrückt und jeder sagt, es seien Hirngespinst der Halluzinationen. Aber wenn das Halluzinationen waren, dann habe ich Halluzinationen in 3D auf Breitleinwand mit 16 Spuren. Dolby Stereo und sollte mich von Leuten engagieren lassen, die sich bei Haifischfilmen langweilen. Es war, als würde mir der Boden buchstäblich unter den Füßen fortgerissen. Naja. Jedenfalls stimmt in mir irgendetwas nicht. Und du musst es herausfinden. Und jetzt gehen wir nach Hause. Der Nachhauseweg vom Hyde Park bis nach Islington dauert auch mit der U-Bahn eine ganze Weile. Doch auch als sie längst wieder in Fencherts Wohnung saßen, hatte Arthur das pathologisch Ungewöhnliche an ihr noch nicht entdeckt. Und du hattest das Gefühl, als ob die Erde tatsächlich explodierte? Mehr als das Gefühl. Das heißt, das, was die anderen sagen, sind Halluzinationen? Ja. Es ist doch lächerlich. Die Leute meinen, wenn sie Halluzinationen sagen, erklärt das alles, was sie damit erklären können. Und was sie nicht erklären können, fällt einfach weg. Das ist doch nur ein Wort. Es erklärt überhaupt nichts. Es erklärt auch nicht, dass die Delfine verschwunden sind. Nein, gar nicht. Was? Es erklärt nicht, dass die Delfine verschwunden sind. Nein, das sehe ich ein. Aber was für Delfine denn? Was für Delfine? Ja. Aber Arthur, wo um Himmels Willen warst du denn? Alle Delfine verschwanden an dem Tag, als ich die Tasse fallen ließ. So. Keine Delfine mehr da. alle weg, verschwunden. Arthur, das hast du nicht gewusst? Und wo sind sie? Das weiß keiner. Das meint man ja mit verschwunden. Es ähm also es soll jemand geben, der es weiß. Und die Leute sagen, er lebt in Kalifornien und ist verrückt. Ich habe mir schon überlegt, ob ich ihn nicht mal besuche, denn er scheint mir die einzige Verbindung zu sein zu dem, was mit mir passiert ist. Mhm. Arthur? Ja? Ich möchte wirklich wissen, wo du die ganze Zeit gewesen bist. Ich glaube, du hast auch sowas Schreckliches erlebt. Und deshalb haben wir uns gefunden. Und nun hast du jemand, dem du alles erzählen kannst. Ach, mein Gott, das ist eine lange Geschichte, eine sehr lange Geschichte. Pass mal auf, ich zeige dir mal was. Hat es vielleicht mit dem Ding hier zu tun? Keine Panik steht drauf. Gib her, gib her. Gib doch. Sehr beruhigend. Explodiert also wahrscheinlich nicht. Wo hast du denn meinen Reiseführer her? Gefunden. Ich habe mir schon gedacht, dass er dir gehört. Er ist dir runtergefallen. In Russells Auto. Hier. Es war an einem Donnerstag. Fast 2000 Jahre, nachdem sie einen Mann an einen Baumstamm genagelt hatten, der sie davon überzeugen wollte, dass es geradezu himmlisch wäre, wenn sie da auf dem blaugrünen Planeten zur Abwechslung mal etwas freundlicher miteinander umgingen. An jenem Donnerstag, es mag kurz vor der Rückkehr des Retters des Universums, Arthur Dent gewesen sein, da saß in irgendeinem kleinen Café ein Mädchen, dem plötzlich klar wurde, was da die ganze Zeit schiefgelaufen war. Endlich wusste sie, wie aus dieser Welt ein Ort voll Glück und Freude werden könnte. Sie war sicher, diesmal würde nichts schiefgehen und keiner müsste dafür an irgendetwas genagelt werden. Ich möchte wissen, wie die Botschaft lautet, die mir entfallen ist und woher sie kam. Ich glaube nämlich nicht, dass sie von hier kam. Dabei bin ich nicht einmal sicher, ob ich weiß, wo hier ist. Ach, da hilft vielleicht der Champagner, den ich herumgeschleppt habe. Moment. Ähm, Gläser? Äh, da. Ah. Aber nicht ablenken. Du musst jetzt endlich erraten, was an mir nicht stimmt. Okay. Ich lege noch eine Platte auf. Ja. So. komm, setz dich zu mir. Du kannst gleich da anfangen, wo deine Hand liegt. Ach, vielleicht sollte sie da gar nicht liegen. Doch, doch. Und in welche Richtung sollte sich meine Hand begeben? Nach unten. Oh. In diesem besonderen Fall. Aber gern. Da wäre ich nun an deinem Knie angelangt. An deinem linken Knie. An meinem linken Knie ist gar nichts Ungewöhnliches. Das stimmt. Anatomisch. Wusstest du schon? Was denn? Ach nichts. Ich merke, du weißt es schon. Mach weiter. Dann könnte vielleicht etwas mit deinen Füßen sein. Aber nein. Oh. So schöne Füße. Wunderschöne Füße. Ungewöhnlich schöne Füße. Es ist aber nichts Ungewöhnliches an ihr. Nein, nein, das habe ich ja nicht gesagt. Eigentlich weiß ich gar nicht, wonach ich suchen soll. Wenn du es gefunden hast, wirst du es schon wissen. Bestimmt. Mach weiter. Schwere Aufgabe. Nein, nein, nein. Da ist absolut nichts Ungewöhnliches. Du darfst nicht aufgeben. Also, also, den rechten Fuß , bitte. ein Fuß so ungewöhnlich schön wie der andere. Aber nichts Ungewöhnliches an ihnen, oder? Na, jedenfalls nichts, was nicht stimmt. Ach, ich bin verzweifelt. Nicht aufgeben. Heb mich mal hoch. Dein ungewöhnlich schöner Mund kann es auch nicht sein. Das merke ich bei jedem bei jedem Nun setz mich mal wieder ab. Na? Stimmt vielleicht mit meinen Füßen doch etwas nicht? Sieh mal genau hin. Du darfst dich ruhig hinknien. Hinknien? Das wird ja anstrengend. Dann leg dich doch hin. Nein! Hast du das schon entdeckt? Nein! Was glaubst du wohl? Ich weiß, was an dir nicht stimmt. Etwas ungeheuer Ungewöhnliches. Na? Deine Füße berühren nicht den Boden. Und? was meinst du? Tja, ich was denn? Arthur! Arthur! Sch! Ja, Sancher, nicht weinen, nicht weinen. Vielleicht, vielleicht kannst du auch was ich kann. Komm! Ja! Die Beschäftigung mit dem Gedanken, was Arthur wohl meinte mit dem Fragezeichenreichen Satz vielleicht kannst du auch was ich kann, wird bis zu seiner Ergründung eine gewisse Zeit brauchen. So müssen wir Geduld üben. Bis zum nächsten Mal. Also auf Wiederhören. Das war der 26. Teil von Douglas Adams Per Anhalter ins All. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen von Walter Andreas Schwarz. Es sprachen Rolf Beusen das Buch. Felix von Mannteufel den glücklich liebenden Arthur Dent. Ingo Hülsmann den schnapp träumenden Fort Prefect. Nina Huger das pathologisch ungewöhnliche Mädchen Fanny Fanchurch. Ton Roland Seiler Technik Regine Schneider Aufnahmeleitung Milena Mainz Musik Frank Regie Hartmut Kirste Hartmut Per Anhalter ins All von Douglas Adams Hörspielbearbeitung aus dem Englischen Walter Andreas Schwarz Hoi D Kirste Aus 27. Teil. Das Verschwinden der Delfine. Vielleicht kannst du auch, was ich kann, hatte Arthur Dent nicht ohne Hintergedanken zu seiner Freundin Fanny gesagt, als er entdeckte, dass ihre beiden Füße den Boden nicht berührten. Und würde es sich bei diesem Hintergedanken um das an Arthur oft bewunderte Fliegen handeln, so stünde zu befürchten, dass Fanchurch lange brauchen würde, um erstens an Arthurs Kund zu glauben und zweitens um selbst ein so gefährliches Unternehmen zu wagen. Arthur Dent seinerseits dachte nicht im Entferntesten an irgendwelche Folgen, die sein rasches Unternehmen mit sich bringen könnte. Nach der ahnungsschwangeren Offenbarung, seine geliebte Fanchurch schwebt ganz natürlich über dem Boden, statt fest auf ihm zu stehen, wie es nicht ungewöhnlichen Menschen auferlegt ist, stürzte der Unbesonnene zur drei Meter über dem rauen Straßenpflaster gelegenen Haustür, seine Geliebte hinter sich herziehend, riss die Tür auf und warf sich in der sicheren Annahme, er würde bestimmt fliegen ins Leere. Zunächst war es Arthurs Glück, dass ein starker Aufwind in der Gasse vor dem Haus herrschte. Doch die überraschte Fanchurch erkannte sehr bald, dass der Aufwind Arthurs Körpergewicht in keiner Weise Widerstand leisten konnte. Arthur, bist du wahnsinnig? Du stürzt dich doch zu Tode. Noch stürzte Arthur in Sekundenschnelle auf das Straßenpflaster zu und zwar mit dem Kopf voran, denn er hatte die Wahnsinnsidee, so gelänge ihm das Abfangen vor dem Aufprall am besten, da die Sicht frei war, was sie gar nicht war, nachdem er sich bereits an der Türschwelle heftig den Kopf angestoßen hatte, sodass es ihm vor den Augen flimmerte. Das aber war der Grund, dass er nicht mit dem Kopf auf das Pflaster stieß, sondern dieses ganz und gar verfehlte, da ihn der schmerzende Kopf überhaupt nicht an das Pflaster denken ließ. Er hing wenige Zentimeter in einer recht dämlichen Stellung, die Fenchurch trotz ihrer Angst um den Geliebten fast zum Lachen brachte. Er hing wenige Zentimeter über dem Pflaster und nun kam ihm der Aufwind zu Hilfe. Das heißt, er griff ihm unter die Arme, belebte seinen Geist und mit einem Schwung jenseits aller Dämlichkeit begann er seinen Flug aufwärts. Staunen in den Augen Fenchurchs, Seligkeit im Herzen Arthurs, der sich wie ein des Fliegens gewohnter Engel fühlte. Ich kann fast nur ganz süßlich zu ziehen. Da, auf der Street! Flieg nicht so weit! Nein, nein! Ich komm da schon! Kannst du das auch? Nein. Doch, das kannst du auch. Muss das schön sein, sich im Fliegen zu küssen? Ach, für Vögel ist das nichts Besonderes. Na komm, versuch es mal. Nein, nein, das kann ich nicht. Du hast doch ein kleines bisschen Angst. Nicht zittern. Pass auf, ich zeig dir es noch mal. Oh, es ist ein wunderbares Gefühl, sag ich dir. Na, wie wär's? Probierst du es jetzt? Es ist ganz leicht. Wenn du nicht weißt, wie es gemacht wird, das ist nämlich das Wichtigste dabei. Nur nicht sicher sein, wie man es macht. Bloß nicht. Ja, für dich. Für dich ist es nichts. Du fliegst wie ein Geldschein durch die Luft. Wie machst du das denn? Das musst du mich fragen. Ich sag dir doch, nicht die geringste Ahnung. Und du meinst, ich... Na klar. Komm. Ja. Komm, steig auf meine Hand. Ja. Erst mit einem Fuß. Ja. Ja, ich halte dich. Ja. Fabelhaft. Ja. Jetzt den anderen Fuß. Ich... Ja. Das geht? Ja, 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 ja. Verlagere erst mal dein Gewicht nach vorn. Ja. Ja, nun mach schon. Nach vorn. Ich... Ich weiß nicht. Ja, ja, so. Das ist aber ziemlich wackelig. Ja, das gibt sich. Keine Angst. Keine Angst. Ich halte dich. Ja. Oh, was ist das denn? Jetzt sehe ich ja erst, wie lebensgefährlich kaputt die Dachhinde da drüben auf dem Schuppendach ist. Ich habe immer Angst gehabt, dass sie mir eines Tages auf den Kopf fällt. Jetzt streck mal den rechten Fuß nach hinten. Das kann ich nicht. Doch, versuch doch mal. Siehst du, es geht doch. Ich muss wirklich mal bei denen vorbeigehen und Bescheid sagen, dass die Dachhinde repariert wird. Ein heftiger Windstoß und die fliegt runter. Ja, sieh dir das doch mal an. Ja. Komm mal näher. Ja. 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 Ja, ich fliege. Ja. Wundervoll. Jutzen. Du kannst fliegen. Ja. Und link. Das schenke ich dir. Ein Stückchen Eierschale. Der Vogel ist innen geschlüpft. Aufwärts schwebten sie nun. Immer weiter aufwärts. Langsam umeinander wirbelnd wie Ahornsamen, wenn er im Herbst von den Bäumen herniedersegelt. Nur segelten sie aufwärts. Während in ihrem Geist die ekstatische Erkenntnis jubelte, dass alles, was sie da taten, entweder vollkommen und ganz und gar und total unmöglich war oder die Physik eine Menge aufzuholen hatte. Die Physik schüttelte ihr weißes Haupt und sorgte mit entschiedenen Blick in die andere Richtung dafür, dass die Autos auf der Straße blieben, die Straßenbeleuchtung korrekt ihrem Strahlenweg folgte und so jemand einen Cheeseburger fallen ließ, dieser auf den Boden klatschte. Unter ihnen zogen sich die Lichterketten von London behutsam zurück. Von London! Arthur hatte große Mühe, sein Gedächtnis zurückzudrängen, dass es nicht ausschwärmte über die seltsam gefärbten Gefilde des Planeten Kriket am äußersten Ende der Galaxis, jetzt leuchtende Sommersprossen, die den sich über ihnen öffnenden Himmel übersäte. Nein, es waren die Lichterketten von London, in Wogen sich wiegend, im Kreisbahn kreisend. Wir fliegen! Ja! Wir kaum versuchen mal eine Sturz. Was? Ein Kinderspiel! Wir versuchen mal einfach niederstürzen! Kommt mich nämlich bei der Hand! Wer die Gesetze des freien Falls kennt, wird sich auch ausmalen können, welche unabwendbare Folge dies für den freifallenden Körper hat. Denn Fenchurch fand auf ihrer Flucht nach unten nichts, aber auch gar nichts, woran sie sich hätte halten können. Arthur, dem gleichen Gesetz unterworfen und etwas schwerer an Gewicht, holte sie bald ein und vergaß das Fliegen, da auch ihn das Fallen übermannte. Zum Glück fand sich in seinem Hirn gerade noch Raum für einen einzigen rettenden Gedanken. Gemeinsam und sei es im Fluge sterben. Die Physik durch das bisherige Geschehen nahe einem Nervenzusammenbruch erholte sich sogleich, als ihr der Verstand bestätigte, was sie bisher als wissenschaftliche Regel gewissenhaft befolgt hatte. Und so ließ sie den Fall der beiden geschehen. Ohne Schadenfreude, versteht sich, wohl aber mit dem Gedanken, dem Gesetz des freien Falls gelegentlich eine Warnung anzufügen, die solchen Gefahren vorbeugt. Der Fall von Fenchurch und Arthur Dent hatte beide dem Boden bedenklich nahegeführt. Doch nun geschah, wie so oft in äußerster Not, etwas völlig Ungewöhnliches. Arthur stieß mit kräftigem Arm die Geliebte von sich. Von dieser Unzärtlichkeit gekränkt, ließ Fenchurch jeden Gedanken an den Fall fahren, was zu der unnatürlichen Folge führte, dass das schöne Mädchen mit einem eleganten Schwung nach oben sauste, was wiederum Arthur so entzückte, dass auch er das Fallen vergaß, und zwar weniger elegant, weil verwirrt, der Geliebte nach oben folgte. Die Rettung mündete in reine Seligkeit. Beide flogen stumm und eng umschlungen lange dahin. Erst unter der Wolkengrenze machten sie Halt. Eine Pause in schwindelnder Höhe, wie ein kurzer Blick nach unten sie belehrte, den sie zögernd wagten. Ja, ist das mit dem Sturzflügel ein schöner Mist? Ja, Sturzflügel sind etwas Tolles, sage ich dir. Oh ja, man kann den freien Fall am eigenen Leibner fahren. Oh, ich zeig dir's doch mal. Schön langsam und vorn über deinen Hohen abheilen. Hey, hey, wo bleibst du denn? Na, komm. Na gut, auf deine Gefahr. Ja, prima. Das machst du toll. Es ist ganz einfach, wenn man's kann. Ja, stimmt. So, du kannst es perfekt. Mein Kleid. Da, lass es fliegen. Ja, lass es fliegen. Er braucht hier oben ein Kleid. Keiner war glücklicher als der Wind, der so gleich mit dem Kleid zu spielen begann. Und natürlich Arthur, der unten im Zimmer schon gewünscht hatte, sie brauchte es doch gar nicht erst anziehen. Der Wind hatte dann allerdings sein Spiel zu weit getrieben. Plötzlich hatte er genug und überließ das Kleid sich selbst. Enttäuscht flog es auf die Erde und hing am anderen Morgen traurig über einer Familienwäscheleine in Hounslow, was zu einer Ehetragödie führte, die sich aber vielleicht auch ohne das Kleid ereignet hätte. Doch das kümmerte die beiden in den Lüften nicht. Sie pflegten der Liebe, wie es sich gehört, und kamen erst vorübergehend damit zu Ende, als eine Boeing 747 plötzlich ihren Weg kreuzte. Ein ekelhafter, lästig krachmachender Störenfried, einem friedlichen, zur Liebe wie kein anderer Ort geeigneten Himmel. Luftstöße warfen die Liebenden auseinander. Scheiß, Flieger, und einen Wind macht er! Die beiden wurden mit fortgerissen. Es gab kein Halten. Jedenfalls wurde die Situation unerträglich und die beiden kamen sich bei ihrem Liebesspiel vor, wie zwei Schmetterlinge im Luftkrieg. Arter! Ernie! Wo bist du? Ernie! Komm her, Arter! Ich hab eine Idee! Komm, schnell! Was machst du denn da? Was? Auf die Trangfläche von diesem Trumma? Hilf mir da mal rauf! Ganz schöner Wind, was? Da muss man sich festhalten! Eben! Was denke ich auch? Komm, halt mich fest! Oh ja, komm! Komm auf meinen Schoß! Oh, schönes Gefühl, so zu fliegen! Mrs. E. Kappelsen aus Boston, Massachusetts. Keine bekannte Persönlichkeit. Eine ältere Dame, die... Nun ja, sie fühlte, wie sich ihr Leben langsam dem Ende näherte. Sie war nicht hingebungsvoll traurig darüber, nicht sentimental. Sah das Verflossene eher realistisch. Sie hatte eine Menge gesehen, erfahren, manchmal voll Überraschung. Doch wie sie in Anbetracht vieler Dinge feststellte, meist von beklemmender Langweiligkeit, einfallslos, routiniert. Darüber tief und weise seufzend, ließ sie das kleine Schnapp-Rollo hochschnellen, um die Sicht nach draußen freizubekommen, über die Tragfläche des Flugzeugs, das sie nach Hause trug. Im Fluge vorbeigleitende, bizarre Wolkengebilde begeistern ja oft den Fluggast, weil sie ihn über die umweltverpestete Wirklichkeit hinweg täuschen. Mrs. Kaepelsen wurde über die umweltverpestete Wirklichkeit auf ganz andere Weise hinweg getäuscht. In ihr Blickwelt gerieten auch nicht bizarre Wolkengebilde, sondern etwas unglaublich Unroutiniertes, das ihr weder einfallslos noch beklemmend langweilig schien. Im Augenblick der ersten Überraschung glaubte sie, es sei ihre Pflicht, sofort die Stewardess zu rufen. Doch folgte sie sogleich instinktiv einem Trieb, der oft der Selbsterhaltung dient. Verbot sich selbst jede andere Regung als die der ausgelassensten Neugier und Mitfreude und stellte fest, nachdem die beiden Liebenden draußen ins All zurückgeglitten waren, dass die Fröhlichkeit manchmal auch auf Umwegen zum einsamen Herzen findet. Es war eine der fröhlichsten Stunden im Leben von Mrs. Kaepelsen. Besonders erleichtert war sie darüber, dass alles, aber auch alles, was man ihr erzählt hatte, falsch war. Fanchurch und Arthur Dent ahnten natürlich nicht, welche Beglückung ihr Tragflächenbesuch ausgelöst hatte. Sie widmeten sich nun nur noch dem Flug, um so schnell wie möglich wieder dort zu landen, wo dieser abenteuerliche Flug begonnen hatte. Ein paar Tage später, als sich die erste Fluglust gelegt hatte, saßen sie beim Frühstück und Fanchurch kam wieder auf die ungewöhnliche Geschichte zu sprechen, der sie letzten Endes die Kunst des Fliegens verdankte. Alles ganz gut und schön, aber das Ungewöhnliche an mir bleibt unerklärlich. Und ich muss rausfinden, was mit mir geschehen ist. Oh Gott, ich muss ja los. Ich habe einen schweren Tag heute. Hilfst du mir mal mit dem Schelling? Ja. Ich kenne einen sehr findigen Journalisten, Murray Boast Hansen. Der schreibt zwar nur für irgendein Käseblatt, aber der Junge weiß eine Menge. Vielleicht kann er uns helfen. Ich rufe ihn mal an. Da, Cello. Danke. Viel Glück. Okay, bye bye. Hey, was machst du denn? Na ja, man kann doch mal schließlich hören, dass ich irgendwo raufgehe. Der noch bei dem Wurstblatt ist. Ja? Ja, ist das die... Hey, Murray! Was denn? Wer ist denn da? Arthur Dent! Was? Mensch, du alter Suppenkastner. Mit welch einer ehrlichen Überraschung höre ich dein kleisteriges Auge an? Wie geht's dir, alter Zeitungsentenjäger? Nicht, dass ich an die Klagemauer müsste, aber es blasen auch keine Trompeten von Jericho. Nichts Einstürzendes im Leben. Und du, alter Kuhkopf, wo bist du denn? Nein, jemand hat gesagt, du treibst dich im Universum herum per Anhaltern. Wie war denn dein Ritt auf dem halischen Kometen? Na, Quatsch! Ich bin doch auf keinem Kometen geritten. Okay. Wie ist das, wenn man nicht darauf geritten ist? Wunderbar. Man ist völlig entspannt, Murray. Na, das reicht doch schon für eine Story, du somnernbrudelst Hühnerei. Reicht mir und Isel und den Kindern. Das füllt den allgemeinen Irrsinn der Woche auf bis an den Rand, sage ich dir. Woche des Irrsinn soll die Wochenübersicht heißen. Gut, was? Ja, sehr gut. Ist ja auch wahr. Zuerst haben wir diesen Kerl, auf dem es immer regnet. Was? Spitze aller Wahrheiten, sage ich dir. Der hat alles genau aufgeschrieben in seinem kleinen schwarzen Buch. Alles dokumentiert. Dagegen sind alle Statistiken Rechenschieberspiele. Die vom Wetter ab sind völlig von den Socken und aus der ganzen Welt kreuzen jetzt die Wetterwitzbolde in weißen Kitteln auf mit Rechen, Computer und Kisten und Zeug zur künstlichen Ernährung. Der Mann ist das Knie der Biene, sage ich dir. Der Nippel der Lesbe. Man könnte so weit gehen und sagen, er ist der Inbegriff der erogenen Zonen aller bedeutenden Fluginsekten der westlichen Welt. Wir nennen ihn den Regengott. Hübsch, ne? Ich glaube, ich bin ihm mal begegnet. Er jammert immer nur, nicht? Was du nicht sagst. Zugekrümmter Armbrustbolzen. Ist das wahr? Ja, ich glaube schon. Na wann, du bist dem Regengott begegnet? Ja, wenn das derselbe ist. McKennie. Er jammerte dauernd und wollte mir sein Buch zeigen. Ich habe ihm gesagt, er soll sich jemand anders suchen. Das ist eine Goldmine. Du hast eine absolute Goldmine aufgetan, du gekröter Blinder. Weißt du, was ein Reiseunternehmen diesem Mann bezahlt dafür, dass er in diesem Jahr nicht nach Malaga fährt? Von der Bewässerung der Sahara und so, um Quatsch will ich gar nicht reden. Der Mann hat eine völlig neue Karriere vor sich, indem er einfach für Geld irgendwo nicht hinfährt. Ich meine, das ist doch reiner Wahnsinn. Der Mann wird geradezu zu einem Monsterhasa. Mit dem kann man sogar beim Bingo gewinnen. Wir machen eine ganze Titelseite mit dir. Der Mann, der den Regengott zum Regnen brachte. Na, ist das was? Ja, gut, bloß... Ich muss ein Foto von dir machen und am Rasen sprengen, sobald wie möglich. Wo bist du denn? Ich bin in Islington. Islington? Ja! Na, was sagst du denn zu dem wirklichen Irrsinn der Woche? Ist das nicht rasenbeeselt verrückt? Weißt du was von diesen fliegenden Leuten? Nein! Aber das musst du doch. Das ist so sensationell wahnwitzig. Das ist der Kloß in der Suppe, aber... Hier geht dauernd das Telefon. Die Leute sagen, in Islington fliegen nachts immer welche rum. Unsere Jungs sind Tag und Nacht dabei, ein anständiges Foto von denen zu machen. Aber davon musst du doch gehört haben. Nein! Mensch, wo warst du denn? Ach so, im Universum. Naja, aber das ist doch Monate her. Und die fliegen jede Nacht, du alte Kiesereibe. Fast vor deiner Nase. Das ist ganz witzig. Die fliegen da rum und treiben allerlei teuflische Dinge. Nicht gerade eine Piepschau. Die gucken auch nicht zum Fenster rein oder bauen Hängebrücken in der Luft. Aber trotzdem. Mensch, das weißt du nicht? Nein! Naja, so war's. Du, ich muss jetzt weitermachen. Hier staut sich die Arbeit. Ich schicke dir den Fotografen mit dem Gartenspringer. Murray, hör mal, Murray. Ich muss dich dringend was fragen. Ja gut, ruf mich wieder mal an. Ich wollte etwas über die Delfine wissen. Delfine? Ja. Oh Gott, diese alte Kiste. Schnee vom vergangenen Jahrhager. Die sind verschwunden. Ja, ist aber wichtig. Ach was, das will doch keiner. Dauernde Abwesenheit. Das gibt doch keine Story. Ist außerdem sowieso nicht unser Bier. Das nimmt vielleicht eine Sonntagszeitung Was, Gerscha, Wann oder so eine Rubrik. Aber das gibt doch nichts. Delfine immer noch verschwunden. Verzögerung bei der Abwesenheit der Delfine. Da weißt du. Damit ist kein Blumentopf zu gewinnen. Diese Geschichte ist bausetod. Es soll ja gar keine Geschichte werden, Murray. Ich will damit nur herausfinden, wie ich an den Mann in Kalifornien herankomme, der darüber mehr wissen soll. Verstehst du? Und ich dachte, du weißt was. Murray? Murray? Aufgelegt. Tja. Wer könnte was über die Delfine wissen? Na, mal überlegen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Das war der 27. Teil von Douglas Adams Per Anhalter ins All Hörspielbearbeitung aus dem Englischen von Walter Andreas Schwarz Es sprachen Rolf Beusen, das Buch Felix von Mannteufel Felix von Mannteufel den Fluglehrer Arthur Dent Nina Hooger seine Flugschülerin Fanny Fanchurch Heinz Mayer den Zeitungsendenfänger Murray Roland Seiler garantierte für den hochqualifizierten Ton Regine Schneider souverän für den fehlerfreien Schnitt und Milena Meitz als Aufnahmeleiterin sorgte mit Charme und Erfolg für den eindrucksvollen Ablauf des Geschehens Die Musik ist von Frank Duval Die Musik ist von Frank Duval Ja, und Regie führte Hartmut Kirste. Per Anhalter ins All. Von Douglas Adams. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen Walter Andreas Schwarz. Von Douglas Adams. Von Douglas Adams. Von Douglas Adams. 28. Teil. Der weise Irre und die Botschaft. Das Gerücht wollte nicht verstummen. In Islington flögen jede Nacht zwei junge Leute durch den nächtlichen Himmel und trieben dabei allerlei unübliche Späße. Bis zu Fanchurch und Arthur Dent war diese Neuigkeit nicht gedrungen, weil sie überaus mit sich selbst beschäftigt waren und von ihrer Umwelt weder in Islington noch sonst wo Notiz nahmen. Fanchurch befasste sich, wenn nicht mit der Liebe, so mit dem Cello und Arthur bekam den Telefonhörer nicht vom Kopf, denn er wollte unbedingt wissen, was es mit dem Verschwinden der Delfine auf sich hatte. Bisher ohne Erfolg, was nicht verwundert, wenn man bedenkt, dass der Mann, von dem Arthur vermutete, dass er kundig sei, den er aber nicht kannte, etwa acht Stunden und nicht etwa zu Fuß, sondern per Flug westlich von ihm entfernt wohnte. Dieser Mensch saß meist allein an einem einsamen Strand und betrauerte einen unerklärlichen, unfassbaren Verlust. Sein Haus hieß die Außenseite des Irrenhauses. Der Name des Mannes, schlicht und einfach John Watson, obgleich er es lieber hörte, und seine Freunde taten ihm den Gefallen, wenn man ihn Wonko, den Verständigen, nannte. Es gab in seinem Haus eine Reihe sonderbarer Dinge, darunter ein graues, rundes Glasgefäß, in das acht Worte graviert waren. Das bisher Erwähnte ist wichtig für das Folgende. Im Augenblick wird es allerdings angebracht sein, diesen Mann in seiner tiefen Trauer dort sitzen zu lassen, wo er sitzt, nämlich acht Stunden von Arthur Dent entfernt, der sich nichts sehnlicher wünscht, als mit ihm Kontakt aufzunehmen. Doch alles, was Arthur außer seinem Namen und seiner Mitwisserschaft beim Verschwinden der Delfine in Erfahrung gebracht hat, war die bemitleidenswerte Nachricht, er, der alles verloren habe, was ihm wichtig erschien, warte nun nur noch auf das Ende der Welt. Wenig begreifend, dass es doch schon geschehen und vorbei war. Was natürlich Arthur Dent und seine geliebte Fancherch überhaupt nicht kümmern konnte. Beide waren viel zu sehr beschäftigt, nicht nur mit sich, das ist ja bekannt. Nein, Fancherch mit dem Cello oder mit dem Cello-Lehrer, der ihr die schwierigsten Stücke abverlangte, und Arthur mit dem Telefon. Und nicht nur das. Die Leute reden schon über uns. Reden? Sie schreiben über uns, die großen, fetten Buchstaben. Gleich unter den Bingo-Zahlen. Deshalb dachte ich mir, ich kaufe uns mal diese hier. Flugscheine? Ja. Arthur, soll das heißen, du hast ihn endlich erreicht? Ich kann dir sagen, ich habe Gott und die Welt angerufen, jedes Käseblatt in Fleet Street, bis ich endlich seine Telefonnummer hatte. Und? Hast du ihn erreicht? Bloß seine Frau. Sie sagte, er sei im Augenblick so mitgenommen, dass er nicht ans Telefon gehen kann. Ich sollte noch mal anrufen. Arthur! Nein. Ich habe Mrs. Watson noch einmal angerufen. Übrigens heißt sie nicht Watson, sondern Arcanagel. Die geheimnisvolle... Mit einem Weitblick von mindestens zehn Lichtjahren. Aber diesmal hat sie mich in ihre Geheimnisse eingeweiht. Eine kaum glaubwürdige Geschichte. Ich habe das letzte Telefongespräch mit ihr aufgezeichnet. Moment. Damit du dich überzeugen kannst. Hier. Wie? Vielleicht sollte ich Ihnen erklären, dass das Telefon in einem Zimmer steht, das er nie betritt. Im Irrenhaus, wissen Sie? Wonko, der Verständige, mag das Irrenhaus nicht betreten. Und deshalb betritt er es auch nicht. Ich glaube, Sie sollten das wissen. Es könnte Ihnen das Telefonieren ersparen. Wenn Sie ihn kennenlernen möchten, so ist das leicht zu arrangieren. Kommen Sie nur herein. Er empfängt nur außerhalb des Irrenhauses. Wie? Entschuldigen Sie, ich... Ich verstehe nicht. Wo ist denn das Irrenhaus? Wo, fragen Sie? Haben Sie denn nie die Gebrauchsanweisung auf einem Paket Zahnstocher gelesen? Äh... Einem... Einem... Ja? Ja... 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 Das sollten Sie aber mal tun. Es wäre ja möglich, dass Ihnen danach vieles klarer wird. Es wäre möglich, Sie finden einen Hinweis, wo das Irrenhaus liegt. Auf Wiederhören. Also, ich halte das für eine Einladung. Deshalb habe ich gleich den Flug für uns gebucht. Achtung, ein wichtiger Hinweis. Flug Nummer 121 nach Los Angeles. Falls in Ihrem Reiseflänen Los Angeles heute nicht vorgesehen ist, schlagen wir Ihnen vor, augenblichlich wieder auszustatten. Danke. Sie kamen überall gut an, wo Sie ankamen. Jedenfalls zunächst in Los Angeles. Dort mieteten Sie einen Wagen von einem jener Unternehmen, die Autos vermieten, die andere weggeworfen haben. Aber Sie hatten Vertrauen zu dem Vehikel, wie zu einem alten Pferd. Nur vergaßen Sie, dass das viel leichter ist, denn so ein Tier reagiert auf Futter und Zureden, was, wie Sie bald erfahren sollten, mit dem Auto nicht recht klappen wollte. Aber Sie verloren niemals die Geduld und wenn jeder Tankwart deutlich erkennen ließ, dass er von dem Gefährt nicht viel hielt, gaben Sie deutlich zu verstehen, das wüssten Sie selbst und fuhren stolz davon. Von der Erscheinung des Verständigen hatten Sie natürlich keine Ahnung. Und in der neuesten Ausgabe von »Wer ist wer?« in »Irrsinn und Verständigkeit« stand Wonko noch nicht drin. Er war lang und ein Schlags. Wenn er in seinem Liegestuhl saß und auf dem Pazifik blickte, nicht so sehr mit einer Art verbissenem Achtwohn, sondern eher mit friedlich tiefem Trübsinn, wusste man nicht, wo der Liegestuhl aufhörte und John Watson anfing. Sein Lächeln aber, wenn er es einem zuwandte, war recht bemerkenswert. Es schien aus allen Übeln zusammengesponnen zu sein, die das Leben einem zufügen kann, die aber, wenn er sie mal kurz in der richtigen Reihenfolge auf seinem Gesicht erscheinen ließ, einem plötzlich das Gefühl gaben, oh, ist ja gar nicht so schlimm. Wenn er beim Sprechen diese bewusste Reihenfolge einhielt, war man froh und beruhigt. Nicht beruhigen konnten sich Fancho und Arthur, als sie Wonkos Haus sahen. Dieses Haus war unbeschreiblich. Es war von innen nach außen gekrempelt, ja, buchstäblich. Was sonst bei einem Haus drinnen ist, war hier draußen. Die beiden mussten auf dem Teppich parken. Dieses architektonische Weltwunder zeigte eine Außenmauer, die keine war, sondern die Meisterleistung eines Innenarchitekten offenbarte. Geschmackvoll in neu erfundenes Rosa getaucht. Bücherregale standen ehrfurchtsvoll an dieser Wand und dann zwei von diesen dreibeinigen Tischen mit halbkreisrunden Platten, die freibeinig nicht stehen können und immer den Eindruck erwecken, als seien sie durch die Wand gemauert und ihre andere Hälfte sei nebenan zu besichtigen. Dass über ihnen Bilder hingen, beruhigte die Besucher nur wenig. Das allermerkwürdigste war das Dach. Es faltete sich aufregend in sich selbst zurück, ein Anblick, der ganze Malerschulen zu einer neuen Richtung hätte inspirieren können. Und die Kronleuchter, die irrsinnigerweise sonst innen hängen, reckten sich draußen nach oben. Verwirrend. Die beiden weitgereisten betrachteten etwas nervös die Inschrift über der Tür, bitte treten Sie hinaus. Verstanden Sie aber dann doch richtig und standen also drinnen, was woanders draußen war. Rohes Mauerwerk, recht sauber verfugt, Dachrinnen, alle gepflegt, ohne Löcher. Ein Gartenweg, ein paar schmächtige Bäumchen, die den Blick auf weitere Zimmer lenkten. Und die Innenwände verliefen abwärts, klappten seltsam auseinander, öffneten sich weit, wie um mit einer optischen Täuschung den ganzen Pazifik einzuschließen. So war also die Innenwelt von Wonko, dem Verständigen oder John Watson beschaffen, den sie nun endlich nach der langen Reise vor sich sahen. Hallo. 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 Seien Sie nicht verwundert? Überdies ist mein Anwesen, wenn ich Sie führen darf. Bitte, bitte, Bier entlang. Ich habe mir das alles genau ausgedacht. Exzentrisch, wie es manchem erscheinen war. Böswillig gesagt, überspannt. So bereitet mir dieses Anwesen auf eine merkwürdige Weise große Freude. Und es fügt niemandem einen solchen Schaden zu, den nicht ein kundiger Optiker beheben könnte. Ihre Frau erwähnte irgendwelche Zahnstocher. Wie? Zahnstocher. Naja, es hängt mit dem Tag zusammen, an dem mir endgültig klar wurde, dass die Welt total verrückt geworden ist. Und ich dieses Irrenhaus baute, um sie darin zu verwahren. Die Bedauernswerte, in der Hoffnung, es wird ja bald wieder besser gehen. Hier, hier. Da befinden wir uns außerhalb des Irrenhauses. Sie sehen ja, hier entlang, da, kommen wir ins Innere des freundlichen Asyls. Ich habe es hübsch dekoriert und so eingerichtet, dass die Insassen sich wohlfühlen. Hier, hier, durch diese Tür. Aber, wissen Sie, man kann nur sehr wenig tun. Ich selbst gehe jetzt gar nicht mehr hinein und fühle ich mich versucht, es zu tun. Zur Zeit, so gut wie nicht vorkommt, so kündigt ein Blick auf das Schild da über der Tür und ich schrecke zurück. Dort oben? Ja, dort stehen die Worte, die mich schließlich zum Eremiten gemacht haben, der ich nun bin. Es geschah ganz plötzlich. Ich sah sie und wusste sofort, was ich zu tun hatte. Stocher etwa in der Mitte halten. Dass dem Munde zugekehrte, spitze Ende im Munde anfeuchten, zwischen die Zähne schieben, stumpfes Ende dicht am Zahnfleisch vorsichtig hin und her bewegen. Es wollte mir scheinen, dass eine Zivilisation, die so weit den Verstand verloren hat, dass sie zum Gebrauch von Zahnstochern eine Reihe detaillierter Anweisungen nötig hat, keiner Zivilisation ist, in der ich noch länger leben konnte, ohne selbst auch den Verstand zu verlieren. Man sollte sich Ihnen, wie ich Ihrem Staunen entnehme, die Frage aufdrängen, die mir immer wieder gestellt wird. Und das heißt, ich bin durchaus bei Verstand. Deshalb nenne ich mich ja auch Wonko, der Verständige. Nur, um die Leute diesbezüglich zu beruhigen. Wonko nannte meine Mutter mich, als ich klein war und ungeschickt und alles umstieß. Und verständlich, das heißt, also bei Verstand und das bin ich jetzt. Und das hoffe ich auch in Zukunft zu bleiben. Sollen wir jetzt vielleicht hier hinein an den Strand gehen und zu sehen, was wir zu besprechen haben? Ja, ja, sie kommen und besuchen mich. Die Engel, meine ich. Sie sitzen immer dort, wo auch wir uns hinsetzen werden. Die Engel mit ihrem goldenen Bärten. Und die grünen Flügel. Und den Gesundheitssandalen. Und sie essen immer nachschlussend. Das sind so Käse-Tortillas. Die bekommen sie nicht, sagen sie, dort, wo sie herkommen. Ach, was sie nicht sagen. Ja, die koksen ja auch. Was? Ja, 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 ja. Die nehmen eine ganze Menge von dem Zeug und treiben auch sonst recht wundersame Dinge. Und die Delfine? Ich kann Ihnen die Sandalen zeigen. Ich meine, wissen Sie denn... Wollen Sie sie sehen? Die Sandalen, ich hab sie da, da. Sie sagen, das sei eine Spezialanfertigung der bekanntesten Gesundheitssandalenfabrik, besonders geeignet für das Gelände, auf dem Sie arbeiten. Sie sagen, Sie haben einen Erfrischungsstand neben der Botschaft. Und wenn ich dann frage, was Sie mit der Botschaft meinen, dann fangen Sie an zu lachen und fragen zurück, Was? Das weißt du nicht? Na, also ich hol Ihnen mal die Sandalen. Wie geht's denn deinen Füßen heute? Auf dem Sand gehe ich ein bisschen komisch, aber das Wasser... Das Wasser berührt Sie vollkommen. Was meint er eigentlich mit der Botschaft? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr genau, was Puck gesagt hat. Wer? Ich weiß es eben nicht genau. Die zehn Meter hohen, feurigen Blättern auf dem Gipfel der Quentulus-Quatzgar-Berge. Im Lande Sefro-Bäubstry. Auf dem Planeten Brilium-Tarn. Dem dritten von der Sonne Zars. Im galaktischen Sektor QQ7-Aktiv-J-Gamma. Ausgesehen. Sie wird bewacht von der laistischen Vantraschale von Lomba. Sie sehen aus wie ganz gewöhnliche Holzpantinen. Ja. Sind sie aber nicht. Es kommt alles auf die Betrachtung an. Genauso wie dieses Glas hier. Sehen Sie? Sieht aus wie ein gewöhnliches Fischglas. Ist es aber nicht. Wo haben Sie das her? Wie? Ja. Ich hab eins. Du auch? Ja. Vielmehr, ich hatte es. Mein Bruder Russell hat es mir weggenommen. Ich weiß nicht, woher ich es bekam. Tatsächlich? Ja. Ihr habt auch so eins. Jeder eins. Ja. Ah. Seht mal her. Ich halte das Glas gegen die Sonne. So klingt es, wenn man es berührt. Da ist ja auch die eingravierte Schrift. Mach's gut und Dank für all die Fische. Es ist ein Abschiedsgeschenk der Delfine. Wusstet ihr das? Wusstet ihr das? Nein. Der Delfine, die ich liebte und studierte, mit denen ich schwamm und die ich mit Fischen fütterte, deren Sprache ich sogar zu lernen versucht, eine Aufgabe, die sie mir unnötig erschwerten, weil sie, wie ich später erfuhr, durchaus imstande waren, sich in unserer zu verständigen, wann immer sie gewollt hätten. Und ihr habt tatsächlich... Was hast du mit deinem gemacht? Einen kleinen Fisch reingesetzt. Und sonst? Nichts weiter. Meine Frau hat Weizenkeime drin bis gestern Abend. Und da? Da waren sie alle. Hab ich das Glas ausgewaschen, schön sauber, dann abgetrocknet und dann beguckt von allen Seiten und dann hab ich es mal ans Ohr gehalten. Habt ihr eures mal ans Ohr gehalten? Nein. Nein. Vielleicht solltet ihr das mal tun. Rollendes Brausen des Meeres. Brandung an den fernteren Gestaden als Gedanken erreichen. Grollender Donner verschwiegen in unendlichen Tiefen. Stimmen dringen hervor. Nichtstimmen. Nichtstimmen. Auf unbeschreibliche Weise erreicht. Unbeschreibliches Nass. Ein Gesang der Wasser. Und jetzt aus Stimmen eine Fuge. Erklärende Begründungen hinausgeschrien von einer unabwendbaren Katastrophe. Von einer Welt am Rande der Zerstörung. Von einer Woge der Hilflosigkeit. Einem Krampf der Verzweiflung. Einem Krampf der Verzweiflung. Ein Krampf der Verzweiflung. Sterbendem Niedergang. Dann wildes Staunen. Es erhebt sich eine Stimme. Deutlich und klar. Dies Glas ist ein Geschenk der Kampagne zur Rettung der Menschheit an euch. Wir sagen euch lebewohl. Und dann ein Geräusch. Lange, schwere, ganz und gar graue Leiber wälzen sich mit heimlichem Gelächter hinab in eine unbekannte, bodenlose Tiefe. Auf ihrem langen Weg zurück nach Hause hatten Arthur Dent und Franchise überlegt, wer wohl hinter der Kampagne zur Rettung der Menschheit stecken konnte. Greenpeace vielleicht? Oder andere den Naturgöttern nahestehende Organisationen oder vielleicht Gott selber? Mit tränenden Augen des Einsehens in die Dummheit der Menschen? Sie kamen nicht darauf. Und Arthur hatte noch ein ganz besonders schwieriges Problem. Seit Wonko ihnen von dem Wohnsitz der Engel mit den goldenen Bärten gleich neben der Botschaft erzählt hatte, versuchte er den weiten Weg der Erinnerung zurückzugehen, als Puck ihm den Ort der letzten Botschaft Gottes über den Sinn des Lebens mitgeteilt hatte. Eine komplizierte Beschreibung. Ein Ort irgendwo im Universum. Sie waren längst wieder zu Hause in Arthur Dents Domizil auf dem Lande, als das zerquälte Hirn des einstigen Weltraumreisenden noch immer nicht die Adresse produziert hatte. Planet Prelium Tarn? Galaktischer Sektor QQ7 aktiv J! Oh, da fehlt noch was. Oh, ich krieg's nicht raus aus diesem blöden Ding! Ah, wäre nur Fort Prefect hier... Fort Prefect saß irgendwo in der Galaxis herum. Und bis er gefunden wird, kann eine ganze Weile vergehen. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören! Das war der 28. Teil von Douglas Adams Per Anhalter ins All Hörspielbearbeitung aus dem Englischen von Walter Andreas Schwarz Es sprachen Rolf Beusen, das Buch Felix von Mannteufel, den Delfinsüchtigen Arthur Dent Nina Hooger, das schwebende Mädchen Fanny Fenchert Eva Maria Hagen, die geheimnisvolle Arcana Jill Hans Christian Blech, war der weise irre Wonko der Verständige Bruno Gans, das verbarrikadierte Gerichtswesen Park Annette Weber-Diel, die alles ansagende Flughafenansagerin Naja, und Siemen Rühhak, der... Alle und alles an- und absagende An- und absagen Hochqualifizierter Ton Roland Seiler Hochqualifizierte Technik Regine Schneider Hochqualifizierte Aufnahmeleitung Milena Mais Hochqualifizierte Musik Frank Duval Regie Hartmut Kirste ein Ego W oder Per Anhalter ins All. Von Douglas Adams. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen Walter Andreas Schwarz. Die Botschaft Gottes an seine Schöpfung. Nachforschungen im ganzen Universum haben ergeben, dass niemand wusste, wo der Ort lag, an dem sich die Botschaft Gottes an seine Schöpfung zehn Meter hoch in feurigen Lettern erheben sollte. Und wen immer Arthur dann Glauben machen wollte, eben dort befänden sich lebend und leibhaftig Engel mit goldenen Bärten, grünen Flügeln und Gesundheitssandalen. Der sah ihn groß an und wandte sich dann schweigend zum Gehen. Arthurs ganze Hoffnung, den heiligen Ort der Botschaft zu erfahren, war sein universaler Freund Ford Präfekt, den er im Universum zurückgelassen hatte. Dass der, trotz aller Lustvergnügen im Universum höchst unzufriedene Ford seit langem einen Erkundungstrip auf die Erde plante, wusste Arthur nicht. Und Ford fiel in keinem seiner zahllosen Träume ein, dass er auf der Erde sehnischst erwartet würde. Dabei träumte er fast nur von der Erde. Träumte von seinen Lieblingsplätzen dort, die er früher so gern aufgesucht hatte. So sah er sich in New York um, oder vielmehr sah sich ein unbestimmbares Wesen nach ihm um. Er ging an New Yorks Eastside am Fluss entlang, staunend über dessen unbeschreibliche Verunreinigung. Nie gesehene, immer neue Bioformen tauchten auf. Sie schrien und quäkten undeutliches Zeug durcheinander. Nur manche höher entwickelte Exemplare brüllten ihre Forderungen nach Wahlrecht und Wohlstand in die Gegend. Eine dieser undefinierbaren Bio-Unpersönlichkeiten schwamm auf Ford zu, hangelte an Land und kletterte zu ihm heran. Oh, oh, hi. Hallo. Ich bin ganz neu. Eben erst der Schöpfung entstehen. Das sieht ja auch noch ganz neu aus. Das wird aber nicht lange dauern bei dem Dreck im Wasser. Wieso? Ich bin völlig angepasst. Meine Formel findest du im Universum auf Xalamafis im Computerzentrum. Was? Ohne Datenschutz? Was für'n Schutz? Hast du mal Angst, Kleiner? Na, erzähl mir mal, wo hier was los ist an Land. Nein, ich... Oh, hier. Tja, ich... Ich kann dir vielleicht ein paar Bars nennen. Bars? Nein. Das geht doch viel direkter. Liebe und Glück und so. Tu doch nicht so. Du weißt doch, was ich meine. Ach so, da ist doch... Ich 7th Avenue. 7th Avenue. Nein. Oh, da findest du bestimmt, was du brauchst. Nein, da bin ich noch viel zu neu. Und zu schön. Findest du nicht? Ich muss einfach schön sein. Für dich bin ich schön. Ja, schön direkt bist du. Na, red nicht drum herum, bin ich schön. Ja, nein, 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 nein. Nicht für mich, nicht für... Aber das muss dich nicht betrüben. Die meisten Leute tun so, als sei sie schön. Ah, der Glaube macht selig. Gibt's denn noch Meter von deiner Sorte da in dem Wasser? Was fragst du mich, Kleiner? Ich hab dir doch gesagt, ich bin ganz neu hier. Das Leben ist halt noch völlig fremd. Weiß gar nicht, was das ist. Das Leben ist wie eine Grapefruit. Was? Na ja, orange, gelb, säuerlich, Schale innen bitter, in der Mitte feucht und glitschig, hat auch Kerle. Und manche Leute essen die Hälfte schon zum Frühstück. Aha. Ja. Na, wenn alle so sind wie du, muss ich wohl jemand anderen fragen. Ja, ja, ja. Frag doch mal einen Polizisten. Oh, da kommt einer. An dieser Stelle wachte fort Präfekt auf, verärgert, weil ihm im Traum nicht seine Lieblingsfrau erschienen war, Exzentriker Galumbitz, von Erotikon, römisch 6. Und so überlegte er sich missgelaunt, ob er den anstrengenden Flug auf die Erde überhaupt unternehmen sollte oder ob es nicht besser wäre zu warten, bis irgendein blöder Zufall ihn auf diesen trübseligen Planeten Erde verschlagen würde. Doch eben diese Überlegung wurde durchkreuzt von dem verzweifelten Seufzer Arthur Dentz, der auf irgendeine telepathische Weise ihn erreichte und bestimmte, die Reise unverzüglich anzutreten. Arthurs zauberhafte, geliebte Fanny hatte seit Stunden zugesehen, wie der arme Geplagte ein Adressbuch nach dem anderen sorgfältig durchsah und enttäuscht beiseite legte. Aua. Auch nichts. Weiter. Hältst du dieses Unternehmen für erfolgreich? Vielleicht ist es wie mit dem Fliegen. Man muss den Boden verfehlen, will sagen. Man muss es dem Zufall überlassen. Und schlafen gehen. Achtung. Aus aktuellem Anlass unterbrechen wir unsere Sendung SpaceRug. Vor wenigen Minuten wurde das international bekannte Großkaufhaus Harrods fast gänzlich zerstört durch die respektlose Landung einer fliegenden Untertasse. Mit ihrer überdimensionalen Größe zerstörte der Flugkörper auch beträchtliche Straßenteile von Knightsbridge. Ein dieser Weltraummaschine entstiegenes, menschenähnliches Wesen... Das kann nur Fort Trifix sein! ...zu beruhigen. Wir schalten jetzt um zum Ort des Geschehens. Keine Panik! Bitte! Keine Panik! Wir sind auf Erkundungskreise für den Kreiseführer und Herr Anhalter ins All! Behalten Sie sich ruhig! Gehen Sie in Ihre Wohnungen zurück! Unser Aufenthalt wird nicht von allzu langer Dauer sein! Der angerichtete Schaden wird von unseren Bautrupps baldmöglichst wieder behoben! Ende! Das ist Fort Trifix! Wer ist das? Ein guter Freund von mir. Aus dem Universum? Oh, der kennt sich in allen Welten aus. Wir müssen ihn unbedingt erreichen. Komm, wir fahren nach London! Ja! Ach, wir können jetzt keinen Besuch gebrauchen, verdammt nochmal! Wo ist denn mein Mantel? Ich weiß nicht, Arthur, da wo du ihn hingeschmissen hast! Aber wo habe ich ihn denn hingeschmissen? Ich weiß nicht, unter das Bett. Guck doch mal! Ach, unterm Bett. Ja, ich gehe ja schon. Ich mache jetzt auf. Gut. Guten Tag, Sie wünschen, Sir? Was heißt denn hier Sir? Wo ist denn der abgehauene Retter des Universums, Arthur Dent? Fort! Was machst du denn in Harrods Lebensmittelabteilung? Du lachtest versehen! Willst du mich nicht erst mal vorstellen? Oh, ja, natürlich. Also, das ist mein Freund Fort Prefekt. Ich habe sie eben schon über die Sprechtüte im Radio gehört. Und das ist Fenchurch. Überrascht und zwar angenehm. Gehört Ihnen der U-Bahnhof Fenchurch? Nein, ich wurde da gezeugt. Oh, so genau wissen Sie das. Das ist eine komplizierte Geschichte. Jetzt komm erst mal mit. Ich erzähle es dir, mein Lieber, auf unserer Reise zum Planeten, Präliumtach. Wer will denn in diese Gottverlassene gehen? Hier. Dort befindet sich die letzte Botschaft Gottes an seine Schöpfung. Ach, Arfers alte Masche. Dazu fällt mir die Zahl 42 ein. Weißt du noch, Arfers? Oh, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß nicht, aber jetzt ist die ganze Erde wirklich in Gefahr. Die Delfine sind schon verschwunden. Ach, was denn für Delfine, Arthur. Ich mach uns jetzt erstmal einen starken Café und dann sehen wir weiter. Komm, setz dich, setz dich. Arthur. Ja. Ich hatte wirklich versucht, dich zu erreichen. Aber das war eine Katastrophe. Na, hast du schon mal von den Plejaden aus nach London telefoniert? Äh. Oh, ich kann dir sagen. Eigentlich hätte ich direkt wählen können, aber dieser Geizhals, dem das elende Raumschiff gehört, das mich hierher transportiert hat, na, der bestand darauf, dass ich ein R-Gespräch führe. Das war hoffnungslos. Na, dieser Kerl ist auch schuld, dass wir bei Harrods in der Lebensmittelabteilung gelandet sind. Ich hab ihm lang und breit erklärt, wo der Hyde Park ist. Ich wollt die Landung auch selber eingeben. Aber meinst du, dieser Kerl hat mich an den Computer gelassen? Nein. Das ist eine schöne Katastrophe. Oh, soll er doch selber sehen, wie er den Schaden repariert. Jetzt der Café, bitte sehr. Ah, danke. Ich hab dich ja erst mit Trillian verwechselt. Trillian? Ähm, äh, eine Freundin aus dem All. Oh, sie ist mit Safford Bibelbrox irgendwo im Universum. Verstehe. Meinst du denn, dein Raumschiff kann uns da hinbringen? Oh, na ja. Ja, dann nicht zu selfert. Fancherch meint auf den Planeten Prillium Tarn. Aha. Es ist eine ziemliche Reise. Also, ich werd euch was sagen. Irgendwie kommt er schon an Bord. Das überlast getrost mir. Gut, gut. Ich muss aber erst noch ein paar Besorgungen in London machen. Ich schlag vor, ihr packt ein paar Sachen und dann kommt er nach Knightsbridge. Da findest du uns doch nicht. Da ist doch jetzt die Hölle los. Ja, die Polizei hat doch sicher alles abgesperrt, oder? Ja, da kommt ihr durch. Ja, da kommt ihr durch. Achtet auf ein Taxi. Damit komm ich angefahren und das Weitere findet sich. Oh, schon spät. Ich muss gehen. Du kannst doch noch bleiben. Dann gehen wir zusammen. Ach, nein, nein, bis ich meine Besorgungen gemacht habe. Da vergeht mir Zeit. Dein Kaffee. Ja, wir müssen die Nacht zum Abflug benutzen. Ciao, ciao, bis bald. Ciao. Hier spricht die Polizei. Bitte räumen Sie den Weg zur Absperrung. Wir müssen hier durchfahren. Komm, hinter dem Auto her. Bis, bis an die Absperrung. Ja, Arthur. Jetzt nimm doch mal die Sachen. Das ist so schwer. Bleib dicht hinter mir. Sag mal, Arthur, wie verlässlich ist denn dein Freund? Ich frage mich, wie flach ist der Ozean oder sowas. Na, komm. Komm doch. Hier gibt es keine Sensation. Wir sind eine Forschungsgruppe. Ein wichtiger Einlass. Durchbruch in der Wissenschaft. Wir sind in Heile. Bitte machen Sie Platz für den Durchbruch. Sir, gehören Sie zur Besatzung dieser... Entschuldigung. Tasse. Ja, Sir. Zum Forschungsteam, jawohl. Gestatten Sie, dass meine Assistenten diese Geräte aus dem Auto herstellen. Sie haben ein Auto an Bord schaffen. Sie haben Geräte gekauft? Nicht gekauft. Über Ihr auswärtiges Amt entliehen. Bitte die Papier. Ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Streng geheime Forschungssache. Arthur, würden Sie bitte die Pakete aus dem Auto nehmen? Ja, Sir. Miss, Sie bitte auch. Selbstverständlich. Ach, zu freundlich. Sir, wir haben mit Ihrer Regierung die Schadensforderungen und alles besprochen. Falls Sie gekommen sind, um die schriftliche Bestätigung... Nein, nein, Sir. Das geht über die Staatssicherheit. Ah, nun gut. Sir, dann also bis auf... Ja, wir erwarten Ihren Gegenbesuch. Die Nachricht von der gelandeten und bald wieder davongeflogenen Untertasse lief noch tagelang um die Welt. Ohne allerdings an Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Was aber den Reisenden im Universum völlig gleichgültig war, zumal Arthur Dent und Fanchurch andere Sorgen hatten. Als zunächst noch blinde Passagiere waren sie auf eine kleine, umgebaute Schaltkabine angewiesen und konnten sich nicht unter die Mannschaft wagen. Ford Prefekt erwischt sich als ein treuer, fürsorglicher Freund und machte ihnen die weite Reise recht angenehm. Seinem Boss hatte er bereits weisgemacht, dass es in der Nähe des Planeten Prelium Tarn einen besonders guten Videoladen gab. Videofilme gehörten zum wesentlichen Lebensinhalt dieses Weltraumschiffbesitzers. Seine Leidenschaft gehörte Science-Fiction-Filmen und harten Krimis. Diese Leidenschaft teilte er mit Ford Prefekt. Und dieser Verbundenheit war auch die Landung auf der Erde zu danken. Allerdings war sie es auch, die seit einigen Tagen Arthur und Fanchurch den Schlaf raubte, den sie beide dringend nötig hatten. Dass er sie ausgerechnet bei einem Beobachtungsmonitor finden würde, vor dem Ford Prefekt voll begeisterter Teilnahme und inmitten eines Riesenberges von Videokassetten saß, mäßigte seine Wut zunächst, sodass er sich beherrscht und vorsichtig dem Freunde näherte, der ihn aber nicht bemerkte. Ford! Hey, Ford! Ruhe! Ja, stell doch das Ding mal ein bisschen leiser. Wieso? Dann ist doch gerade so spannend. Ja, das ist so laut, dass man kein Auge zumachen kann. Dann setz dich hierher und gut zu. Das ist sehr spannend. Das kann man nicht leise erleben. Mensch, das ist Bogie als Rick. Eine fantastische Sache. Ist doch gleich zu Ende. Ich wollte auch mit dir reden. Das können wir ja nachher noch machen. Jetzt nicht. Wenn diese Kassette hier zu Ende ist, dann muss ich sie mir noch einmal ansehen. Casablanca. Das ist ein toller Streifen, sag ich dir. Na, deswegen bin ich ja bloß runter. Auf diese Erde. Was? Na klar. Ich habe alle Videoläden abgeklappert. Das waren die Pakete, die ich aus dem Taxi geholt habe. Ich denke, das waren wichtige Instrumente. Ach, Quatsch. Was habe ich bloß dem Polypen so gesagt? Also, wie ist das bloß möglich? In zwölf Minuten. In zwölf Minuten. Ist das schon so weit? Ich wollte doch endlich Casablanca. Ach, na, ich setze euch erst mal ab. Ja, kommst du denn nicht mit? Ach, weißt du. Sag mir die Botschaft, wenn wir uns mal wiedersehen. Aber du wolltest mich was fragen. Ach, ich wundere mich nur, wie es möglich ist, dass du dir diesen Kram ansiehst, wo du doch die Erde sowieso nicht ausstehen kannst. Ja, die Erde kann ich nicht ausstehen. Diese Videokassetten wohl. Vor allem Casablanca. Weißt du, dass ich diesen Streifen nie zu Ende gesehen habe? Immer habe ich das Ende verpasst. Als ich den ersten Teil das letzte Mal sah, da kamen gerade die Wugonen-Schiffe. Als dann das ganze Ding in die Luft flog, da dachte ich schon, ich würde den Film nie mehr zu sehen bekommen. Na, nun kann ich ihn endlich in Ruhe zu Ende sehen. Was ist eigentlich aus dem Ganzen da unten geworden? Na, was soll geworden sein? Leben! Schon wieder? Ach, immer derselbe Quatsch. Da sehe ich mir lieber eure Filme. Wer dem Ende der Welt begegnen will, muss sich mit Geduld wappnen. Heißt ein alter Chinesischer, inzwischen überholter Spruch, denn jeder weiß, dass die verdreckte Umwelt einen diesem Ende näher bringt, als es Gott gefallen könnte. Fanchurch und Arthur hatten inzwischen das Land Sephor-Bolbstri auf dem Planeten Prelium-Tarn erreicht und sahen nun vor sich die Quentulus-Quatzka-Berge, auf deren höchstem Gipfel sie in zehn Meter hohen Feuerlettern Gottes letzte Botschaft an seine Schöpfung zu finden hofften, so wie es Pakt der Gewaltige verkündet hatte. Der Ort, so hieß es zudem, wurde von der lajestischen Wantraschale von Lob bewacht, was, wie sich herausstelle, ein kleiner Mann mit einem recht komischen Hut war, der ihnen die Eintrittskarten verkaufte. Halten Sie sich bitte links! Immer links halten! Ich fahre voraus auf meinem Motor-Rolland! Sie merken sehr bald, dass sie nicht die ersten Besucher waren. Der Weg war ausgetreten und von zahlreichen Buden eingesäumt. Karamellbonbons aus dem Botschaftsfeld, gebrannt im Feuer der letzten Botschaft, Karamellbonbons aus dem Feuerwerk. Moment. Danke, der Herr. Gewachte Dinger sind zäh. Da kann man die Zähne verlieren. Wissen Sie, wie die Botschaft lautet? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Es geht recht steil bergan. Hältst du das durch? Eiscreme! Paradies-Apfel-Eis! Oh, Paradies-Apfel-Eis! Zweimal, bitte! Sagen Sie, kann man nicht solche Motor-Roller mieten, wie der kleine Mann da fährt? Die Roller? Die sind nicht für die Gläubigen da. Wir sind auch keine Gläubigen, wir sind nur Interessierte. Kehren Sie sofort um! Wenn Sie keine Gläubigen sind, haben Sie mir nichts zu suchen! Was glauben Sie? Sie meint ja nur mehr oder weniger gläubig. Sie wissen doch, das kann man nicht so genau nehmen. Wer ehrlich glaubt, der geht hier zu Fuß. Danke. So viel Zeit. So viel Zeit. Auf ein Mal. Marvin, bist du das? Du warst schon immer so einer für super intelligente Ragen. Gems? Was ist denn das? Ein uralter Freund von mir. Freund? Nein. Ist mir nie begegnet. Was ist das? Du hast mir nie davon erzählt. Hast du dem was angetan? Ach wo, das ist Marvin, der ist immer so. Da, sieh mal, wir sind gleich oben. Marvin! 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 Oh, 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 hey. Lass mich hier liegen. Nein, Marvin! Wir nehmen dich in die Mitte. Komm! Komm, Marvin! Ach, ich, ich mach's nicht mehr lange. Ihr dürft raten, was an mir noch nicht mindestens zweimal ausgewechselt worden ist. Ich sag's euch, alles ist oft Ausgebe selbst. Haltet durch, Marvin! Wir sind oben! Halt dich da im Geländer fest! Ein herrlicher Blick. Kannst du die Schrift lesen? Das Feuer flackert sehr. Aber die Schrift ist ganz klar. Wer die nicht lesen kann, der kann nicht lesen. Arthur! Komm, halt mich! Ganz fest! Fliegst du sonst davon, wenn ich dich nicht festhalte? Ja. Wen ist, als sollte ich fliegen. Marvin! Marvin! Du musst die Botschaft erfahren! Komm! Wir helfen dir! Da ist ein Münzpern! Rohr! Komm! Lies sie uns vor, Marvin! Wir stützen dich! Ach! Wartest du? Mein... Die Schaltung ist dort total hin! Ich kann nicht mal den Kopf noch halten! Ja... Ja... Wo... Geht's... Vielleicht... Also... Da steht... Da steht... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Wir entschuldigen U? 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 Wenigstens wie die maßgeblichen Leute ihm immer wieder sagten Nicht jetzt Das machte ihn ziemlich reizbar Wir entschuldigen U? 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 Fenchurch und Arthur Dent sprachen noch lange über den Sinn dieser Geschichte Aber er fällt dem Chronisten im Augenblick nicht ein Vielleicht kommt er wieder drauf Irgendwann Irgendwann Bis dahin Überarbeitung aus dem Englischen Von Walter Andreas Schwarz Es sprachen Rolf Beusen Das Buch Nina Hooger Die glückliche Fanny Fenchurch Felix von Manteufel Den überglücklichen Arthur Dent Ingo Hülsmann Den Galaxiswanderer Ford Prefect Barbara Stoll Die Biomasse Biola Gernot Duda Der hilfsbereite Polizist Matthias Ponyer Die informierte Computerstimme Pit Klein Der Kleine Der eigentlich die Wandraschale war Petra Gack Die Karamellbonbonverkäuferin Annette Zielenbach Die Paradies-Apfel-Eisenverkäuferin Und Martin Flörchinger Der so lang vermisste Treue Computer Marvin Roland Seiler Roland Seiler Sorgte für den hochqualifizierten Ton Regine Schneider Mit schnittsicheren Händen Für fehlerfreien Ablauf des Geschehens Melena Meitz Als Aufnahmeleiterin dafür Das alles nach Plan lief Frank Duval Für die Musik Regie Hartmut Kirste Tja Brut Im Tränen Im Im Vielen Dank.